Sozialpsychologie für Bachelor von Peter Fischer, Katrin Asal und Joachim Krüger. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Holger Rogoll. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Sie enthält zusätzliche Abbildungen und Tabellen sowie ein Literaturverzeichnis. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de Kapitel 1 Definitorische, wissenschaftstheoretische und methodische Grundlagen der Sozialpsychologie Abschnitt 1.1 Definition und Geschichte der Sozialpsychologie Wir müssen nicht weit ausholen, um den Gegenstand der Sozialpsychologie greifbar zu machen. Im Grunde haben wir tagtäglich damit zu tun, auch wenn es uns vielleicht nicht immer bewusst ist. Als Student bzw. Studentin haben Sie sich möglicherweise schon einmal gefragt, warum in den Vorlesungen bevorzugt die hinteren Reihen belegt werden. Oder Ihnen ist aufgefallen, dass sich viele Ihrer Kommilitonen bemühen, sich vor dem Dozenten bzw. der Dozentin in einem möglichst positiven Licht zu präsentieren und sich dabei gänzlich anders verhalten als privat. Oder Sie bemerken bei sich selbst, dass Sie Ihr Wissen vor einer Gruppe von Kommilitonen nicht so gut präsentieren können wie alleine. All diese Fragen sind sozialpsychologischer Art, denn die Sozialpsychologie erforscht das Erleben und Verhalten von Menschen in Interaktion mit ihrer sozialen Umwelt. Die soziale Umwelt umfasst dabei andere Personen, Situationen, Objekte, die sowohl tatsächlich anwesend oder aber auch nur vorgestellt, in Klammern imaginiert, sein können. Insofern ist das Themengebiet sehr umfassend und geht natürlich weit über die oben gestellten Fragen hinaus. Typische sozialpsychologische Forschungsthemen sind dabei Aggression, Konflikt und Krieg, Hilfeverhalten und Zivilcourage, Urteilen und Entscheiden, Eigenschaften des Selbst und Selbstwerterhöhung, Gruppen- und Massenphänomene sowie Stereotype, Vorurteile und Rassismus. Definition Sozialpsychologie beschäftigt sich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen in Interaktion mit ihrer sozialen Umwelt. Gegenstand ist also zum einen das Individuum alleine, zum anderen der Einzelne im Kontext der Gruppe. Definition Ende Abschnitt 1.1.1 Historische Entwicklung Die Ursprünge der Sozialpsychologie liegen in der französischen Massenpsychologie, insbesondere der Arbeit von Gustave Le Bon, in Klammernvergleiche 1895. Im frühen 20. Jahrhundert erschienen die ersten Abhandlungen in Buchform. Floyd Alports Werk Social Psychology aus dem Jahr 1924 gilt als der Beginn der experimentellen Sozialpsychologie im modernen Sinne. Alport konnte zu jener Zeit allerdings nur auf wenige experimentelle Befunde hinweisen, wie zum Beispiel Triplets Studien zur sozialen Erleichterung von 1898. Triplets hatte gezeigt, dass Menschen zusätzliche Energie freisetzen und beispielsweise schneller reagieren, wenn sie sich in einer Gruppe befinden, als wenn sie allein handeln. So fährt ein Radfahrer im Rennen mit anderen schneller als in einer Übung, in der es nur um die eigene Bestzeit geht. Alport nahm Befunde wie diese als Argument für den methodologischen Individualismus. Dieser wissenschaftstheoretischen Orientierung zufolge ist lediglich das Individuum das geeignete Objekt von Theorie und Experiment. Für Alport hieß das, dass massenpsychologische Phänomene durch das Verhalten von Individuen erklärt werden können. Ausgangspunkt stellt somit das Verhalten der beteiligten Individuen dar, von dem man auf übergreifende soziale Phänomene schließen kann. Grundlegend dafür, so Alport, sei die Tatsache, dass sich der Mensch innerhalb einer Gruppe ebenso verhält wie als Individuum, nur eben mit höherer Intensität. Alports Sozialpsychologie war somit ein Bruch mit der bisherigen psychologischen Auffassung von der Masse bzw. Gruppe als einem eigenständigen Gebilde oder gar einem eigenständigen Organismus. Diese Umorientierung war es, die das Individuum zu einem Forschungsobjekt machte, das sich experimentell untersuchen ließ. Bis heute gehört es zum populärsten Vorgehen in der Sozialpsychologie, eine Stichprobe von Probanden zu untersuchen, wobei dem durchschnittlichen Verhalten dieser Einzelperson der höchste Aussagewert zugeschrieben wird. Zentral ist also, dass das Verhalten von Menschen mit naturwissenschaftlichen Methoden systematisch untersucht wurde. Insofern ging Alport als Behaviorist, in Klammern von Englisch Behavior, Verhalten, in die Geschichte der Sozialpsychologie ein, obwohl seine Theorien über den verhaltensbezogenen Aspekt auch zahlreiche kognitive Merkmale aufweisen. So gilt Alport mit seinen Konzepten der sozialen Projektion und der pluralistischen Ignoranz, welche auch heute wieder aktuell sind, als Pionier der sozialen Wahrnehmung. Als soziale Projektion bezeichnet man dabei die Wahrnehmung, dass die meisten anderen Menschen sich so verhalten oder genauso denken wie man selbst. Eine Großmutter könnte so beispielsweise ihrem Enkelkind einen Wollpullover stricken, ganz nach ihrem eigenen Geschmack, dass sie davon ausgeht, dass dieser dem Enkelkind bestimmt genauso gefallen wird wie ihr selbst. Doch jeder kann erahnen, und hat es bestimmt auch schon selbst erfahren, dass dem nicht immer so sein muss. Soziale Projektion bedeutet also, dass man eigene Einstellungen, Merkmale, Verhaltensweisen etc. auf das Gegenüber überträgt, in Klemmern projiziert. Das Adjektiv sozial bezieht sich dabei darauf, dass der Kontext der Projektion natürlich sozialer Art ist. Diese Übertragung ist jedoch nur eine sehr einfache Strategie, um Wissen über den anderen zu bekommen und muss daher nicht mit der Realität übereinstimmen. Der Begriff der pluralistischen Ignoranz ist etwas komplexer. Hierbei handelt es sich um die Idee, dass unter bestimmten Bedingungen viele Menschen ihre Ähnlichkeiten unterschätzen. Wenn zum Beispiel die Professorin fragt, ob jemand noch eine Erläuterung zu der eben besprochenen Differenzialgleichung benötigt, mag jeder einzelne Studierende aus dem betretenen Schweigen der anderen schließen, dass nur er die Lösung nicht verstanden hat. Auch wenn dieser Schluss vermutlich nicht korrekt ist, schließlich mag man eigene Schwächen ja nicht immer öffentlich zugeben, so wird der zentrale Aspekt der pluralistischen Ignoranz deutlich. Andere Personen bzw. deren Reaktion dienen als Informationsquelle, um uneindeutige soziale Situationen einschätzen zu können. Abschnitt 1.1.2 Gegenstand der Sozialpsychologie in Klammern Stimulus und wie sie darauf reagieren, in Klammern Reaktion. Für die Gruppe Studierender wäre hier beispielsweise die Frage interessant, welchen Einfluss Stress auf das Verhalten hat. Wie reagiert eine Studentin bzw. ein Student in einer mündlichen Prüfungssituation? Zusätzlich zu diesem Stimulus-Response-Schema bzw. dem behavioristischen Ansatz war und ist für die Sozialpsychologie aber eine weitere psychologische Dimension von Bedeutung. Sie beschäftigt sich nämlich mit dem Denken in Klammern Kognitionen und Fühlen in Klammern Emotionen von Personen, während diese mit einer bestimmten Situation konfrontiert sind. Die Sozialpsychologie geht dabei davon aus, dass gerade diese vermittelnden Gedanken und Gefühle das später beobachtbare Verhalten am besten vorhersagen. In Bezug auf das obige Beispiel wäre hier möglicherweise wichtig zu wissen, wie hoch das Ausmaß des erlebten Stresses ist, ob sich die Studierenden ängstlich zeigen, ob sie sich fachlich kompetent einschätzen etc. Alle diese Faktoren können das nachfolgende Verhalten erheblich beeinflussen oder dieses auch in seiner Richtung umkehren. Neben dem Behaviorismus wurde die klassische Sozialpsychologie stark von der Schreckensherrschaft des Nationalsozialismus in Deutschland von 1933 bis 1945 geprägt. So fragte, in Klammern und fragt, sie beispielsweise nach den Ursachen dafür, dass Millionen von Menschen die Zerstörung einer zivilisierten Gesellschaft duldeten und überfallartige Kriegsführung, Deportationen und Völkermord passiv oder gar aktiv unterstützen konnten. So geht vor allem die Sozialpsychologie der Nachkriegszeit in Klammern 1950 bis 1970 davon aus, dass der Mensch grundsätzlich eine böse Seite besitzt, die erforscht, verstanden und somit kontrolliert werden muss. In Klammern siehe auch Adorno, Frenkel Brunswick, Levinson und Sanford aus dem Jahre 1950 sowie Arbeiten zur autoritären Persönlichkeit. Neuere Arbeiten finden sich bei Altemeyer 1996. Nach Ende des Kalten Krieges hältte sich das Menschenbild der Sozialpsychologie allerdings zunehmend auf. Im Fokus der sogenannten ausgewogenen Sozialpsychologie stand die Frage, wie Menschen ihr soziales Umfeld in Klammern zum Beispiel Gruppenzugehörigkeiten, Freunde, Familie als positive Ressource nutzen können, um beispielsweise ihre psychologische Gesundheit aufrechtzuerhalten, um prosoziales Verhalten zu zeigen oder über kritische Lebensereignisse hinwegzukommen. Hier zeigte sich, dass das soziale Umfeld Menschen entweder in sehr negativer oder aber auch in sehr positiver Weise beeinflussen kann. Folglich kann daraus sowohl grausames als auch prosoziales menschliches Verhalten resultieren, was vorwiegend von der Art und Beschaffenheit der Situation abhängt. Hier erkennt man, dass der Einfluss der Situation zentral ist für die Art des nachfolgenden menschlichen Verhaltens. Man spricht daher auch von Situationismus. Das Gegenstück hierzu ist der sogenannte Dispositionismus. Bei Letzterem steht die Person mit ihren überdauernden, in Klammern dispositionalen Eigenschaften und Merkmalen im Zentrum des Interesses. In seiner stärksten Ausprägung nimmt der Dispositionismus an, dass Personen ihr eigenes Handeln regulieren, egal welches Verhalten die Situation suggerieren mag. Sprich, das Verhalten einer Person ist allein von deren Persönlichkeitseigenschaften abhängig, während die Situation keinen Einfluss hat. Neuere Ansätze wenden sich allerdings von einer einseitigen Betrachtungsweise, also entweder reinem Situationismus oder reinem Dispositionismus ab und gehen davon aus, dass interaktionale Modelle, in Klammern Interaktion zwischen Person und Umwelt, besser geeignet sind, um Verhalten zu erklären und vorherzusagen. Diese sind dann auch in der Lage, den Fortschritt in der Verhaltensforschung voranzutreiben, während ein Wettstreit zwischen beiden Positionen diese Tendenz eher blockiert. Als Beispiel für eine sogenannte interaktionistische Sichtweise dient die berühmte Stanford-Gefängnis-Studie. Studie Das Stanford-Prison-Experiment Dieses berühmte Experiment von Zimbardo in Klammernvergleiche 1972 stellt einen Meilenstein dar bei der Beschreibung und Erklärung menschlichen Verhaltens in einer simulierten Gefangenensituation. Den freiwilligen Teilnehmern wurde hierbei nach dem Zufallsprinzip entweder die Rolle eines Gefangenen oder eines Aufsehers zugewiesen. Innerhalb weniger Tage, ja Stunden, verhielten sich die simulierten Gefangenen wie echte Gefangene und die simulierten Aufseher wie echte Aufseher. Bei den Gefangenen wurde beobachtet, dass sie sich entweder ihrem Schicksal fügten und gehorchten oder aber rebellierten. Auch wenn diese Verhaltensweisen gegenteilig sind, so können sie beide der konkreten Situation zugeschrieben werden. Was die Aufseher betrifft, so langweilten sie sich entweder oder sie dachten sich clevere Methoden aus, um die Gefangenen zu schikanieren und zu demütigen. Für beide Gruppierungen war die Situation der gestaltrelevant, dass die Gefangenen keine Befehle erteilten und die Aufseher nicht rebellierten oder aus Frustration Randale starteten. Mit anderen Worten, die Situation des Gefängnisses im Zusammenhang mit einem konventionellen Rollenverständnis von Häftling und Werther machte manche Verhaltensweisen unmöglich, während sie zu anderen animierte. Studie Ende Die wissenschaftlich dokumentierten Einflüsse von sozialen Situationen auf das Verhalten machen es unmöglich, rollenkonformes Verhalten pauschal den Persönlichkeitseigenschaften in Klammern oder Dispositionen der beteiligten Personen zuzuschreiben. Bis zu diesem Punkt wäre die situationistische Sichtweise erhellend. Die Befunde lassen allerdings nicht den Schluss zu, dass Persönlichkeit und individuelle Unterschiede innerhalb einer Situation irrelevant sind. Mit der sensiblen Aufmerksamkeit eines Psychoanalytikers hat Zimbardo selbst Unterschiede zwischen verschiedenen Gefangenen und zwischen Aufsehern bemerkt und dokumentiert. Während sich der eine Gefangene zum Beispiel mit der Situation arrangierte, wurde der andere psychosomatisch krank. Während ein Aufseher versuchte, sich von Konflikten fernzuhalten, machte sich ein anderer wiederum einen Sport daraus, solche zu provozieren. Es ist heute klar, dass der Versuch fehlgeschlagen ist, die Situation gegen die Persönlichkeit auszuspielen. Ein tiefes Verständnis des menschlichen Sozialverhaltens erfordert das Studium von individuellem Verhalten im Zusammenhang mit Situationen. Abschnitt 1.1.3 Europäische versus amerikanische Sichtweise Neben dieser Kontroverse gibt es eine weitere Debatte, von der zu hoffen ist, dass sie bald überwunden sein möge. Die Kluft zwischen der europäischen und der amerikanischen sozialpsychologischen Tradition. Die europäische Sozialpsychologie legt den Fokus auf den Einfluss von Gruppenzugehörigkeiten, auf das Erleben und Verhalten. Sie ist also stärker geprägt von Forschungen aus dem Bereich der sozialen Identität. Die amerikanische Sozialpsychologie ist dagegen stärker individuumzentriert, das heißt, die Eigenschaften des Individuums in seiner Interaktion mit dem sozialen Umfeld stehen dabei besonders im Vordergrund. Somit ist der kulturelle Gegensatz, der mit der nordamerikanischen Reaktion auf die kontinentale Massenpsychologie begann, heute allenfalls verblasst, aber noch nicht vollständig verschwunden. Die Zusammenarbeit der Autoren dieses Lehrbuchs stellt somit einen kleinen Versuch hinsichtlich der Nivellierung dieser Unterschiede dar. Neben einer kulturellen Abgrenzung ist es zudem wichtig, zu verstehen, wie sich die Sozialpsychologie von ihren Nachbardisziplinen unterscheidet. Ebenso wie die Philosophie befasst sich auch die Sozialpsychologie mit Themen wie zum Beispiel dem Erleben und der Konstruktion subjektiver Realität. Während sich die Philosophie mit diesen Bereichen allerdings ausschließlich erkenntnistheoretisch befasst, leistet die Sozialpsychologie hier eine empirische Überprüfung. Des Weiteren muss die Sozialpsychologie von der Soziologie abgegrenzt werden. Die Soziologie untersucht gesamtgesellschaftliche Phänomene und klammern zum Beispiel die Ursachen für das Versagen von Institutionen bei der Bekämpfung von Korruption oder dem Einfluss von Institutionen auf Wirtschaftskrisen, wohingegen die Sozialpsychologie das Individuum in seinem sozialen Kontext beziehungsweise im Kontext kleinerer Gruppen betrachtet. Schließlich bedarf es auch einer Differenzierung zwischen Sozialpsychologie und Persönlichkeitspsychologie. Zwar sind die Themen beider Disziplinen oft ähnlich, allerdings unterscheiden sich die zugrunde liegenden Erklärungen fundamental. So geht die Persönlichkeitspsychologie davon aus, dass menschliches Erleben und Verhalten vorwiegend durch bereits bestehende, d.h. angeborene oder erlernte Persönlichkeitsunterschiede determiniert wird, in Klammern vergleiche Dispositionismus. Wie bereits erwähnt, nimmt die Sozialpsychologie hingegen an, dass die soziale Situation in Interaktion mit Persönlichkeitseigenschaften darüber entscheidet, ob sich eine Person beispielsweise aggressiv oder prosozial verhält. Abschnitt 1.2 Wissenschaftstheoretische Grundlagen Die Sozialpsychologie ist grundsätzlich an der Kausalität von Erlebens- und Verhaltenseffekten interessiert. Man möchte wissen, warum Personen in bestimmten Situationen ein bestimmtes Verhalten zeigen. Zudem ist man an psychologischen, in Klammern kognitiven und affektiven Vermittlungsvariablen, in Klammern sogenannten Mediatoren, interessiert. Man möchte also wissen, was im Kopf von Personen vorgeht, wenn sie mit bestimmten Situationen konfrontiert sind und deshalb ein bestimmtes Verhalten zeigen. Die grundlegende wissenschaftliche Einstellung ist dabei der Empirismus, d.h. die Idee, dass empirische Daten oder Beobachtungen Schlussfolgerungen über theoretisch relevante Hypothesen zulassen. Die einfachste Form des Empirismus ist die Enumeration oder Auszählung, in Klammern bzw. Auflistung. Dabei ist die einfachste, aber auch stärkste Form einer Hypothese diejenige, die keine Ausnahmen zulässt. Beispielsweise könnte man als Gesetzmäßigkeit postulieren, dass alle Schwäne weiß seien. Bei der Auszählung ist die Frage dann nur, ob oder wann ein Schwan erscheint, der nicht weiß ist. An diesem Punkt wäre die Hypothese widerlegt. Der schottische Philosoph David Hume wies 1748 darauf hin, dass keine Hypothese durch Auszählung bewiesen werden kann. Dies sei logisch unmöglich, da immer die Möglichkeit bestünde, dass zukünftige Beobachtungen dem bisherigen widersprechen. Man könne daher nicht einfach aus vergangenen Ereignissen auf zukünftige Ereignisse schließen. Demnach wäre es beispielsweise nicht zulässig, aus der Tatsache, dass ich bisher Glück hatte und mir bei meinen waghalsigen Bergtouren keinen Schaden zustieß, den Schluss zu ziehen, dass Bergtouren stets ungefährlich sind und ich daher auch zukünftig unversehrt bleiben werde. Trotz dieses jumschen Problems, das auch als Induktionsproblem bezeichnet wird, blieb das Verifikationsprinzip in der Wissenschaft populär. So gilt eine Hypothese als verifiziert, wenn die Beobachtungen mit den Vorhersagen zumindest innerhalb eines statistischen Toleranzbereichs übereinstimmen. Als Alternative zum positivistischen, in Klammern also auf Bestätigung, ausgerichteten Empirismus entwickelte Karl Popper 1934 den kritischen Rationalismus. Er argumentierte, dass der wissenschaftliche Fortschritt zügiger vonstatten gehe, wenn Hypothesen durch unstimmige Beobachtungen verworfen bzw. widerlegt würden. Wie bei der biologischen Evolution gibt es hierfür allerdings kein endgültiges Kriterium der Güte, sondern nur die Aussortierung des Mangelhaften. Poppers Theorie ist somit stärker an Humes Kritik der herkömmlichen Induktion, in Klammern das heißt ausgehend von Einzelbeobachtungen auf allgemeingültige Gesetze schließen, orientiert. Auch Popper war der Ansicht, dass ein Beweis durch Induktion nicht zulässig sei. In der Sozialpsychologie werden typischerweise experimentell gewonnene Daten statistisch ausgewertet, mit dem Ziel eine Nullhypothese, in Klammern das heißt die Annahme, dass es keine statistisch relevanten Unterschiede zwischen zwei Versuchsgruppen gibt, zu verwerfen. Somit findet sich auch in der statistischen Auswertung das Prinzip des Falsifizierens wieder. Die meisten Hypothesen sind dabei so formuliert, dass sie nur die Richtung, nicht aber die exakte Stärke einer Kausalbeziehung bestimmen. Beispiel Zum Beispiel führt die Theorie der sozialen Erleichterung zu der Hypothese, dass Menschen, in Klammern wie auch Tiere, mehr und schneller essen, wenn sie unter Artgenossen sind, als wenn sie allein sind. In diesem Fall besagt die Nullhypothese, dass im Durchschnitt kein Unterschied zwischen diesen Versuchsbedingungen, in Klammern Essen allein versus in Gesellschaft, besteht. Wenn die Daten daher einen Unterschied aufweisen, der unter der Annahme der Nullhypothese unwahrscheinlich wäre, dann wird konventionell die Nullhypothese als falsifiziert, in Klammern widerlegt, beziehungsweise die Hypothese, dass Menschen in Gegenwart anderer mehr und schneller essen, als bestätigt angesehen. In Klammern, siehe hierzu Abbildung 1.1 im gedruckten Buch. Beispiel Ende. Mit dieser Herangehensweise geht man also nicht von einer Nullhypothese aus, die besagt, dass ein Unterschied besteht. Insofern wird diese Annahme auch nicht falsifiziert. Als weitere Folge kann der statistische Unterschied zwischen den beiden Gruppen auch nicht als Beweis dafür angesehen werden, dass es diesen Unterschied tatsächlich auch gibt. In der Wissenschaft, wie auch in anderen Lebensbereichen, kann nichts bewiesen, sondern lediglich falsifiziert werden. Abschnitt 1.3 Methoden der Sozialpsychologie Leider besteht oft die fälschliche Annahme, dass Sozialpsychologie, beziehungsweise die Psychologie im Allgemeinen, keine richtige Wissenschaft sei und er den Charakter einer Alltagspsychologie habe. Kritiker behaupten, es handele sich dabei lediglich um subjektive Annahmen, die man mit der eigenen Forschung zu bestätigen versuche, und das auf nicht wissenschaftlichem Wege. Woher diese Vorurteile kommen, soll hier nicht weiter erläutert werden. Ein wichtiger Punkt könnte sein, dass der Gegenstand der Sozialpsychologie jeden Menschen von uns betrifft, der sich, ob nun als Mechaniker oder Musiker, seine Gedanken dazu macht und gewisse Annahmen bildet. Wie wir in einem späteren Kapitel noch erfahren werden, neigen wir Menschen dazu, für bestimmte Ereignisse Erklärungen zu suchen und Schemata zu schaffen, die uns Klarheit geben sollen. Dabei gehen wir jedoch nicht immer akkurat vor, sondern tendieren zu Verzerrungen. Sammeln möglicherweise nur Informationen, die uns gefallen, vergessen widersprüchliche Befunde am liebsten ganz schnell oder beurteilen Situationen aufgrund unserer Vorerfahrungen nicht objektiv. Dies sind Dinge, die wir bestimmt ganz gut an uns selbst kennen. Doch in der sozialpsychologischen Forschung haben sie keinen Platz, da die Sozialpsychologie eine Wissenschaft ist und folglich die jeweiligen methodischen Standards erfüllt. Sie bedient sich dabei fünf verschiedener wissenschaftlicher Methoden. 1. Qualitative Befragung bzw. Interview 2. Quantitative Befragung 3. Verhaltensbeobachtung 4. Korrelationsstudie, Feldstudie bzw. Quasi-Experiment 5. Echtes Experiment Abschnitt 1.3.1 Qualitative Methode Die grundlegende Methode ist die qualitative Befragung, in Klammern, also eine Befragung ohne quantitative statistische Analysen. Sie wird für explorative, in Klammern von lateinisch explorare, gleich erforschen, Zwecke eingesetzt oder wenn Experimente oder andere Formen quantitativer Forschung aus methodischen oder ethischen Gründen nicht durchgeführt werden können. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn man herausfinden will, weshalb so viele Menschen auf Betrug-E-Mails im Internet reagieren und dabei Geld verlieren. In Klammern, zum Beispiel wird allein in Großbritannien der wirtschaftliche Schaden durch Betrug-E-Mails auf über drei Milliarden Pfund jährlich geschätzt. Es wäre unethisch, hier ein Experiment durchzuführen und Personen ohne Vorwarnung selbst konstruierte Betrug-E-Mails zu schicken und sie anschließend um wirkliches Geld zu bitten. Korrelationsstudien, in Klammern Zusammenhangsstudien sind aufgrund der geringen Stichprobe ebenfalls problematisch. Und zudem ist es natürlich nicht möglich, Personen im realen Umfeld dabei zu beobachten, wie sie Betrug-E-Mails an ihrem Rechner öffnen. Deshalb bleibt einem Forscher in so einem Fall lediglich das qualitative Interview übrig, mithilfe dessen er versucht, Opfer von Internetbetrug zu finden und diese nach den jeweiligen Gründen zu befragen, weshalb sie ihrer Meinung nach auf den Betrug hereingefallen sind. Dem Opfer würde man dann Fragen stellen wie zum Beispiel, was fanden sie an der E-Mail besonders attraktiv? Was haben sie gedacht, als sie die E-Mail geöffnet haben? Wie haben sie sich gefühlt, als ihnen eine große Geldsumme versprochen wurde? Problematisch an der qualitativen Methode ist zum einen, dass sie keine Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge untersuchen kann und daher aus Ergebnissen auch keine Rückschlüsse auf mögliche Ursachen gezogen werden können. Des Weiteren ist sie sehr anfällig für subjektive Verzerrungen, sowohl der befragten Person als auch des Forschers und darüber hinaus liefert sie keine quantifizierbaren und objektiv vergleichbaren Ergebnisse. Daher wird die qualitative Methode von quantitativ arbeitenden Sozialpsychologinnen und Sozialpsychologen häufig nur zur Generierung in Klammern Bildung von Hypothesen verwendet, welche dann später in einem echten Experiment direkt überprüft werden. Von reflexiven beziehungsweise hermeneutisch orientierten Sozialpsychologen in Klammern heißt Sozialpsychologinnen und Sozialpsychologen, für die die Auslegung und Interpretation des jeweiligen Gegenstandes anhand bestimmter Merkmale oder in Anführungszeichen zentral und das Ziel dabei das korrekte Verstehen ist, wird qualitative Forschung dagegen als Methode der Wahl angewandt. Hier steht das Individuum in seiner subjektiven Realität im Mittelpunkt. Abschnitt 1.3.2 Verhaltensbeobachtung Ein ausgezeichnetes Beispiel für dieses Vorgehen stellt eine Untersuchung von Jehoda, Lasersfeld und Seisel aus dem Jahr 1933 dar, die unter dem Namen Die Arbeitslosen von Marienthal bekannt wurde. Studie Die Arbeitslosen von Marienthal Der Hintergrund dieser Forschung war die Schließung einer Fabrik in Marienthal bei Wien. Die Schließung führte zu hoher Arbeitslosigkeit. Die Forscher wollten nun Informationen über diese Bevölkerungsgruppe erhalten und damit die unterschiedlichen Aspekte bzw. Folgen von Arbeitslosigkeit untersuchen. Hierzu traten sie vor Ort in Kontakt mit den betroffenen Menschen, zeichneten Befragungen bzw. Interviews mit diesen auf, boten Sprechstunden an, führten Beobachtungen in den einzelnen Haushalten durch, starteten Hilfsaktionen und so weiter. Durch die umfassende Dokumentation ihrer Arbeitsschritte, sowohl mit qualitativen als auch quantitativen Methoden, gewann die Forschergruppe einen tiefen Einblick in die damalige Situation der Arbeitslosen. Der bemerkenswerteste Befund betrifft dabei die psychischen Auswirkungen der Arbeitslosigkeit. Ein Großteil der Betroffenen nahm eine resignierte Haltung ein, zeigte kaum Widerstandskraft, in Klammern, so wurde es aufgegeben, beim Diebstahl von Lebensmitteln Anzeige zu erstatten und war unfähig, die viele Zeit sinnvoll zu füllen. Statt Aktivität, in Klammern, etwa Beitritt in Vereine, war Rückzug und passives Verhalten zu beobachten. Studie Ende Die Ergebnisse der Marienthal-Studie sind besonders deshalb wichtig, weil sie nicht an Aktualität verloren haben. Arbeitslosigkeit ist nach wie vor ein großes Problem und die Themen Rezession und Finanzkrise scheinen allgegenwärtig zu sein. Die Medien berichten von einer sinkenden Wirtschaftsleistung und Konjunkturexperten halten eine Senkung des Bruttoinlandsprodukts im Zuge der Eurokrise für möglich. Die Frage nach möglichen psychischen Auswirkungen, in Klammern etwa Resignation, sind demnach heute genau so zu stellen und daran anknüpfend sollten geeignete Umgangsweisen damit gefunden werden. Andere Varianten der Verhaltensbeobachtung kommen ohne direkte Teilnahme des Forschers aus. Hier sind besonders die sogenannten nichtreaktiven Methoden interessant, die es erlauben, menschliche Einstellungen oder auch Persönlichkeitseigenschaften aus den Spuren des Verhaltens der Beobachteten zu erschließen. Man spricht hier deshalb auch von in Anführungszeichen verdeckten Methoden, da der Forscher selbst nicht an der Beobachtung teilnimmt und das Ergebnis daher auch selbst nicht beeinflussen kann. Robert Cialdini und sein Forscherteam an der Arizona State University haben zahlreiche Studien zum Littering, in Klammern Umweltverschmutzung durch Wegwerfen von Müll durchgeführt. So konnten sie beispielsweise feststellen, dass sie den Wahlausgang durch das Zählen der weggeworfenen Wahlpamphlete, welche sie vorher ausgeteilt hatten, vorhersagen konnten, da die Anhänger des Wahlsiegers eher an den Pamphleten festhielten. Einen ähnlichen Ansatz wählte Sam Gosling in Klammern Vergleiche 2009 von der University of Texas in Austin, welcher den Einfluss des äußeren Zustands von Büro und Schlafzimmer bzw. die jeweilige Einrichtung auf einen Menschen erforschte. Er fand zum Beispiel, dass im Büro ein unordentlicher Schreibtisch auf fehlende Gewissenhaftigkeit der jeweiligen Person hindeutet. Vorteile der Verhaltensbeobachtung in Klammern und der in Anführungszeichen Spurenlese sind, dass sie sehr realitätsnah, unmittelbar und verhaltensbasiert ist. Als Nachteile hingegen lassen sich festhalten, dass bestimmte Verhaltensweisen, in Klammern zum Beispiel Intimität und Liebe, nur schwer beobachtbar sind, dass Schlussfolgerungen sehr leicht Verzerrungen unterliegen können, in Klammern das heißt, es liegt oft im Auge des Betrachters, was ein bestimmtes Verhalten ist oder nicht, so dass die Beobachter nicht zwangsläufig übereinstimmen müssen, dass die Verhaltensbeobachtung keine Aussagen über Ursache und Wirkung zulässt und sie auch keinen Aufschluss darüber gibt, was Menschen denken und fühlen, bevor, während und nachdem sie ein bestimmtes Verhalten gezeigt haben, in Klammern vermittelnde psychologische Mediatoren Prozessvariablen. Abschnitt 1.3.3 Quantitative Befragungsmethode Das Ziel der quantitativen Untersuchungsmethode ist die numerische Darstellung eines empirischen Sachverhaltes, es geht also um Zahlen. Bei dieser Methode werden den Untersuchungspersonen vorwiegend Fragebögen zu bestimmten Sachverhalten vorgelegt. Zum Beispiel werden Eltern gefragt, wie häufig ihre Kinder pro Woche aggressive Medieninhalte in Klammern Filme, Videospiele konsumieren. Diese Angaben werden meist auf Messskalen in Klammern zum Beispiel mit der Leichert-Skala die Abstufungen von 1 gleich nicht häufig bis 7 gleich sehr häufig enthält erfasst. Mittels statistischer Methoden in Klammern zum Beispiel Mittelwertvergleich, Korrelationsanalyse, Varianzanalyse, Faktorenanalyse etc., können diese Skalenwerte dann den entsprechenden psychologischen Konstrukten in Klammern zum Beispiel Aggressionspotenzial pro soziale Einstellung zugeordnet und im Anschluss daran analysiert werden. Die Vorteile dieser Methode liegen in der Quantifizierbarkeit von Aussagen, im relativ geringen Kosten und Arbeitsaufwand für die Durchführung der Studie sowie in der Möglichkeit der Introspektion in Klammern das heißt Personen können auch nach ihren Gedanken und nach ihren Gefühlszuständen befragt werden. Nachteile dieser Methode sind allerdings die leichte Verfälschbarkeit der Antworten. In Klammern zum Beispiel tendieren Personen dazu, ihre Angaben zu beschönigen, die fehlende Erkennbarkeit von Ursache-Wirkungs zusammenhängen und dass Unklarheit darüber besteht, ob den Versuchspersonen die erfragten zentralen psychologischen Prozesse überhaupt bewusst sind oder nicht und sie deshalb die Fragebögen dazu nicht valide beantworten können. Als Beispiel für diese Art der Datenerhebung kann eine kürzlich publizierte Studie von Franco Blau und Simbardo von 2011 dienen, welche in einer Online-Untersuchung Personen zu Heldentum und Altruismus befragten. Aus den Antworten in Klammern Selbstbericht der befragten Personen erhielten die Autoren einen Eindruck davon, wie häufig diese Phänomene überhaupt in der Realität auftreten. Viele dieser Untersuchungen werden mittlerweile ökonomisch und kostengünstig online im Internet durchgeführt. Abschnitt 1.3.4 Korrelationsmethode bzw. Quasi-Experiment Bei der Korrelationsmethode werden statistische Zusammenhänge zwischen Variablen hergestellt. Zum Beispiel könnte gefragt werden, ob Jugendliche, die sich häufig mit aggressiven Videospielen wie zum Beispiel Ego-Shooter die Zeit vertreiben, auch häufiger durch aggressives Verhalten in der Schule oder Gesellschaft auffallen. Man würde dazu zum einen erfassen, wie häufig ein Jugendlicher aggressive Videospiele spielt, und zum anderen wie häufig er bereits durch aggressives Verhalten aufgefallen ist, in Klammern zum Beispiel Einschätzung der Lehrkraft, Anzahl der Verweise wegen Raufens, Anzeigen und Vorstrafen wegen aggressivem Verhalten. Sobald man diese beiden Indikatoren gemessen hat, ist es möglich, ein statistisches Zusammenhangsmaß, die Korrelation R, zu berechnen. Dieser Zusammenhang R kann dabei zwischen minus 1 und plus 1 liegen. Der maximale Wert von R gleich plus 1 reflektiert einen perfekten positiven Zusammenhang zwischen den beiden Messvariablen. Beispielsweise könnte sich herausstellen, dass die Menge des Konsums aggressiver Medien perfekt mit der Häufigkeit oder Intensität aggressiven Verhaltens einhergeht. Im Gegensatz dazu würde eine Korrelation von R gleich minus 1 einen perfekten negativen Zusammenhang beschreiben. Je höher der Konsum aggressiver Medienprodukte wäre, desto geringer wäre die Aggressivität. Schließlich besagt ein Korrelationskoeffizient vom Wert 0, dass kein systematischer Zusammenhang zwischen den Messvariablen besteht. In diesem Fall hätte die Tatsache, dass ein Jugendlicher sehr häufig aggressive Videospiele konsumiert, nichts mit dessen möglicherweise aggressivem Verhalten zu tun. Zu den Vorteilen von Korrelationsstudien gehört, dass sie relativ leicht im Feld, in Klammern das heißt nicht im Labor, durchgeführt werden können und relativ kostengünstig sind. Hinzu kommt, dass einige Phänomene aufgrund ethischer Überlegungen lediglich als Korrelationsstudie untersucht werden können, wie etwa der Zusammenhang zwischen Rauchen und Lungenkrebs. Der größte Nachteil der Korrelationsstudie ist allerdings, dass sie keine Kausalschlüsse zulässt. Macht der Konsum aggressiver Videospiele den Menschen aggressiver, in Klammern ist also der Konsum ursächlich für eine gesteigerte Aggressivität oder fühlen sich aggressive Menschen grundsätzlich stärker zu solchen Spielen hingezogen? Darüber hinaus bleibt die Frage offen, ob möglicherweise nicht gemessene Drittvariablen für den statistischen Zusammenhang zweier Variablen verantwortlich sind. Beispiele für solche typische Drittvariablen wären Alter, Geschlecht oder soziale Schichtzugehörigkeit der Versuchspersonen oder des Versuchsleiters, deren Persönlichkeitsunterschiede oder auch die Tageszeit der Erhebung. So könnte der tatsächlich gefundene positive Zusammenhang zwischen aggressivem Videospielkonsum und aggressiven Verhalten in oben genannten Beispiel auch alternativ dadurch erklärt werden, dass Personen, die a priori das Persönlichkeitsmerkmal der Aggressivität aufweisen, mit höherer Wahrscheinlichkeit ihre Umwelt so gestalten, dass darin aggressive Inhalte vorkommen. Insbesondere wäre zu erwarten, dass solche personenaggressive Videospiele den nicht-aggressiven Spielen vorziehen. Grundsätzlich gilt, dass die Zahl der möglichen Drittvariablen zahlenmäßig nicht beschränkt ist. Auch Quasiexperimente, bei welchen Stichproben aus a priori bereits vorhandenen Gruppen bestehen, die dann verglichen werden, in Klammern zum Beispiel Vergleich des Sozialverhaltens von Rauchern versus Nichtrauchern, diese beiden Gruppen bestehen ja bereits vor der Untersuchung und werden nicht durch den Experimentator selbst bestimmt, können dies nicht leisten. Die einzige Möglichkeit, Drittvariablen definitiv auszuschließen, ist die Durchführung eines echten Experiments. Abschnitt 1.3.5 Echtes Experiment Das echte Experiment gilt in der Sozialpsychologie und auch darüber hinaus als der Königsweg, um Informationen über Ursache und Wirkung zu erlangen. Wilhelm Wund, der Gründervater der menschlichen Psychologie, legte 1874 dar, wie experimentelle Methoden für die Erforschung des menschlichen Erlebens und Verhaltens genutzt werden können. Bei der experimentellen Methode variiert man eine unabhängige Variable und misst deren Auswirkung auf die abhängige Variable. Wil man zum Beispiel herausfinden, ob aggressive Videospiele die Aggressivität der Spieler auch jenseits des Spielzusammenhanges erhöhen, in Klammern also einen länger andauernden Effekt haben, würde man eine Experimentalgruppe ein aggressives Videospiel und eine Kontrollgruppe ein nicht aggressives Videospiel spielen lassen. Als abhängige Variable könnte man messen, ob Spieler in der Aggressionsbedingung eine andere Person stärker bestrafen, also aggressiveres Verhalten zeigen, als Spieler in der Nicht-Aggressionsbedingung. Der besondere Vorzug des Experimentes ist es, dass sich die Befunde kausal interpretieren lassen. Wie ist dies möglich? Eine der wichtigsten Eigenschaften des Experimentes ist es, dass Versuchspersonen nach dem Zufallsprinzip den verschiedenen Versuchsbedingungen zugeordnet werden, in Klammern Randomisierung. Dieses Vorgehen besitzt den Vorteil, dass sich a priori Unterschiede der Untersuchungsteilnehmer herausmitteln. So sind Personen, die Aggressivität als stark ausgeprägtes Persönlichkeitsmerkmal aufweisen, mit gleicher Wahrscheinlichkeit in der Experimental- und in der Kontrollgruppe zu finden. Mögliche Verzerrungen, die durch diese Extremwerte entstehen, gleichen sich bei steigender Anzahl der Versuchspersonen statistisch aus. Gefundene Unterschiede in der abhängigen Variable, in Klammern gezeigtes aggressives Verhalten, z.B. Bestrafen anderer Personen, können demnach nicht von Drittvariablen, wie z.B. nicht näher untersuchten Persönlichkeitseigenschaften der getesteten Personen stammen, sondern sind eindeutig auf den Einfluss der unabhängigen Variable, in Klammern aggressives Videospiel versus nicht-aggressives Videospiel zurückzuführen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 1.2 im gedruckten Buch. Eine wichtige Unterscheidung zu den anderen präsentierten Erhebungsmethoden ist zudem die interne versus externe Validität von Experimenten. Unter interner Validität versteht man die Frage, ob die Variation der unabhängigen Variablen sich auch tatsächlich auf die beobachtete Variation in der abhängigen Variable auswirkt oder ob dieser Zusammenhang durch eine Drittvariable in Klammern Störvariable versehentlich verursacht wurde. Typischerweise besitzt ein echtes Experiment die höchste interne Validität wie eben beschrieben, da alle erdenklichen Störvariablen durch die Randomisierung in Klammern eine zumindest theoretisch zufällige Zuteilung zu den Gruppen ausgefiltert werden. Bei allen anderen Methoden, wie etwa der qualitativen oder korrelativen Methode ist die interne Validität dagegen geringer als beim Experiment, da hier keinerlei Kausalschlüsse gezogen werden können. Hingegen stellt die externe Validität bei Experimenten häufiger ein Problem dar. Sie bezieht sich auf die Frage, ob ein bestimmter Laborbefund auch tatsächlich auf die wirkliche Welt übertragen werden kann. Bezogen auf unser Medienbeispiel wäre hier also die Frage zu stellen, ob die beobachtete erhöhte Aggression nach dem Konsum eines aggressiven Videospiels im Labor auch tatsächlich in der wirklichen Welt außerhalb des Labors auftreten würde. Jetzt liegt natürlich der Schluss nahe, dass qualitative Interviews, Feld- und Korrelationsstudien im Gegensatz zu Laborstudien eine besonders hohe externe Validität besitzen sollten. Dies ist jedoch nicht unter allen Umständen so. Zwar ist es richtig, dass Feldstudien näher an die psychische und verhaltensmäßige Wirklichkeit von Menschen herankommen, de facto das aussagen können. Außerdem kann es hohe externe Validität nur unter der Bedingung hoher interner Validität geben. Ist ein bestimmter Effekt im Laborexperiment daher nicht kausal auf bestimmte Einflussfaktoren zurückzuführen, kann es diesen Zusammenhang in der wirklichen Welt auch nicht geben, das heißt er wäre dann in der Realität vielleicht beobachtbar, aber tatsächlich durch eine andere unbekannte Drittvariable bedingt. Im Gegensatz dazu ist es durchaus möglich, dass ein Laborexperiment zu einem bestimmten Effekt sehr hohe interne Validität aufweist, in Klammern das heißt Ursache und Wirkung sind eindeutig geklärt, dieser Effekt aber in Wirklichkeit nicht oder zumindest noch nicht auftritt. Abschnitt 1.4 Forschungsethik in der Sozialpsychologie Prinzipiell sind die ethischen Grundlagen der Psychologie im Allgemeinen für alle wissenschaftlich arbeitenden Psychologinnen und Psychologen von den Ethical Principles of Psychologists und Code of Conduct der APA geregelt. Dabei ist die wichtigste ethische Maxime eines jeden empirischen Forschers, dass durch die Teilnahme an einer Studie Versuchspersonen weder zu psychischen noch physischen Schaden kommen dürfen. Gerade die klassischen High-Impact Studien wie zum Beispiel die Milgram-Studie oder die in Abschnitt 1.1.2 bereits erläuterte Stanford-Prison-Studie haben besonders zu diesem Einstellungswandel beigetragen. Eine zentrale Aufgabe des Versuchsleiters stellt die detaillierte Aufklärung der Untersuchungsteilnehmer nach dem Experiment über die Inhalte und Hypothesen der Untersuchung dar. Dies ist in der Sozialpsychologie besonders wichtig, da hier häufig mit sogenannten in Anführungszeichen Täuschungsszenarien gearbeitet wird. Hierbei werden Versuchspersonen Instruktionen vorgelegt, die vom wahren Ziel der Untersuchung ablenken, da man sonst erwarten würde, dass Versuchspersonen sich entsprechend oder und darüber hinaus das Wissen um einen möglicherweise verkaterten nächsten Tag, an dem sie eigentlich noch einiges zu lernen hätten. Wie sie sich auch entscheiden werden, ein ungutes Gefühl wird vermutlich in jedem Fall bestehen bleiben. Mit diesem kleinen Beispiel sind wir bereits direkt in der Sozialpsychologie angelangt, genauer bei der Theorie der kognitiven Dissonanz, einer der einflussreichsten und prominentesten Theorien innerhalb der Sozialpsychologie. Allein in den letzten 50 Jahren sind dazu weit über 1000 empirische Studien veröffentlicht worden. Das Bestechende an der Dissonanz-Theorie ist, dass sie nicht nur die Sozialpsychologie als stark theoriegeleitete Disziplin sehr beeinflusst und geprägt hat, sondern dass sie auch in der Lage ist, eine Vielzahl praktischer individueller und gesellschaftlicher Phänomene zu erklären. Abschnitt 2.1 Klassische Formulierung der Dissonanz-Theorie Kognitive Dissonanz entsteht immer dann, wenn mindestens zwei verschiedene kognitive Inhalte, die wir erleben, in Klammern zum Beispiel Gedanken, Überzeugungen, Einstellungen, Wahrnehmungen, eigener Verhaltensweisen, nicht oder nur schwer miteinander vereinbar sind. In anderen Worten, Dissonanz entsteht immer dann, wenn eine bestimmte Kognition das genaue Gegenteil einer anderen Kognition impliziert. Ein mögliches Beispiel hierfür wäre folgendes Szenario. Kognition 1 Ich liege häufig ungeschützt in der prallen Sonne. Kognition 2 UV-Strahlung erhöht das Risiko für Hautkrebs. In diesem Fall stehen sich beide Kognitionen gegenüber und sollten entsprechend der Theorie hohe Dissonanz auslösen. Definition Kognitive 1. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 5. Substitution Dissonanter durch Konsonante Reduktion Reduktion der Wichtigkeit Dissonanter Kognitionen Trivialisierung zum Beispiel Ich glaube der medizinischen Forschung nicht, dass UV-Strahlung gesundheitsschädigend ist. Abschnitt 2. 2. Klassische Forschungsparadigmen In der Dissonanz-theoretischen Forschung finden sich drei verschiedene klassische Forschungsparadigmen, also klassische Herangehensweisen zur Untersuchung der Theorie. 1. Forcierte Einwilligung in Klammern Force Compliance 2. Wahlfreiheit in Klammern Free Choice und 3. Selektive Informationssuche in Klammern Selective Exposure Abschnitt 2. 2. 1 Forced Compliance Paradigma Das wohl bekannteste und am meisten beforschte Paradigma ist das sogenannte Forced Compliance Paradigma, in dessen Kontext das klassische 20-Dollar-Experiment durchgeführt wurde. Studie Forced Compliance Das 20-Dollar-Experiment In dem klassischen Experiment von Festinger und Carl Smith in Klammern Vergleiche 1959 wurden Versuchspersonen gebeten, an einer besonders langweiligen Aufgabe teilzunehmen in Klammern Abschreiben von bedeutungslosen Zahlen und Buchstabenreihen Im Experiment wurden sie von der Versuchsleitung aufgefordert, eine nachfolgende Versuchsperson anzulügen, indem sie ihr mitteilten, dass das auf sie wartende Experiment außerordentlich spannend sei. Für diese Lüge wurde ihnen entweder 1 Dollar in Klammern niedrige Rechtfertigung für die Lüge oder 20 Dollar in Klammern hohe Rechtfertigung für die Lüge als Belohnung angeboten. Als abhängige Variable erfassten die Forscher die Einstellung gegenüber der langweiligen Aufgabe, die sie zuvor in dem Experiment durchführen mussten. Das erstaunliche Ergebnis war, dass Personen mit niedriger Rechtfertigung, die also nur 1 Dollar für ihre Lüge erhielten, die Aufgabe als weniger langweilig bewerteten als diejenigen mit hoher Rechtfertigung in Klammern 20 Dollar. Festinger und Carl Smith erklärten diesen Befund so. Alle Personen, die an dem Experiment teilnahmen, erlebten kognitive Dissonanz. In Klammern Kognition 1, das Experiment war entsetzlich langweilig. Kognition 2, ich soll diese nette Studentin anlügen und erzählen, es sei total spannend gewesen. Die geht doch hinterher nicht mehr mit mir Kaffee trinken. Die Personen in der 20 Dollar Bedingung konnten ihre Lüge gegenüber der nachfolgenden Versuchsperson vor sich selbst allerdings gut damit begründen, dass sie dafür eine ordentliche Belohnung erhielten. Damit reduzierten sie die empfundene kognitive Dissonanz durch die Addition einer konsonanten Kognition. Die Personen in der 1 Dollar Bedingung konnten dies dagegen nicht. Der Betrag, mit dem sie entlohnt wurden, war zu gering, um eine hinreichende Rechtfertigung für ihr Verhalten sein zu können. Somit standen Einstellungen und Verhalten einander unvereinbar entgegen. Dem Probanden blieb nichts anderes übrig, als die kognitive Dissonanz durch eine Änderung der Einstellung zum erlebten Experiment zu reduzieren. In Klammern Naja, so schlimm war es ja nun auch nicht. Oder zumindest lernt man hier, sich zu konzentrieren. Dadurch fanden sie, statt der ausbleibenden äußeren Rechtfertigung durch 20 Dollar eine interne Rechtfertigung für ihr Handeln. Dies entspricht der Reduktion dissonanter Kognition durch Änderung der eigenen Auffassung. Studie Ende Die Befunde des 20-Dollar-Experiments wurden mit verschiedenen anderen Paradigmen repliziert. Es zeigt sich insgesamt, dass Personen, die dazu gebracht werden, einstellungsdiskrepantes Verhalten zu zeigen, versuchen, die entstehende Dissonanz durch eine Einstellungsänderung in Richtung des gezeigten Verhaltens zu verändern. Dieser Effekt ist besonders stark, wenn Personen nur geringe Rechtfertigungsmöglichkeiten für ihr einstellungsdiskrepantes Verhalten haben. Abschnitt 2.2.2 Free-Choice-Paradigma In dieser ebenfalls klassischen Versuchsanordnung werden Personen gebeten, Entscheidungen mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad zu treffen. Beispielsweise sollen Personen sechs verschiedene Konsumartikel entsprechend ihrer Attraktivität in eine Rangreihe bringen. Im Anschluss sollen sie sich entweder zwischen dem Konsumartikel an zweiter und sechster Stelle entscheiden in Klammern niedrige Dissonanzbedingungen oder zwischen dem Konsumgut an zweiter und dritter Stelle in Klammern hohe Dissonanzbedingungen. Natürlich ist klar, dass die Entscheidung zwischen Artikel 2 und 3 in Klammern vielleicht einem MP3 Player und einem neuen Handy wesentlich schwerer fallen sollte als die Entscheidung zwischen Artikel 2 und 6 also einem MP3 Player und einem Psychologie Lehrbuch. Erstere Bedingung ist deshalb diejenige, bei der am meisten Dissonanz entstehen sollte in Klammern Im Anschluss werden die Versuchspersonen gebeten, die Attraktivität der beiden zur Auswahl stehenden Konsumgüter zu bewerten. Hier ist typischerweise zu beobachten, dass Personen in der Bedingung mit hoher Dissonanz in Klammern Wahl zwischen Konsumgut an zweiter und dritter Stelle stärker aufwerten als Personen in der niedrigen Dissonanz Bedingung in Klammern Wahl zwischen Konsumgut an zweiter und sechster Stelle. Dieser Effekt wird Spreading Apart of Alternatives genannt und zeigt anschaulich, wie Menschen dazu neigen, Dissonanz, die durch eine Entscheidungssituation erzeugt wird, durch Aufwertung der gewählten zu reduzieren. In Klammern siehe hierzu auch Abbildung 2.2 im gedruckten Buch. Abschnitt 2.2.3 Selective Exposure Paradigma In Klammern selektive Informationssuche Wenn Personen in ihrer Umwelt nach neuen Informationen suchen, dann tun sie dies oftmals nicht unabhängig von ihren Standpunkten, Erwartungen, Wünschen und Entscheidungen. Verschiedene Forschungen zeigen, dass Personen systematisch Informationen bevorzugen, die ihre sozialen Stereotype, Einstellungen, Verhandlungserwartungen, selbstwertdienlichen Schlussfolgerungen und Entscheidungen unterstützen. So wählen wir in der Zeitung vornehmlich Artikel oder Kommentare zum Lesen aus, die unserer eigenen politischen Einstellung entsprechen. Oder wir besuchen eher eine Wahlveranstaltung unserer präferierten Partei, statt diejenige der Oppositionspartei. Im Hinblick auf eine selbstwertdienliche Schlussfolgerung können wir dazu neigen, einseitig auf unsere Erfolge oder positive Rückmeldungen zu schauen, statt auch unsere Fehler, Unzulänglichkeiten und Misserfolge im Blick zu haben. Im klassischen Selective Exposure Paradigma wird Dissonanz vorwiegend durch eine schwierige Entscheidung zwischen zwei Alternativen induziert. Dies können zum Beispiel zwei gleichattraktive Konsumgüter, zwei unterschiedliche Investmentstrategien oder politische Entscheidungen sein. Im Anschluss erhalten die Untersuchungsteilnehmer zusätzliche Informationen, in Klammern zwischen acht und sechzehn Stück, die zur Hälfte die eigene Entscheidung bekräftigen, in Klammern konsistent sind und ihr zur anderen Hälfte widersprechen, in Klammern also inkonsistent zu der eigenen Entscheidung sind. Wenn die Entscheidung beispielsweise darauf abzielt, sich entweder für oder gegen eine stärkere Terrorismusbekämpfung bei Beschneidung der Grundrechte auszusprechen und der Proband sich dagegen entscheidet, wäre hierbei eine konsistente Information, dass es bei Beschneidung der Grundrechte möglicherweise zum Missbrauch seitens der Politik kommen kann. Dieses Argument unterstützt somit die Meinung der Versuchsperson. Dagegen wäre die Information, dass die Bevölkerung durch eingeschränkte Grundrechte leichter vor Terroranschlägen geschützt werden kann, inkonsistent zur vorherigen Entscheidung. Die Versuchsteilnehmer können dann entscheiden, zu welchen Informationen sie gerne einen wesentlich ausführlicheren Artikel lesen möchten. Typischer Befund ist, dass Personen systematisch mehr entscheidungskonsistente als inkonsistente Informationen auswählen, Schrägstrich anfordern und somit mehr Artikel zu den Informationen lesen, die ihre Entscheidung unterstützen. Dieser Effekt der verzerrten Informationsauswahl wird auch als Selective Exposure Effekt bezeichnet. Er zeigt sich im sogenannten Konfirmations Bias, in Klammern von English Confirmation Bias, der die Differenz zwischen den gewählten konsistenten und den gewählten inkonsistenten Informationen angibt. Die Personen fühlen sich darin bestätigt, dass es mehr Belege für die getroffene Entscheidung gibt als dagegen. Daraus resultiert eine verzerrte Wahrnehmung zugunsten der konsistenten Information. Beispiel Das Risiko von Fehlentscheidungen Praktische Bedeutung selektiver Informationssuche Die Erforschung von Determinanten und Prozessen, die mit dem Phänomen der selektiven Informationssuche in Klammern Selective Exposure in Verbindung stehen, ist von besonderer Wichtigkeit, weil dieses Phänomen mit schwerwiegenden Risiken verbunden sein kann. Selektive Informationssuche kann dazu führen, dass Personen bei Entscheidungen potenzielle Risiken und Warnsignale übersehen, sodass sie Standpunkte aufrechterhalten, die aufgrund der objektiven Informationslage nicht angemessen oder falsch sind. Als politisches Beispiel hierzu dient die Irak-Politik unter dem US-Präsidenten George W. Bush. Aufgrund einseitiger CIA-Berichte leitete dieser einen Präventivkrieg gegen den Irak ein, da vermutet wurde, dass deren Staatschef Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfügte. Obwohl genügend Anzeichen dieser Annahme widersprachen, wurde der Krieg fortgesetzt und damit an der Meinung festgehalten. Obwohl man schließlich zu der Erkenntnis kam, dass dieses Vorgehen fehlgeleitet war, da der Irak über keine derartigen Massenvernichtungswaffen verfügte, war die Zerstörung nicht rückgängig zu machen. Beispiel Ende Derartige Fehlentscheidungen sind weniger wahrscheinlich, wenn Personen ausgewogen nach unterstützenden und widersprechenden Informationen suchen. Dies trifft vor allem dann zu, wenn neue Informationen nach einer vorläufigen Entscheidung verfügbar sind und durch die Integration widersprechender Informationen eine frühzeitige Korrektur von Fehlentscheidungen noch möglich wäre. Obwohl eine selektive Informationssuche bei komplexen Entscheidungsproblemen in der Realität durchaus Vorteile haben kann, sie kann zum Beispiel Zeit oder Kosten ersparen, da es natürlich sehr aufwendig ist, immer zu allen entscheidungsalternativen Informationen zu sammeln und zu vergleichen, muss zusammenfassend festgestellt werden, dass in Situationen mit hohen Risiken und mit relativer Transparenz von Vor- und Nachteilen bestimmter Entscheidungsalternativen die Wahrscheinlichkeit negativer Entscheidungsergebnisse erhöht ist, wenn Informationen selektiv ausgesucht werden. Ein Großteil der bisherigen Forschungen zu selektiver Informationssuche wurde im theoretischen Kontext der Dissonanztheorie von Festinger in Klammern Vergleiche 1957 und 1964 durchgeführt, die davon ausgeht, dass Personen nach Entscheidungen Dissonanz erleben und deshalb systematisch nach entscheidungsunterstützenden Informationen suchen, um diesen aversiven beziehungsweise unangenehmen motivationalen Zustand abzubauen. Klassische Forschungen wiesen beispielsweise nach, dass Personen immer dann unterstützende Informationen bevorzugen, wenn sie sich frei für eine bestimmte Handlungsalternative entscheiden können, wenn sie sich ihrem Standpunkt verpflichtet fühlen, wenn eine Entscheidung oder ein bestimmter Standpunkt nicht rückgängig zu machen sind oder der Grad der Dissonanz ansteigt. Neuere Erklärungsansätze sind jedoch eher kognitiver Art. Hier steht nicht der Abbau des aversiven motivationalen Zustands im Vordergrund, sondern vielmehr wird der Confirmation Bias durch die unterschiedliche Bewertung konsistenter und inkonsistenter Informationen erklärt. Demnach betrachtet man konsistente Informationen bereits a priori als qualitativ hochwertiger und testet im Gegensatz dazu inkonsistente Informationen wesentlich kritischer. Die Folge der Überbewertung konsistenter im Vergleich zu inkonsistenten Informationen ist, dass hinsichtlich der Auswahl von Informationen erstere bevorzugt werden. Abschnitt 2.2.4 Dissonanz und Gesellschaft Dissonanz in Gruppen Studie Dissonanzreduktion in Gruppen Festinger, Rieken und Schachter führten 1956 eine besonders aufschlussreiche Untersuchung zu Mechanismen der Dissonanzminderung durch. Diese Forscher untersuchten im Rahmen einer Verhaltensbeobachtung, bei der Festinger sich übrigens selbst als Sektenmitglied ausgab, eine sogenannte Weltuntergangssekte. Mitglieder dieser Sekte waren davon überzeugt, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt in naher Zukunft die Welt untergehen würde. Festinger und Kollegen wollten wissen, wie die Sektenmitglieder reagieren würden, wenn die Welt nun doch nicht unterginge. Als der vermeintliche Tag des vorhergesagten Weltuntergangs vorüber war und die Welt, welche Überraschung, nicht unterging, bemerkte Festinger, dass die Sektenmitglieder die dadurch entstandene Dissonanz reduzierten, indem sie annahmen, dass ihre Gebete die Welt gerettet haben. Ganz von dieser Annahme und deren Richtigkeit überzeugt, begannen sie sogar damit, durch Missionen neue Mitglieder für ihre Sekte anzuwerben. Diese Strategie der Dissonanzreduktion entspricht damit der Substitution Dissonanter durch Konsonante Information. Studie Ende Es ist leicht über die Irrationalität der Anhänger eigentümlicher Sekten zu schmunzeln. Die Dissonanztheorie, wie jede andere psychologische Theorie, macht aber vor niemandem Halt. Daher drängt sich die Frage auf, ob sich auch in etablierten Massenreligionen ähnliche Phänomene zeigen. Im Christentum wurde beispielsweise wiederholt die Wiederkehr Christi und damit das Ende der Welt vorhergesagt. Wie wir wissen, sind derartige Prophezeiungen nicht eingetreten. Dennoch führte deren Widerlegung nie zum Zusammenbruch des Christentums oder irgendeiner anderen Religion. Beispiel Die Kuba-Invasion Negative Folgen kollektiver Dissonanzminderung Ein aufschlussreiches Beispiel zur Dissonanz und ihrer Reduktion innerhalb einer sozialen Gruppe zeigt sich in der politischen Geschichte der Vereinigten Staaten. Das Resultat dieser kollektiven Dissonanzminderung war das Fiasko der Invasion Kubas im Jahr 1961. Nachdem Fidel Castro mit seinen kommunistischen Weggefährten Kuba eroberte, beriet Präsident Kennedy mit seinem Stab darüber, wie man Kuba wieder aus Kastros Hennen entreißen könnte. Kennedy und die meisten seiner Berater favorisierten den Plan, Kuba mit einer Truppe von Exil-Kubanern in einer militärischen Überfallaktion zurückzuerobern. Die Operation sollte von Nicaragua aus durchgeführt werden, mit dem Ziel, die Revolutionsregierung viele Kastros zu stürzen. Dazu sollte die CIA von den freiwilligen Exil-Kubanern unterstützt werden. Nur wenige seiner Berater waren gegen diesen Plan. Der Angriff auf Kuba scheiterte kläglich und die meisten kubanisch-amerikanischen Soldaten wurden noch am Strand getötet oder gefangen genommen. Beispiel Ende Janis analysierte Audiobänder der Gruppendiskussion von Kennedy und seinen Beratern. Er fand dabei das sogenannte Groupthink Phänomen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass eine ausgewogene und umfassende Betrachtung der Tatsachen zugunsten des Gruppenerhalts bzw. einer einheitlichen Meinung aufgegeben wird. Im Hinblick auf die Kuba-Invasion bedeutet dies, dass Kritiker des Präsidenten systematisch abgewertet und mundtot gemacht wurden. Es zeigte sich also, dass die Mehrheit der Gruppe selektiv nur nach Informationen innerhalb der Gruppe suchte, die den Angriffsplan unterstützte. Kritische und widersprechende Informationen wurden nicht auf ihre Wertigkeit geprüft bzw. gar nicht erst zur Kenntnis genommen. Wie bereits geschildert, kam bei der Entscheidung, den Irak aufgrund von vermuteten Massenvernichtungswaffen anzugreifen, ähnliche Prozesse zum Tragen. Auch hier wurde am Gruppenentscheid festgehalten und andere widersprechende Informationen wurden konsequent gewertet. Siehe hierzu Abbildung 2.3 im gedruckten Buch. Ebenfalls im politischen Kontext untersuchten Sweeney und Gruber die Rolle der selektiven Informationssuche. Als der damalige republikanische US-Präsident Richard Nixon wiedergewählt werden wollte, ließ er das Wahlkampfbüro seines demokratischen Gegners George McGovern durch heimlich installierte Mikrofone abhören. Dies flog nach einiger Zeit auf und verursachte einen der größten politischen Skandale der US-amerikanischen Geschichte. Sweeney und Gruber interessierten sich nun dafür, wie Wähler der Republikaner in diesem Kontext Dissonanz Nixen hat die freiheitlichen Grundrechte unserer Verfassung verletzt reduzierten. Die Forscher befragten Republikaner und Demokraten darüber, welche und wie viele Informationen sie über den politischen Skandal aus den Zeitungen kannten. Wie erwartet zeigte sich, dass Demokraten wesentlich mehr Informationen aus den Medien über den Skandal erinnerten als Wähler der Republikaner. Der Grund dafür liegt darin, dass der Skandal für Demokraten keine Dissonanz erzeugte, da negative Informationen über den Präsidenten Nixon eher konsistent zu ihrer Ansicht waren. Bei den Republikanern stellte sich die Sache natürlich anders dar, denn die Widersprüche waren enorm. Es schien, als ob diese ihre Dissonanz über den politischen Skandal dadurch reduzierten, dass sie Informationen über den Skandal in den Medien einfach ignorierten und selektiv vermieden, in Klammern Subtraktion dissonanter Kognitionen. Ähnliche Effekte fanden Jonas, Graubmann, Fischer, Greitemeier und Frey, in Klammern Vergleiche 2003, im Rahmen der CDU-Parteispenden Affäre in Deutschland. Auch hier vermieden Wähler der CDU Informationen zum Parteispendenskandal wesentlich stärker als Wähler anderer Parteien. Wir alle können, wenn wir ganz ehrlich sind, diese Verhaltenstendenz vermutlich bei uns selbst beobachten. Wir bevorzugen Zuspruch statt Widerspruch. Dissonanz variiert zwischen Kulturen. Schließlich ist auch wichtig zu betonen, dass Dissonanz interkulturell variieren kann. Forscher fanden signifikante Unterschiede darin, wie Asiaten, in Klammern eher kollektivistisch orientierter Kulturkreis, und Personen europäischer Herkunft, in Klammern eher individualistisch orientierter Kulturkreis, ihre Entscheidungen rechtfertigen. Kollektivisten tendieren dazu, Entscheidungen besonders stark vor allem dann zu rechtfertigen, wenn sie diese für einen Freund anstatt für sich selbst getroffen haben. Bei Individualisten war dieser Effekt genau umgekehrt. Diese zeigten Rechtfertigungstendenzen in Klammern Dissonanzreduktion vor allem dann, wenn sie die Entscheidung für sich selbst anstatt für andere Freunde trafen. In einer anderen Studie konnte auch gezeigt werden, dass Dissonanzreduktionsprozesse auch zu verstärktem Autoritarismus, Extremismus und zur Abwertung von Außengruppen führen können. McGregor, Senna, Holmes und Spencer konnten zeigen, dass das Ausmaß persönlicher Unsicherheit, in Klammern induziert durch eine Bedrohung der Selbstintegrität, zu extremen Überzeugungen in sozialen Themenbereichen führte. Dies wurde dagegen nicht beobachtet, wenn die Bedrohungsmanipulation zur persönlichen Unsicherheit ausblieb. Weitere interessante Dissonanzeffekte gibt es auch in jüngeren Studien. Norton, Monnen, Cooper und Hawke fanden, dass Personen sogar stellvertretend für andere Menschen Dissonanz reduzieren. Dieses Phänomen der stellvertretenden Dissonanz, in Klammern Vicarious Dissonance, wurde folgendermaßen nachgewiesen. Untersuchungspersonen betrachteten andere Personen, die sich in einer Situation befanden, in der sie starke Dissonanz empfinden sollten. Der Proband beobachtete also ein Mitglied der eigenen Gruppe, in Klammern hier, deselben Colleges, das in einem Forced-Choice-Paradigma dazu gezwungen wurde, sich in einer Rede für ein bestimmtes Thema zu engagieren, obwohl die Person eigentlich eine gegenteilige Auffassung dazu hatte. Wie wir oben bereits gehört haben, war zu erwarten, dass diese Person aufgrund ihres einstellungsinkonsistenten Verhaltens ihre Haltung zu diesem Thema ändern sollte. Nur so konnte ihre Dissonanz reduziert werden. Aber welche Konsequenzen hat dies für den Beobachter dieser Situation? Die Ergebnisse zeigen, dass Personen, die andere Gruppenmitglieder in dieser Situation beobachteten, ihre Einstellung ebenfalls in Richtung des gezeigten einstellungsdiskrepanten Verhaltens änderten. Vermutlich wurde dieser Befund darüber vermittelt, dass sich die Beobachter vorstellten, selbst in dieser Situation zu sein, was sie als sehr unangenehm erlebten, so als würden sie selbst die kognitive Dissonanz der anderen Personen empfinden. Abschnitt 2.3.1. Wie wird Dissonanzreduktion psychologisch vermittelt? Wie bei allen psychologischen Theorien und Effekten stellt sich auch bei der Dissonanzreduzierung die Frage, welche Prozesse der Motivation oder der Kognition eine entscheidende Vermittlerrolle spielen. Motivation ist relevant, wenn Menschen ein Verhalten zeigen, dessen vorwiegendes Ziel es ist, negative Gefühle zu lindern oder positive Emotionen zu wecken. Kognition ist dagegen relevant, wenn die Menschen Verhalten zeigen, dessen primäres Ziel es ist, die Kohärenz von Denken und Handeln zu bewahren beziehungsweise wiederherzustellen. Die Forschung zeigt, dass die Dissonanzminderung ohne motivationale Prozesse nicht auskommt. Vereinfacht gesagt, Gefühle sind im Spiel, selbst wenn gleichzeitig diszipliniertes Denken abläuft. Elkin und Leipe berichten, dass die Erregung kognitiver Dissonanz tatsächlich mit erhöhter physiologischer Erregung einhergeht. Weitere Befunde stützen die Annahme, dass eine solche physiologische Erregung als Folge kognitiver Dissonanz auch zu ähnlichen Effekten führt wie eine generelle unspezifische physiologische Erregung. So zeigen Personen im Zustand physiologischer Erregung bekanntermaßen eine bessere Leistung bei einfachen als bei schwierigen Aufgaben. Kiesler und Palak konnten zeigen, dass dies ganz genauso ist, wenn die physiologische Erregung durch Dissonanz hervorgerufen wurde. Im Gegensatz zu diesen objektiven Betrachtungen, die vielleicht nahelegen, Dissonanzerregung wäre einfach ein physiologischer Zustand wie viele andere auch, zeigte sich in weiten Untersuchungen auf subjektiver Ebene, dass Dissonanz sehr wohl als ein unangenehmer psychologischer Zustand erlebt wird, der nicht zu vergleichen ist mit einem lediglich generellen Zustand erhöhter physiologischer Erregung. In Übereinstimmung mit dieser Sicht steht auch die Formulierung des sogenannten New Look Model of Dissonance von Cooper und Fazio in Klammernvergleiche 1984. Die Autoren unterscheiden zwischen Dissonanzmotivation und Dissonanzerregung. Danach ist Dissonanzerregung durch einen unspezifischen Erregungszustand in Klammern Arousal charakterisiert, welcher nachfolgend sowohl positiv als auch negativ interpretiert werden kann. Nur wenn Personen diesen generellen Erregungszustand als negativ interpretieren, führt er auch zu einer unangenehmen psychologischen Empfindung und in der Folge zur Dissonanzmotivation, das heißt dem Bedürfnis, die erlebte Dissonanz zu reduzieren. Dies geschieht mittels der zuvor beschriebenen typischen Dissonanzreduktionsmechanismen, in Klammern zum Beispiel Einstellungsänderung, selektive Informationssuche, Rechtfertigung etc. Abschnitt 2.3.2 Dissonanz und selbstbezogene Inkonsistenz Eine weitere, einflussreiche Revision der Dissonanztheorie wurde von Aronson vorgelegt, welche sich vor allem mit dem Zusammenhang von Dissonanzerregung und dem individuellen Selbst einer Person befasst. Aronson nimmt an, dass Dissonanzerregung und nachfolgende Dissonanzreduktion nur dann einsetzen, wenn ein Verhalten eigenen, grundlegenden Kernüberzeugungen und Einstellungen widerspricht. Demnach entsteht Dissonanz nicht, weil lediglich zwei Kognitionen inkonsistent zueinander sind, sondern weil diese Kognitionen eine selbstbezogene Inkonsistenz hervorrufen, also im Widerstreit mit ganz grundsätzlichen Merkmalen der eigenen Person stehen. Das heißt, beim klassischen 20-Dollar-Experiment entsteht Dissonanz nicht wegen der Kognitionen, das Experiment ist langweilig und ich sagte, das Experiment sei spannend, sondern beispielsweise wegen der Kognition, ich bin eine ehrliche Person und ich habe einen Mitstudenten belogen. Beide dieser Kognitionen betreffen auf tieferer Ebene den Kern der Person, in Klammern deren Werte, moralischen Vorstellungen etc. und nicht nur ihr sichtbares Verhalten. In einem mittlerweile klassischen Experiment konnten Stone, Aronson, Crane, Winslow und Freed, in Klammern Vergleiche 1994, in ihrer sogenannten Hypocrisy, in Klammern Heucheleiexperimenten, diese erste selbstbasierte Revision der Dissonanztheorie bestätigen. Studie Die Heucheleiexperimente Die Forscher ließen in den sogenannten Hypocrisy-Experimenten ihre Versuchsteilnehmer zunächst eine unterstützende Rede für safer Sex halten. Das heißt, sie mussten begründen, warum es wichtig sei, keinen ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben. Nachfolgend kreuzten die Autoren zwei experimentelle Faktoren miteinander, das heißt, sie untersuchten in demselben Experiment gleichzeitig zwei verschiedene Einflüsse auf die abhängige Variable, in Klammern das jeweilige Verhalten, und erzeugten dadurch für verschiedene Personen unterschiedliche Bedingungen. Faktor 1 Einfluss von Öffentlichkeit Die Personen in dieser Gruppe hielten diese Rede entweder öffentlich, in Klammern das heißt vor einer Videokamera, und in dem Bewusstsein, dass andere Personen diese Rede später sehen und hören können, oder privat, in Klammern keine Videokamera, niemand wird diese Rede je sehen oder hören. Faktor 2 Erinnerung an eigenes inkongruentes Verhalten Im Rahmen des zweiten experimentellen Faktors wurden die Versuchspersonen entweder an eine Situation erinnert, in der sie gegen die Safer Sex Norm verstoßen hatten, oder nicht. Dies wurde erreicht, indem die eine Hälfte der Versuchspersonen einen kurzen Aufsatz über eine Situation schreiben musste, in der sie ungerechtfertigterweise kein Kondom verwendete, während die zweite Hälfte dagegen über eine irrelevante, in Klammern nicht themenbezogene Situation schrieb. Dadurch erzeugte die Versuchsleitung bei einigen Versuchspersonen gezielt eine kognitive Dissonanz, nämlich bei denjenigen, die zunächst öffentlich für Safer Sex argumentieren sollten, in Klammern Faktor 1, Subgruppe öffentlich, und zugleich aber im Faktor 2 zu der Subgruppe gehörten, die sich eingestehen musste, sich selbst nicht immer an Safer Sex gehalten zu haben. Als abhängige Variable wurde gemessen, wie viele von ihrem Versuchspersonenentgelt die Untersuchungsteilnehmer in Kondome umtauschten, die ihnen der Versuchsleiter beim Verlassen des Labors anbot. Inwiefern investierten die Probanden also in zukünftigen Safer Sex? Es fand sich, dass die Personen in der sogenannten Heuchelei-Bedingung, in Klammern also jene, die eine öffentliche Rede für Safer Sex hielten, nachfolgend aber daran erinnert wurden, sich selbst nicht immer entsprechend verhalten zu haben, besonders viel Versuchspersonenhonorar in Kondome umtauschten. Dieses Ergebnis widerspricht der ursprünglichen Annahme der Dissonanztheorie, denn dieser zufolge hätten gerade die Heuchler aufgrund ihrer erlebten Dissonanz, in Klammern nicht einhalten des eigenen Grundsatzes, dazu tendieren sollen, diese durch Einstellungsänderung, in Klammern, ich bin gegen Safer Sex und kaufe daher auch keine Kondome, oder Trivialisierung, in Klammern, diese Ausnahmen sind nicht der Rede wert und im Grunde halte ich mich an Safer Sex abzubauen. Seitdessen kaufte ausgerechnet diese Personengruppe die meisten Kondome beziehungsweise Zeitschriften zu Safer Sex. Dies kann man so interpretieren, dass das inkonsistente Verhalten dieser Probanden ihren persönlichen Werten und grundlegenden Einstellungen widersprach. Es waren also wichtige selbstbezogene Aspekte betroffen. Studie Ende Man kann folglich aus diesen Heucheleiexperimenten schließen, dass kognitive Dissonanz und nachfolgende Dissonanzreduktion nur dann auftreten, wenn das einstellungsdiskrepante Verhalten den Kern der eigenen Person betrifft, mit all ihren Werten, Normen und Kernüberzeugungen. Dieser Befund konnte in weiteren Studien mehrfach repliziert werden und spricht für die Validität der ersten selbstbasierten Revision der Dissonanztheorie von Aronson. Abschnitt 2.3.3 Positives Selbstbild und kognitive Dissonanz Mehr Schein als Sein In einer weiteren neueren Revision der Dissonanztheorie postulieren Forscher aus dem Bereich der Selbstaffirmationstheorie, dass Dissonanzeffekte nicht aus der einfachen Inkonsistenz zwischen Kognitionen entstehen, sondern aus dem Bedürfnis von Personen heraus, ein positives Selbstbild in Klammern Selbstintegrität aufrecht zu erhalten. Wenn sich Personen aus freien Stücken heraus dazu entscheiden, ein bestimmtes einstellungsdiskrepantes Verhalten zu zeigen, in Klammern wie zum Beispiel beim 20-Dollar-Experiment eine andere Person anzulügen, dann bedroht dies das positive Selbstbild, das Personen normalerweise von sich haben. Die Bekräftigung bzw. Stärkung anderer wichtiger Teile des Selbst hilft dagegen, diese Bedrohung der Selbstintegrität zu kompensieren, in Klammern fluid compensation. Empirisch bestätigt wurde diese theoretische Erweiterung von Stihl, der zeigen konnte, dass typische Dissonanzreduktionsprozesse ausbleiben, wenn Versuchspersonen nach der Dissonanzerzeugung die Möglichkeit hatten, wichtige Aspekte ihrer allgemeinen Selbstintegrität zu bekräftigen, in Klammern zum Beispiel durch das Schreiben eines Aufsatzes über einen wichtigen Wert, den sie vertreten. Wenn man sich also selbst auf andere Weise darin bestätigt, grundsätzlich ehrlich und integer zu sein, kann man eine kognitive Dissonanz, die diesem Grundsatz in einem konkreten Bereich widerspricht, besser aushalten und man bemüht sich nicht automatisch um eine Reduktion der Dissonanz, wie es die klassische Dissonanztheorie noch vorhergesagt hatte. In ähnlicher Weise zeigten Tessa und Cornell, dass die erhöhte Salienz, in Klammern kognitive Zugänglichkeit, von positiven Selbstbewertungen die Motivation zur Dissonanzreduktion verringert. Menschen sind grundsätzlich motiviert, möglichst korrekte Urteile und Entscheidungen zu treffen, in Klammern Wahrheitsmotivation. Diese Grundeinstellung hat evolutionäre Wurzeln, da das Überleben des Menschen in einer herausfordernden Umwelt nicht möglich gewesen wäre, wenn er nicht ein Meister darin geworden wäre, seine Urteils- und Entscheidungsprozesse zu optimieren und den Gegebenheiten der Umwelt anzupassen. Grundsätzlich ist es in allen Bereichen wichtig, bei Entscheidungen Fehler gering zu halten oder ganz zu vermeiden. Dies gilt sowohl für Einzelpersonen als auch für Gruppen, Organisationen und ganze Gesellschaften. Natürlich gelingt es nicht immer optimal zu urteilen und zu entscheiden. Die psychologische Forschung hat zahlreiche Prozesse und Effekte aufgedeckt, die die menschliche Urteilskraft zumindest in bestimmten Situationen infrage stellen. Fehlerhaftes Denken kann tragische Folgen haben. Aber wie kommen durchschnittliche Einzelpersonen, Politiker und Politikerinnen oder Führungskräfte in der Wirtschaft zu ihren Urteilen beziehungsweise Entscheidungen und durch welche Faktoren werden diese positiv oder negativ beeinflusst? Wie entscheidet ein Individuum darüber, ob es sein Geld lieber in Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren anlegt, ob es bei Schmerzen ärztlichen Rat einholt oder nicht oder ob es Psychologie oder Betriebswirtschaft studieren soll? Das folgende Kapitel betrachtet diese Fragen aus sozialpsychologischer Perspektive. Abschnitt 3.1 Urteilsheuristiken Menschen treffen nicht nur Triviale, sondern auch wichtige Entscheidungen oft spontan oder intuitiv. Sie weisen dabei inneren und äußeren Wahrnehmungen Bedeutungen zu, wobei diese Bedeutungszuweisungen häufig einfachen Daumenregeln oder Heuristiken, in Klammern Strategien, bei der Lösung eines Problems folgen, um den kognitiven Aufwand für die entscheidungsrelevante Informationsverarbeitung zu reduzieren. Oft sind Urteilsprobleme so komplex, dass der Algorithmus, in Klammern mehrstufige Handlungsvorschrift zur Problemlösung, der zur korrekten Lösung führt, nicht im Kopf zu berechnen ist. In einem solchen Fall muss sich der Mensch auf Heuristiken verlassen können. Definition Urteilsheuristiken sind Daumenregeln, mit denen man komplexe Entscheidungsprobleme möglichst schnell und einfach zu lösen versucht. Definition Ende Die Mindestanforderung an eine Heuristik ist, dass sie zu Urteilen führt, die besser sind, als wenn man einfach auf das Zufallsprinzip zurückgegriffen hätte. In Klammern zum Beispiel, wenn man eine Münze geworfen hätte, sei es in Gedanken oder tatsächlich in Realität. Die besten Heuristiken liefern Urteile, die beinahe so gut, oder manchmal sogar noch besser, sind als die Resultate der Algorithmen. Eine Heuristik benötigt nur wenige Informationen, um angewendet werden zu können. Oft genügt sogar nur eine einzige Information. Damit führen Heuristiken schnell zu einem Ergebnis. Mit anderen Worten, Heuristiken sind fast and frugal, das heißt sparsam und schnell. Kahneman und Frederick beschreiben diese Art des Denkens als einen Austauschvorgang, in Klammern Attribute Substitution. Wenn ein Urteilsproblem zu kompliziert ist, löst das heuristische Denksystem stattdessen ein ähnliches, aber einfacheres Problem. Abschnitt 3.1.1 Individuelle Urteile Auch im sozialen Kontext urteilen und entscheiden Menschen oft mit Hilfe von Heuristiken. Wenn wir uns selbst eine Meinung bilden und uns fragen, was wir glauben oder tun sollen, verlassen wir uns oft auf einzelne Experten oder das soziale Einverständnis, in Klammern das Urteil der Mehrheit. Experten sind sozusagen die Vermittler zwischen uns und dem gesicherten Wissen. Müssen wir uns dieses Wissen selbst erarbeiten, in Klammern, sofern wir dies überhaupt könnten, so würden wir viel Zeit verlieren. Menschen mit Expertise haben hier quasi die Rolle eines Trichters, durch den uns Informationen in aufbereiteter und verdichteter Form zulaufen. Da wir dadurch zu Wissen gelangen, hat das Vertrauen in Experten also eine rationale Grundlage. Gleichermaßen ist aber auch klar, dass dieses Vertrauen Grenzen haben muss. Es kann immer sein, dass auch Experten inkompetent sind oder dass ihr Urteil durch Selbstinteresse beeinflusst wurde. Eine interessante Studie des Wall Street Journals illustriert dies auf beeindruckende Weise. Studie Der Wall Street Contest Experten gegen Dartwürfe Matt Carr von Malkiel, in Klammern 1994, untersuchten die Frage, ob Aktienexperten bessere Anlageentscheidungen treffen als Laien. Als Aktienexperten befragten sie Wall Street Analysten um Aktientipps. Das heißt, diese schlugen eine Liste von Aktien vor, die ihrer Meinung nach in naher Zukunft steigen würden. Diese Vorschläge wurden dann mit der Kontrollgruppe der Nicht-Experten verglichen. Diese basierte auf zufällig durchgeführten Dartwürfen. Nach einer Dauer von ca. zwei Jahren zeigte sich, dass sich die Aktientipps der Experten nicht besser, sondern häufig sogar schlechter entwickelten als die per Dartwurf ausgewählten Aktientitel. Vielleicht sollten die Experten also lieber Dart spielen. Studie Ende Der Verlass auf das kollektive, in Klammern gemeinschaftliche, Urteil wird oft als Konformität oder Massenpsychologie abgetan. In der Tat muss vor blindem Vertrauen auf die Richtigkeit des Mehrheitsurteils gewarnt werden. Trotzdem kann die Bereitschaft, es anderen gleich zu tun, in vielen Situationen hilfreich sein. Dieser positive Effekt des sich anschließens ist in den letzten Jahren unter dem Begriff »Weisheit der Menge«, in Klammern Vergleich von Zuruviacki, 2004, populär geworden. Der empirische Effekt selbst, bzw. seine mathematische Basis, ist jedoch älter als die entsprechenden experimentellen Befunde der Sozialpsychologie. Bereits Sir Francis Galton, der berühmte Cousin Darwins und Begründer der modernen Regressionsstatistik, sammelte nämlich im Jahr 1907 folgende Daten auf einem Viehmarkt. Ein Ochse wurde gewogen und jeder Händler schätzte sein Gewicht. Die Schätzwerte waren zwar recht unterschiedlich, aber der Mittelwert aller Schätzungen lag nur um neun Pfund daneben. Nicht umsonst wird beispielsweise auch der Publikumsjoker in der Sendung »Wer wird Millionär?« eingesetzt. Messtheoretisch ausgedrückt ist jede individuelle Schätzung ein Messwert, der sich als Summe des wahren Wertes und eines zufallsverteilten Messfehlers darstellen lässt. Die Mittelung vieler unabhängiger Messungen führt zur wechselseitigen Ausschaltung von Über- und Unterschätzungen. Was bleibt, ist ein fast fehlerfreies Ergebnis. Dem Schätzer, der dies weiß, kann der Mittelwert einer Gruppe von Urteilen, also als Heuristik, dienen. Selbstverständlich können bei einer Entscheidung sowohl Experten- als auch Gruppenurteile berücksichtigt bzw. beide miteinander kombiniert werden. Viele Menschen, die unter mysteriösen Beschwerden leiden, tun gut daran, die Meinungen mehrerer Ärzte einzuholen. In diesem Beispiel ist das heuristische Resultat allerdings kein Mittelwert, sondern das Urteil der Mehrheit. Bei Schätzungen physischer Eigenschaften, in Klammern z.B. dem Gewicht oder der Größe eines Gegenstands, scheint die Strategie, soziale Heuristiken zu nutzen, recht unproblematisch zu sein. Hier wird jedoch mitunter in Frage gestellt, ob der zur Heuristik greifende Mensch hinreichend autonom sei. Dies bleibt ein Spannungsfeld, da es in unserer Gesellschaft ein gewisses moralisches Mandat ist, eine eigene Meinung zu pflegen und zu artikulieren. Auch wenn es hierfür gute Gründe gibt, kann es zu Urteilen und Entscheidungen führen, die weniger gut sind als diejenigen der Gruppe. Ein zweites Problem stellt sich ein, wenn die Nachahmungsheuristik zu Versorgungsengpässen führt. Nehmen wir beispielsweise an, 100 Personen müssten sich entscheiden, ob sie lieber in den Biergarten oder den Weinkeller gehen wollten. Haben die beiden ersten Personen eine Neigung zum Bier und alle anderen orientieren sich an deren Meinung, so wird es ein Gedränge im Biergarten geben, während der Winzer sozusagen auf dem Trocknen sitzt. Die Nachahmungsheuristik kann also zu kaskadenhaften Verhalten und somit zu Koordinationsverlusten führen. Abschnitt 3.2 Verzerrungen im Entscheidungsprozess Heuristiken tragen dazu bei, dass wir wichtige Ereignisse korrekt identifizieren, situationsrelevantes Wissen sammeln und kognitiv aktivieren und schließlich, dass wir mögliche Handlungsalternativen ausloten, um uns letztlich auf eine bestimmte Situation adäquat einstellen zu können. Obwohl wir durch die Verwendung von Heuristiken schnelle und meist adäquate Entscheidungen treffen können, führen Heuristiken auch häufig zu systematischen Entscheidungsfehlern. Im Folgenden werden die wichtigsten kognitiven, in Klammern gedanklichen und motivationalen Fehler bei Entscheidungen kurz erläutert. Abschnitt 3.2.1 Ankerheuristik In Klammern Anchoring and Adjustment Menschen tendieren dazu, neue, entscheidungsrelevante Informationen auf Grundlage ihres bereits bestehenden, relevanten Vorwissens zu interpretieren. Mit anderen Worten, bereits bestehende Hypothesen über einen bestimmten Sachverhalt oder entsprechende Daten dazu lenken und leiten die weitere Informationsverarbeitung. Definition Die Ankerheuristik besagt, dass Urteile in relativer Abhängigkeit von einem situationalen und informationalen Bezugsrahmen getroffen werden. Definition Ende In ihrem einflussreichen Buch zur Psychologie des Urteilens und Entscheidens erklärten Hastie und Dorst die Ankerheuristik zum Prototyp des intuitiven Denkens, in Klammern im Gegensatz zum analytischen Denken. Viele weitere Heuristiken können als spezielle Ausformungen der Ankerheuristik begriffen werden. Eine Expertenmeinung oder der gemittelte Entscheidungswert der Menge kann als Anker dienen, an dem sich das endgültige Urteil des Einzelnen orientiert. In den obigen Beispielen führen Anker zu treffenden Urteilen. Was passiert aber, wenn der Anker falsch ist? Will man zum Beispiel das Todesjahr Napoleons schätzen, so könnte man zunächst das Jahr 1815 als Anker festlegen. Hier fand die Schlacht von Waterloo statt. Napoleon starb nach und nicht vor oder während dieser Schlacht. Die gedankliche Justierung des Jahres in die Zukunft ist ein psychologischer Prozess, der als Teil des Ankerns selbst betrachtet wird. Das typische empirische Resultat ist, dass diese Justierung ungenügend ist. Die urteilende Person wählt so zwar eine Jahreszahl nach 1815 für den Tod Napoleons, entfernt sich dabei aber wahrscheinlich nicht weit genug von ihrem Anhaltspunkt. In Klammern Napoleon starb 1821. Die Schätzung könnte also auf das Jahr 1817 fallen. Es ist nicht klar, was die urteilenden Personen in diesem Fall tun sollten. Eine vollständige Verwerfung des Ankers ist problematisch, denn immerhin diente er dazu, das Urteil in die Nähe des wahren Wertes zu bringen. Auch ist eine allgemeine Aufforderung, einfach mal mehr dazu zu rechnen, wenig hilfreich, da die urteilende Person nicht wissen kann, um wie viel sie mit ihrer eigenen Schätzung zurückbleibt. In Klammern sehe hierzu Abbildung 3.1 im gedruckten Buch. Die Demonstration, dass ein Anker das Urteil fehlleitet, ist wesentlich eindeutiger, wenn der Anker selbst vollständig und ohne Zweifel irrelevant ist. Studie Experimente zur Ankerheuristik In einem klassischen Experiment, in Klammernvergleiche 1974, warten Tversky und Kahnemann ihre Versuchspersonen zu schätzen, wie hoch der Prozentsatz afrikanischer Staaten in der UNO sei. Vor der Schätzung treten sie ein Glücksrad mit Prozentzahlen. Den Versuchspersonen war klar, dass sowohl sehr hohe als auch sehr niedrige Zahlen unrealistisch waren. Dennoch zeigte sich, dass ihre eigenen Schätzungen mit diesen verworfenen Ankerzahlen des Glücksrats in Zusammenhang standen. In einem ähnlichen Experiment, in Klammernvergleiche 1990, ließen Russo und Shoemaker ihre Untersuchungsteilnehmer und Teilnehmerinnen ihre eigene Telefonnummer aufschreiben. Im Anschluss daran sollten sie beurteilen, in welchem Jahr der historische afrikanische Feldherr Hannibal die Alpen in Richtung Rom überquert hatte. Es zeigte sich, dass die geschätzte Jahreszahl hoch mit der eigenen, zuvor aufgeschriebenen Telefonnummer korrelierte. Stefan und Kiel zeigten im Jahr 2000, dass Ankereffekte auch weitreichende Folgen haben können. Sie ließen Finanzexperten die kursmäßige Entwicklung des englischen Pfunds, einer Unze Gold sowie des amerikanischen Leitaktienindexes Dow Jones vorhersagen. Bevor die Versuchsteilnehmer ihre Schätzungen abgaben, wurden ihnen durch eine zweite, irrelevante Aufgabe entweder niedrige, in Klammern zum Beispiel 40, oder hohe Zahlen, in Klammern zum Beispiel 160 zugespielt. Es zeigte sich, dass Personen in der Bedingung mit hohen Zahlen, in Klammern hoher Anker, auch höhere Werte für die wirtschaftliche Entwicklung dieser Kennzahlen angaben als Personen, denen zuvor niedrige Zahlen zugespielt wurden. Studie Ende Selbst von Experten werden also Anker trotz ihrer offensichtlichen Irrelevanz nicht unbedingt ignoriert, was natürlich Nachteile bringt. Das auf wahrnehmungspsychologischen Prozessen beruhende heuristische Denken grenzt sich damit vom Algorithmus ab, bei dem alle Faktoren, die für den Entscheidungsprozess unwesentlich sind, auch nicht beachtet werden. Ist innerhalb des heuristischen Denkens der Anker erst einmal wahrgenommen, dann ist es schwierig, seinen Einfluss beim Urteilen zu meiden. Wählen Sie sich etwa vor, Sie sind auf Wohnungssuche und eine Freundin nennt Ihnen die durchschnittlichen Mietpreise in der Stadt. Sobald diese die Mietpreise genannt hat, auch wenn Sie selbst woanders wohnen und es oft enorme Städteunterschiede hinsichtlich der Mietpreise gibt, werden Sie deren Preisvorstellungen bei Ihrer Beurteilung vermutlich nicht völlig ausblenden können. Sofern Ihre Freundin von einer niedrigen Miete ausgegangen ist, werden Sie also die Angebote hier eher als überteuert und unbrauchbar empfinden. Für die Praxis Der Ankereffekt als Instrument sozialer Beeinflussung, vom Anker zur Gehaltserhöhung. Man kann Ankereffekte auch zur Beeinflussung von Menschen nutzen. Geschickte Verhandlungspartner wissen, dass frühe, extreme Forderungen zwar verworfen werden, aber dennoch den Verlauf des Justierens beherrschen. Wer beispielsweise eine 10%ige Gehaltserhöhung fordert, bekommt vielleicht am Ende nur 4%. Aber er bekäme nur 2%, wenn die erste Forderung 6% gewesen wäre. In diesem Fall bestimmte der anfangs verworfene Anker von 10% die schlussendliche Entscheidung bezüglich der Gehaltserhöhung. Diese Effekte sind so robust, dass sie auch dann funktionieren, wenn alle Beteiligten darüber aufgeklärt sind. Für die Praxis Ende Weiterführende Überlegungen Nicht umsonst erinnert die Ankerheuristik an frühe Studien in der Psychophysik. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts erforschten Psychologen, die Menschen physische Attribute wie Temperatur oder Gewicht schätzten. Dabei stießen sie auf sogenannte Serieneffekte. Ein Gewicht wurde beispielsweise als leichter eingeschätzt, wenn zuvor ein besonders schweres Gewicht beurteilt wurde. Die Einschätzung zweier Gewichte erfolgte nicht unabhängig voneinander, sondern das zuerst beurteilte, diente als Anhaltspunkt in Klammern Anker für die nachfolgende Bewertung. Es wurde dabei auch erforscht, unter welchen Bedingungen die Schätzungen zu Assimilations- oder Kontrasteffekten führen, also wann sich die zweite Bewertung an die erste angleicht und wann sie sich eher von dieser abhebt, um den Unterschied zu verdeutlichen. Auf sozialer Ebene, also bei sozialen Vergleichen, konnten hierbei verschiedene Moderatoren ausgemacht werden, wie zum Beispiel Nähe oder Gruppenzugehörigkeit. Diese entscheiden darüber, ob es in einer bestimmten Situation zu Assimilationseffekten oder Kontrasteffekten kommt. Mussweiler fasst in seinem Modell zur in Anführungszeichen selektiven Zugänglichkeit zusammen, dass Kontraste vor allem dann auftreten, wenn man sich von der Vergleichsperson anhand bestimmter offensichtlicher Kriterien unterscheidet. Klammern zum Beispiel ethnische Zugehörigkeit, Studienfachwahl, während Assimilationseffekte vorwiegend auftreten, wenn Ähnlichkeiten zu anderen Personen bestehen, in Klammern gleicher Freundeskreis, gleicher Geburtsort. Abschnitt 3.2.2 Verfügbarkeitsheuristik, in Klammern Availability Bei der Ankerheuristik spielt das Gedächtnis oft eine entscheidende Rolle, in Klammern wann war die Schlacht von Waterloo, anhand der ich das Todesdatum Napoleons bestimmen kann. Eine weitere Heuristik ist noch unmittelbarer Gedächtnisabhängig. Wenn Menschen beispielsweise die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Ereignisse schätzen sollen, orientieren sie sich häufig daran, wie leicht sie einschlägige Informationen aus ihrem Gedächtnis abrufen können. Sie versuchen anzugeben, wie häufig ihnen ein derartiges Ereignis bereits begegnet ist, um daraus dann seine generelle Wahrscheinlichkeit einzuschätzen. Als Ergebnis dieser Heuristik zeigt sich, dass Menschen die Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse umso höher einschätzen, je mehr relevante Informationen sie dazu in ihrem Gedächtnis haben und je leichter es ihnen fällt, diese in ihrem Gedächtnis zu aktivieren. Der schnelle und einfache Zugriff auf diese Gedächtnisinhalte ist auch als Verfügbarkeitsheuristik bekannt. Definition Normalerweise läuft das sehr gut, um mit Udo Lindenberg zu sprechen, aber manchmal gibt es auch eine Pleite und klammern leider nur ein Vakuum aus dem Album Alpompös. Wie funktioniert die Verfügbarkeitsheuristik und wann wird sie verwendet? Sehr verallgemeinert kann man erwarten, dass diejenigen Ereignisse oder Dinge, die häufig auftreten, auch häufiger im Gedächtnis haften bleiben. Aus eigener Erfahrung weiß zum Beispiel jede autofahrende Person, dass ein Mercedes häufiger auf den Straßen zu sehen ist als ein Maserati. Doch die Frage ist, wie es überhaupt dazu kommt, dass ein bestimmtes Ereignis bzw. eine Eigenschaft der Außenwelt zu einem, in Anführungszeichen, Eintrag, in unserem Gedächtnis führt. Hier spielen vermittelnde Prozesse eine wichtige Rolle. Wenn diese einseitig sind, so ist der Gedächtnisinhalt eine Verzerrung der Wirklichkeit. Denken wir einmal an die relative Wahrscheinlichkeit von Todesursachen. Die Eindrücke, die sich hierbei im Gedächtnis speichern, kommen teilweise aus der traurigen Erfahrung im persönlichen Umfeld, vor allem aber auch aus indirekten Erfahrungen, die durch die Medien vermittelt werden. Die Medien neigen aus offensichtlichen Gründen zur Darstellung dramatischer Ereignisse. So wird eher vom Mord und Totschlag berichtet als von Magenkrebs. Obwohl das Risiko, an Magenkrebs zu sterben, etwa zehnmal so groß ist, als ermordet zu werden, setzen die meisten Menschen beide Risiken etwa gleich ein. Die Einschätzungen können sich aber auch umkehren, sodass ein objektiv niedrigeres Risiko für das höhere gehalten wird. In den Vereinigten Staaten glauben beispielsweise die meisten Menschen irrtümlicherweise, dass sie eher durch Mord, in Klammern, beziehungsweise Totschlag, Homicide, umkommen könnten, als durch Suizid. Derartige Fehler treten zwangsläufig auf, da die Korrelation zwischen tatsächlichen und geschätzten Häufigkeiten nicht perfekt sein kann. Des Weiteren ist es so, dass sehr hohe tatsächliche Häufigkeiten unterschätzt, wohingegen sehr niedrige Häufigkeiten überschätzt werden. Solche asymmetrischen Fehlschätzungen sind ein Zeichen des allgemeinen Regressionseffektes, also der Tendenz, dass sich extreme Werte bei mehrfacher Testung zur Mitte hin verändern. Im Falle der Todesursachen wird der, in Klammern tatsächlich sehr häufige, Tod durch einen Schlaganfall unterschätzt, während der, in Klammern sehr seltene, Tod durch eine Fleischvergiftung überschätzt wird. In Klammern zusammenfassend, siehe Strack und Deutsch 2002. Wichtige experimentelle Befunde zur Verfügbarkeitsheuristik wurden von Schwarz et alii im Jahre 1991 vorgelegt. Studie Experiment zur Verfügbarkeitsheuristik Schwarz et alii ließen ihre Versuchspersonen entweder sechs oder zwölf Episoden erinnern und aufschreiben, in denen sie selbstbewusstes Verhalten gezeigt haben. Personen, die zwölf Episoden erinnern sollten, nahmen sich im Anschluss weniger selbstbewusst wahr als Personen, die lediglich sechs Episoden erinnern sollten. Wie lässt sich dieser Befund erklären? Es ist so, dass es Personen leicht fällt, sich an sechs derartige Begebenheiten zu erinnern. Aus dieser Leichtigkeit des Gedächtnisabrufs schließen sie, dass sie auch tatsächlich selbstbewusste Menschen seien. Im Vergleich dazu ist es wesentlich schwieriger, zwölf Episoden selbstbewussten Verhaltens zu erinnern. Den meisten Versuchspersonen gelangen dies nicht und sie nahmen sich als Folge auch als weniger selbstbewusst wahr. Studie Ende Dieser Befund ist aus zwei Gründen besonders interessant. Erstens zeigt sich, dass die Wahrnehmung der eigenen Persönlichkeit erstaunlich flexibel sein kann, wenn man bedenkt, dass Eigenschaftszuschreibungen nicht nur von erinnerten Verhaltensepisoden abhängen, sondern auch von direkt gespeichertem Wissen über eigene Eigenschaften. Zweitens trennt dieses Experiment die Leichtigkeit des Erinnerns von der Menge des Erinnerten. Wenn die Versuchsteilnehmer nämlich nur nach der Menge geurteilt hatten, dann hätten sich diejenigen, die zwölf Episoden abriefen, für selbstbewusster halten müssen als diejenigen, die nur sechs Ereignisse abriefen. Das experimentelle Ergebnis verdeutlicht also die Wichtigkeit der wahrgenommenen Leichtigkeit des Abrufs a fortiori. Abschnitt 3.2.3 Repräsentativitätsheuristik Die dritte von Tversky und Kahnemann im Jahr 1974 eingeführte Heuristik ist die der Repräsentativität. Diese Heuristik beruht auf Wahrnehmung und Vergleich, in Klammern, womit auch wieder das Gedächtnis mit einbezogen ist. Die Grundidee ist, dass Menschen beim Urteilen stark von wahrgenommenen Ähnlichkeiten beeinflusst werden. In der englischen Sprache bringt dies ein geflügeltes Wort folgendermaßen auf den Punkt. Dieser Duck-Test, der dem Dichter James Whitcomb Riley zugeschrieben wird, besagt, dass ein Objekt, in Klammern, oder Tier oder Mensch einer Kategorie zugeschrieben werden kann, wenn es die Merkmale aufweist, die typisch für diese Kategorie sind. Definition Die Repräsentativitätsheuristik besagt, dass menschliches Urteilen und Entscheiden von wahrgenommenen Ähnlichkeiten beeinflusst werden kann. So kann ein Objekt einer Kategorie zugeschrieben werden, wenn es Merkmale aufweist, die typisch für diese Kategorie sind. Definition Ende Auch bei dieser heuristischen Methode gehen Tversky und Klammern davon aus, dass sie meistens gut funktioniert. Doch wann versagt sie dennoch bzw. gibt es eine in Anführungszeichen Pleite? Hierzu ist zu erwähnen, dass die Heuristik eine subtile Asymmetrie in sich trägt. Zwar ist es auf der einen Seite logisch, dass ein Objekt O im Vergleich zu einem anderen Objekt P mit größerer Wahrscheinlichkeit der Kategorie K angehört, wenn es dieser Kategorie ähnlicher sieht. Andererseits ist es jedoch nicht logisch, dass dieses Objekt O mit größerer Wahrscheinlichkeit der Kategorie K als einer anderen Kategorie L angehört, wenn Kategorie L sehr viel größer ist als Kategorie K. Hier wäre ja die grundlegende Wahrscheinlichkeit, in Klammern Base Rate, dass ein beliebiges Objekt in Kategorie L ist, in Klammern unabhängig von Ähnlichkeitseffekten, wesentlich höher. In diesem Fall verlassen sich also die urteilenden Personen zu stark auf den Duck-Test, also auf die wahrgenommene Ähnlichkeit. Die Vernachlässigung der Kategorien Größe, in Klammern Base Rate Neglect, stellt den bekanntesten Effekt der Repräsentativitätsheuristik dar. Hastie und Dawes legten im Jahre 2010 in diesem Zusammenhang ein treffendes Beispiel vor. Studie Experiment zur Repräsentativitätsheuristik Hastie und Dawes legten ihren Versuchspersonen zunächst folgende Personenbeschreibung vor. Gené Lopé ist eine Studentin, die von ihren Freunden als etwas unpraktisch, emotional und sensibel beschrieben wird. Sie gewann einen Preis für ihre Kalligrafie. Als ihr Freund Geburtstag hatte, schrieb sie ihm ein Sonett als Geschenk. Im Probanden wurde nun die Frage gestellt, ob Penelope eine Studentin der Psychologie oder der Kunstgeschichte sei. Die Repräsentativitätsheuristik spricht für das Fach Kunstgeschichte, da die Kunst der Kalligrafie sowie das Schreiben eines Sonetts eher damit Ähnlichkeit haben. Allerdings gibt es sehr viel mehr Psychologiestudentinnen als Studentinnen der Kunstgeschichte, sodass das statistische Element der Kategoriengröße eher eine Zuteilung in Psychologie vorsehen würde. Der Algorithmus, der zur optimalen Kategorisierung führt, kombiniert in diesem Fall das Ähnlichkeitsurteil mit der Differenz in der Kategoriengröße. Im naiven Urteil wird Letzteres vernachlässigt. Die Integration von Fallinformationen in Klammern Ähnlichkeit und statistischer Kategorieninformationen erfordert Arbeit und Wissen. So müssen beispielsweise Mediziner lernen, Krankheiten nicht nur im Hinblick auf die Symptome in Klammern Ähnlichkeitskriterien zu beurteilen, sondern auch im Hinblick darauf, wie hoch die Auftretenswahrscheinlichkeit für eine bestimmte Krankheit grundsätzlich ist. Zur Wahrscheinlichkeit von Zufallsereignissen Eine weitere interessante Eigenschaft der Repräsentativitätsheuristik ist ihr Einfluss auf das Verständnis, oder eher Missverständnis, von zufälligen Ereignissen. Das klassische Beispiel eines Zufallsereignisses ist der Wurf einer Münze. Ist die Münze fair, so ist sowohl die Wahrscheinlichkeit von Kopf in Klammern K, als auch die Wahrscheinlichkeit von Zahl in Klammern Z jeweils P gleich Punkt 5. Dies gilt für jeden Wurf, denn die Münze hat weder ein Gedächtnis, noch ist sie motiviert, die Ergebnisse vergangener Würfe zu wiederholen oder durch ein gegenteiliges Ergebnis in Anführungszeichen auszugleichen. Nehmen wir als Beispiel die folgende Ergebnisreihe von sieben Würfen. Beide Reihen sind repräsentativ für eine Zufallsserie, da beide drei Ereignisse eines Typs haben, in Klammern Z, und vier des anderen Typs, in Klammern K. Das kommt der erwarteten Gleichverteilung so nahe, wie es geht bei einer ungeraden Zahl von Würfen. In der Tat ist die Wahrscheinlichkeit jeder spezifischen Serie genau dieselbe, nämlich P hoch N, wobei N die Zahl der Würfe ist. In Klammern hier P hoch N gleich 0,5 hoch 7 gleich 0,0078125. Dennoch sieht Reihe B zufälliger aus als Reihe A. Reihe A sieht zu regelmäßig aus, da sie größtenteils aus zwei Blöcken besteht. In Klammern 3 mal Z, gefolgt von 3 mal K. Wenn derartige Blöcke auftreten und damit die Repräsentativität der Serie für den Zufall verringern, erwarten viele Menschen, dass das nächste Ereignis die Repräsentativität der Serie wieder erhöhen müsste. Für Serie A würden viele nun erwarten, dass der nächste Wurf eine Zahl ergeben würde, mit einer Wahrscheinlichkeit, die 0,5 überschreitet. Diese Erwartung ist allerdings ein Fehlschlag im statistischen Denken, der so manche Spieler zu übertriebenem Optimismus verleitet, was zu längerem Spielen führt, was wiederum im Schnitt zu höheren Verlusten führt. Der gleiche Irrtum taucht auch in der Familienplanung auf. Hastie und Dorst erzählen die Geschichte einer Mutter, deren Arzt ihr versicherte, dass nach acht Mädchen das nächste Kind ein Junge sein müsse. Das Gesetz des Mittelwertes verlange es. Die Idee, dass die Wahrscheinlichkeit eines Zufallsereignisses vom Ausgang vorauslaufender Zufallsereignisse abhängt, ist absurd, denn sie impliziert die Idee, dass der Zufall gar keine Rolle spielt. Somit verletzt des Spielers Irrtum, in Klammern Gambler's Fallacy, eine strikte Definition der Rationalität. Nach dieser Definition müssen rationale Urteile widerspruchsfrei sein. Erinnern Sie sich, dass der Spielerirrtum etwas Animistisches hat. Eine Person, die nach sechsmal Kopf nun Zahl erwartet, unterstellt implizit, dass die Münze willens und in der Lage ist, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren. Es folgt, dass diese psychologischen Eigenschaften an die Münze gebunden sind, die im Spiel ist und dass sie über die Zeit hinweg nachlassen, wie beim Menschen auch. Tatsächlich konnten Gold und Hester zeigen, dass der Spielerirrtum schwindet, wenn die Münze gegen ein neues Stück eingetauscht wird oder einfach nur lange bis zum nächsten Wurf gelagert wird. Es ist interessant. Der Spielerirrtum ist also nicht nur irrational, sondern er bringt auch magisches Denken ins Spiel. Beispiel Hot Hand Illusion Eigener Erfolg oder nur Zufall Ein scheinbar gegenteiliger Irrtum tritt auf, wenn eine Reihe von Zufallsereignissen menschlichem Können zugeschrieben werden. Das Paradebeispiel ist die sogenannte Hot Hand im Basketball. Gute Spieler können mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 0,7 treffen. Wenn ansonsten nur der Zufall am Werk ist, d.h. wenn jeder neue Wurf eine Erfolgswahrscheinlichkeit von Punkt 0,7 hat, egal was vorher geschah, dann haben Erfolgsserien die Wahrscheinlichkeit von 0,7 hoch n, wobei n die Länge der Serie repräsentiert. Für Serien der Länge 2 bis 6 erhalten wir folgende Werte 0,49, 0,343, 0,240, 0,168 und 0,118. Nehmen wir also hundertmal zufällig eine Kette von sechs Würfen, so werden vermutlich zehn davon eine ungebrochene Erfolgsserie darstellen. Gilowitsch, Vallone und Tversky untersuchten im Jahr 1985 Daten der US-amerikanischen National Basketball League nach diesen Gesichtspunkten und fanden, dass die Wahrscheinlichkeit derartiger Erfolgsserien hinreichend mit dem Zufallsmodell zu erklären war. Beide sind gleich wahrscheinlich. Beispiel Ende Die Arbeit von Gilowitsch et al. ist aus drei Gründen psychologisch interessant. Erstens, das heuristische Denken mithilfe der Repräsentativität kann gegensätzliche Erwartungen schöpfen, je nachdem, ob der menschliche Beobachter von der Annahme des Zufalls ausgeht, in Klammern der Glücksspieler, oder der Annahme von Motivation und Talent, in Klammern der Basketballspieler. Zweitens, die Hot-Hand-Illusion ist nicht nur tief im Wahrnehmungsprozess verankert, sie weckt auch starke Gefühle. Gilowitschs Arbeit wurde von Sportlern und anderen selbsternannten Experten mit Vehemenz zerrissen. Drittens, das Phänomen der Hot-Hand, in Klammern das heißt der fälschlichen Überzeugung, dass dergleichen existiert, wird dadurch dokumentiert, dass eine Null- oder Zufallshypothese korrekt ist. Dies kommt einer radikalen Umkehrung der gängigen Epistemologie in der Psychologie gleich. Abschnitt 3.2.4 Pseudodiagnostizität Personen fällt es oft schwer, im Lichte bestimmter Tatsachen auch die potenzielle Validität, in Klammern Auftretenswahrscheinlichkeit von Alternativhypothesen zu berücksichtigen. Bestimmte Evidenzen werden dann als Beweis dafür genommen, dass eine bestimmte Annahme bzw. Hypothese zutrifft. Dabei wird häufig nicht berücksichtigt, dass diese auch auftreten könnte, ohne dass die Hypothese tatsächlich zutrifft. Es wird also die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten bestimmter Ereignisse im Falle der Validität einer Alternativhypothese außer Acht gelassen. Dies kann zu schwerwiegenden Entscheidungsfehlern führen, wie das folgende Beispiel des Challenger-Absturzes 1986 zeigen soll. Nach dem schweren Unglück des Challenger-Absturzes, bei dem alle sieben Personen ums Leben kamen, vermuteten Ingenieure der NASA, dass die Ursache in den möglicherweise zu kalten Temperaturen an den Dichtungsringen beim Start der Raumfähre liege. Um diese Hypothese zu überprüfen, werteten die Ingenieure alle Startprotokolle aus und suchten nach problematischen Raketenstarts, bei denen besonders kalte Temperaturen zugegen waren. Allerdings fanden die Ingenieure hier keinen systematischen Zusammenhang. Was zuvor jedoch nicht überprüft wurde, war die Alternativhypothese, nämlich die Häufigkeit extrem niedriger Temperaturen an den Dichtungsringen bei problemlosen Raketenstarts. Sobald die Ingenieure diese Alternativhypothese in ihrer Analyse mit einbezogen hatten, fiel auf, dass bei problemlosen Starts systematisch höhere Temperaturen an den Dichtungsringen zu messen waren, als bei problematischen Starts der Trägerrakete. Wären die Ingenieure der NASA hier nicht auf das Problem der sogenannten Pseudodiagnostizität hereingefallen, hätte möglicherweise eine der größten Katastrophen der bemannten Raumfahrt verhindert werden können. Abschnitt 3.2.5 Informationale Diagnostizität In Klammern Verwässerungseffekt Eng verwandt mit der zuvor beschriebenen Pseudodiagnostizität sind Urteilsverzerrungen, die im Rahmen der informationalen Diagnostizität auftreten. Urteile und Entscheidungen werden durch Informationen beeinflusst, die wichtig für den Urteilsprozess sind, in Klammern diagnostische Informationen. Urteile werden aber auch durch Informationen beeinflusst, die in diesem Zusammenhang vollkommen irrelevant sind, in Klammern nicht-diagnostische Informationen. Nicht-diagnostische Informationen sind solche, die auftreten und zutreffen, und zwar sowohl unter Gültigkeit der aktuellen Hypothese als auch unter Gültigkeit einer potenziellen Alternativhypothese, in Klammern also unabhängig vom vorliegenden Entscheidungsfall. Die Güte eines Urteils steigt mit der Anzahl verfügbarer diagnostischer Informationen. Dagegen sinkt die Güte eines Urteils, je höher die Anzahl der nicht-diagnostischen Informationen ist, die einer Person während des Urteilsprozesses zur Verfügung stehen. Dieses Phänomen wird auch als Verwässerungseffekt bezeichnet. Beispiel Verwässerungseffekt im Arbeitsleben Die Flut nicht-diagnostischer elektronischer Informationen Beispielsweise ist diese informationale Ursache für Urteilsverzerrungen besonders relevant im E-Mail-Verkehr in Organisationen. Es ist relativ einfach, E-Mails zu schreiben und zu verschicken. Der Umfang übermittelter elektronischer Informationen ist in den letzten Jahren daher stark angestiegen. Vor allem für Organisationen und deren Entscheidungsträger und Trägerinnen kann dies jedoch zum gravierenden Problem werden, da der Einfluss diagnostischer Informationen durch eine Vielzahl nicht-diagnostischer Informationen in Anführungszeichen verwässert wird. Es besteht also die Gefahr, dass Führungskräfte durch eine typischerweise große Zahl beigemischter nicht-diagnostischer Informationen leichter von schlechten Ideen überzeugt werden oder aber dadurch direkt zu Fehlentscheidungen verleitet werden, was letztendlich zu erheblichen ökonomischen Schäden führen kann. Beispiel Doch nicht nur ein in Anführungszeichen zu viel an nicht-diagnostischen Informationen kann zu Fehlurteilen führen. Ebenso problematisch ist es, wenn wichtige diagnostische Informationen fehlen. Beispielsweise kommt es in der Wirtschaftswelt häufig vor, dass man Entscheidungen treffen muss, ohne über alle wichtigen diagnostischen Informationen zu verfügen. So benötigen Kunden bei einer potenziellen Kaufentscheidung zwei entscheidende Informationen. Preis und Produktqualität. Nun ist es allerdings so, dass gerade bei neuen Produkten, in Klammern zum Beispiel Elektroautos, meist Informationen zur Produktqualität fehlen, in Klammern, da man noch nicht auf Langzeiterfahrungen mit dem Produkt zurückgreifen kann. In solch einer Situation greifen potenzielle Käufer häufig zu Heuristiken. Beispielsweise kann es sein, dass sie in dieser Situation den Wert der fehlenden Informationen durch einen Wert ersetzen, der aus vorhandenem, situationsrelevantem Erfahrungswissen zusammengesetzt ist. Hierzu werden Heuristiken angewandt, wie zum Beispiel die Daumenregel, hoher Preis impliziert gute Qualität oder Expertenurteilen kann man vertrauen. Ebenso kann es sein, dass Personen die fehlenden entscheidungsrelevanten Informationen über verschiedene Situationen hinweg durch einen konstanten, situationsunspezifischen Durchschnittswert ersetzen oder bestimmte Beurteilungsdimensionen generell abwerten. Entscheidend bei der informationalen Diagnostizität ist also die Art der Information, nämlich die Unterscheidung zwischen Informationen, die im Hinblick auf die Entscheidung hilfreich sind und solchen, die diesbezüglich völlig irrelevant sind. Das Ungleichgewicht zwischen beiden Arten sorgt hier für Urteilsverzerrungen. Im Gegensatz dazu kommt es bei der Pseudodiagnostizität deshalb zu Fehlentscheidungen, weil Alternativerklärungen nicht berücksichtigt werden. Nicht das Hinzuziehen unwichtiger Informationen verursacht also den Effekt, sondern das Nichtbeachten weiterer wichtiger Informationen, die Wahrscheinlichkeit für die ursprüngliche Annahme senken. Abschnitt 3.2.6 Einfluss von Gewinn- und Verlustszenarien auf Urteils- und Entscheidungsprozesse Die Art der Darstellung bestimmter urteilsrelevanter Informationen kann das Ergebnis von Urteils- und Entscheidungsprozessen entscheidend beeinflussen. Die Sozialpsychologie hat sich dabei besonders mit dem Einfluss von Gewinn- versus Verlustszenarios auf die Risikobereitschaft von Personen bei Entscheidungsprozessen beschäftigt. In ihrem mittlerweile klassischen Asian Disease Paradigma fanden Tversky und Kahnemann heraus, dass Personen risikobereiter werden, in Klammern das heißt sich häufiger für die riskantere anstatt die sichere Alternative entschieden, wenn identische Entscheidungsalternativen in Form von Verlusten anstatt als Gewinne dargestellt werden, in Klammern Framing. Folgendes Szenario legten die Autoren ihren Versuchsteilnehmern und Teilnehmerinnen vor. Studie Asian Disease Paradigma In den Untersuchungen von Tversky und Kahnemann, in Klammern Vergleiche 1981, sollten sich die Versuchspersonen vorstellen, sei eine schwerwiegende, neuartige Erkrankung ausgebrochen. Es gäbe dabei zwei verschiedene medikamentöse Gegenstrategien. Bei einer Entscheidung für die erste, in Klammern die sichere Alternative, würden 200 Personen sicher und 400 Personen mit Sicherheit nicht gerettet werden. Im Gegensatz dazu, würden bei der zweiten, in Klammern der riskanten Strategie, mit einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel alle Personen, beziehungsweise mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln kein Leben gerettet werden. Im Schnitt würden bei beiden Strategien 200 Personen gerettet werden, während 400 Personen ihr Leben verlieren würden. Man sieht, dass die sichere Alternative einen absoluten, eindeutigen Entscheidungsausgang vorgibt, wohingegen sich die nicht sichere Alternative lediglich auf Wahrscheinlichkeiten bezieht. Der statistische Erwartungswert beider Alternativen ist identisch. Dennoch kann es natürlich sein, dass bei der unsicheren Alternative alle Menschenleben verloren gehen, in Klammern auch, wenn dies weniger wahrscheinlich ist. Mit anderen Worten, bei der unsicheren Entscheidungsalternative kann alles gewonnen werden, in Klammern alle Menschenleben werden gerettet, es kann aber auch alles verloren werden, in Klammern kein Mensch überlebt. Zusätzlich variierten Tversky und Kahnemann, ob die Zahl der Geretteten oder die Zahl der verlorenen Menschenleben im Mittelpunkt der Falldarstellung steht, in Klammern, das heißt im übertragenen Sinne, ob das Glas als halb voll oder halb leer dargestellt wird. Genauer, in der Verlustdarstellung entschieden die Untersuchungsteilnehmer und Teilnehmerinnen zwischen den Bedingungen entweder mit Sicherheit 400 Personen oder mit einer Wahrscheinlichkeit von zwei Dritteln 600 Menschenleben zu verlieren. In der Gewinndarstellung entschieden sie zwischen der sicheren Rettung von 200 Menschenleben oder der Rettung aller Menschen bei einer Wahrscheinlichkeit von einem Drittel. Als zentrales Ergebnis zeigte sich, dass die von den Untersuchungsteilnehmern und Teilnehmerinnen gewählte Rettungsstrategie signifikant mit der Art der Falldarstellung variierte. Wurde bei der Falldarstellung auf die Zahl der verlorenen Menschenleben fokussiert, in Klammern Verlustframing, so wählten die Versuchsteilnehmer häufiger die risikoreichere Strategie im Vergleich zu einer Darstellung, bei der die Zahl der geretteten Menschenleben betont wurde, Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Gewinndarstellungen häufiger zur Wahl sicherer Handlungsalternativen führen, während Verlustdarstellungen häufiger die Wahl riskanter Handlungsalternativen nach sich ziehen, in Klammern bei konstant gehaltenen Entscheidungsmodalitäten. Studie Ende Doch warum tritt dieser gravierende Unterschied zwischen Gewinn- und Verlustentscheidungen auf, obwohl sich die Endresultate nicht unterscheiden? Sversky und Kahnemann postulieren eine Asymmetrie der psychologischen Effekte von Gewinnen und Verlusten. Handlungsergebnisse werden, bezogen auf einen subjektiven neutralen Referenzpunkt, in Gewinne und Verluste eingeteilt, in Klammern Prospekttheorie. Eine S-förmige Wertefunktion bildet dabei den subjektiven Wert möglicher Handlungsergebnisse ab, in Klammern siehe hierzu Abbildung 3.3 im gedruckten Buch. Diese Kurve verläuft im Verlustbereich allerdings steiler als im Gewinnbereich. Personen verhalten sich im Verlustbereich riskanter als im Gewinnbereich, da sie sich über Verluste stärker ärgern, als sie sich über Gewinne in gleicher Höhe freuen würden. In anderen Worten, Personen freuen sich über eine konstante Zunahme im Gewinnbereich weniger, als sie sich über die gleiche Zunahme im Verlustbereich ärgern. Im Verlustbereich wird deshalb die riskante Alternative gewählt, weil diese es erlaubt, die angehäuften Verluste in Anführungszeichen mit einem Schlag wieder auszugleichen. Dabei wird leicht übersehen, dass dabei auch ein Totalverlust möglich ist. Im wirtschaftlichen Handeln kann diese unterschiedliche Wirkung von Gewinnen und Verlusten bzw. entsprechende Risikobereitschaft häufig am Aktienmarkt beobachtet werden. Wenn Personen durch riskante Investitionen finanzielle Verluste erlitten haben, werden sie häufig risikofreudiger, in Klammern das heißt sie investieren noch mehr Geld in riskante Geldanlagen, um diesen Verlust wieder auszugleichen. Nicht selten endet dies mit einem kompletten Verlust der Geldanlagen. Abschnitt 3.3 Motivationale Einflüsse auf Urteilsverzerrungen Während im letzten Abschnitt vorwiegend kognitive Ursachen für Urteilsverzerrungen erläutert wurden, soll jetzt auf motivationale Ursachen eingegangen werden. Kognitive Determinanten von Urteilsverzerrungen wirken häufig, ohne dass dies die Person beabsichtigt. Derartige Urteilsverzerrungen sind daher als Nebenprodukt funktionaler kognitiver Aktivität zu sehen. Motivationale Determinanten beeinflussen das Urteilsverhalten zwar ebenfalls häufig, ohne dass dies vom Individuum selbst bemerkt wird. Trotzdem sind diese Verzerrungen aber als beabsichtigt zu betrachten. Wenn Personen beispielsweise eine starke Präferenz für eine bestimmte politische Partei haben, dann werden sie mehr oder weniger bewusst Informationen, die gegen diese Partei sprechen, abwerten und im Gegenzug Informationen aufwerten, die diese Partei unterstützen. Aus motivationaler Perspektive lässt sich also festhalten, dass Menschen dazu neigen, Ereignisse, Objekte oder Personen entsprechend ihrer Wunschvorstellungen zu beurteilen. Wünsche und Bedürfnisse entstehen vorwiegend auf Basis dispositionaler, in Klammern stabiler Persönlichkeits- oder situationaler Faktoren und können grundlegend eingeteilt werden in Verteidigungsmotive, in Klammern Defense Motivation, wie zum Beispiel Selbstwertschutz, Dissonanzreduktion und Wahrheitsmotive, in Klammern Accuracy Motivation, wie zum Beispiel Bedürfnis nach effektiver Umwelt- und Handlungskontrolle, Erlangung einer realistischen Weltsicht. Menschen sind grundsätzlich dazu motiviert, ihren Selbstwert zu schützen oder, wenn möglich, diesen zu erhöhen. Deshalb werden beispielsweise Erfolge auf der eigenen Person zugeschrieben, in Klammern internale Attribution, während für Misserfolge meist widrige äußere Umstände verantwortlich gemacht werden, in Klammern externale Attribution. Ebenso schreiben Personen sich selbst sowie eigenen Referenzgruppen, in Klammern also Gruppen, denen man selbst angehört, überwiegend positive Eigenschaften zu, während die Selbstzuschreibung negativer Eigenschaften dagegen systematisch vermieden wird. In ähnlicher Weise verzerren Personen die Wahrnehmung ihrer eigenen Kontrollmöglichkeiten. So neigen sie dazu, in verschiedenen Situationen mehr Kontrolle wahrzunehmen, als sie tatsächlich besitzen. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass Personen Lotterielosen eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Gewinn zuschrieben, wenn sie diese Lose selbst aus einer Tombola gezogen hatten, als wenn eine andere Person oder die Versuchsleitung die Ziehung für sie übernommen hatte. Oft überschätzen Menschen auch ihre eigenen Fähigkeiten. Fragt man beispielsweise Personen, ob sie intelligenter als der Durchschnittsmensch seien, so antworten annähernd 80% mit Ja. Obwohl dies rein statistisch nicht möglich ist, sei nur 50% besser als der Durchschnitt sein können, in Klammern Above Average Effect. Des Weiteren sehen Personen auch ihre Zukunft systematisch in einem rosigen Licht. Beispielsweise konnte gezeigt werden, dass Raucherinnen und Raucher die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken, für sich selbst nicht höher einschätzen, als für Nichtrauchende. Sollten sie dieses Risiko jedoch für andere rauchende Personen einschätzen, so stufen sie die Entschuldung. Kapitel 4 Pro-Soziales Verhalten, Hilfeverhalten und Zivilcourage Wahrhaft ethisch ist der Mensch nur, wenn er der Nötigung gehorcht, allem Leben, dem er beistehen kann, zu helfen und sich scheut, irgendetwas Lebendigem Schaden zu tun. Er fragt nicht, inwiefern dieses oder jenes Leben als wertvoll Anteilnahme verdient und auch nicht, ob und inwieweit es noch empfindungsfähig ist. Das Leben als solches ist ihm heilig. Dieses Zitat verdeutlicht eindrücklich die ethischen Anschauungen Albert Schweizers. Statt über den Verfall kultureller Werte wie Pro-Sozialität und Hilfsbereitschaft zu klagen, sieht es Schweizer als wichtig an, diese wieder zu festigen. Dies sei dann möglich, wenn die Menschen eine positive und lebensbejahende Weltanschauung haben, in der die, in Anführungszeichen, Ehrfurcht vor dem Leben, und zwar vor jedem Leben, großgeschrieben ist. Folgt man diesem Gedanken, so ist es nicht verwunderlich, dass Schweizer neben seiner beruflichen Tätigkeit als evangelischer Pfarrer und Philosoph auch ein Medizinstudium absolvierte, um in Afrika als Missionsarzt tätig sein zu können. Trotz seiner hohen Position als Professor gründete er 1913 im heutigen Gabun ein Krankenhaus, wo er physisch und psychisch krank versorgte. Zwar war er während des Ersten Weltkriegs inhaftiert, kehrte aber danach wieder nach Afrika zurück. Schweizer Engagement zeigte sich in vielen seiner Lebensbereiche, etwa in seinem Einsatz gegen atomare Rüstung beziehungsweise Krieg im Allgemeinen, seinem Appell an die Achtung menschlichen und tierischen Lebens und nicht zuletzt durch die Vielzahl an Auszeichnungen, die er erhielt. Bedeutend waren in diesem Zusammenhang natürlich der Friedensnobelpreis 1952 sowie die Prinz-Karl-Medaille für verdienstvolle humanitäre Betätigungen, ebenfalls 1952. Insofern verkörpert Albert Schweizer sehr anschaulich, was wir unter prosozialem Hilfeverhalten oder Verhalten und Altruismus verstehen. Schön ist dabei, dass seine Biografie nicht derjenigen eines Heiligen gleichkommt. Auch Schweizer scheint bisweilen Schwierigkeiten gehabt zu haben, seine Ideen in aller Konsequenz umzusetzen. Doch gerade dies macht ihn menschlich und für uns zu einem beeindruckenden Beispiel altruistischen Handelns, das sich durch sein gesamtes Leben zieht und sich nicht nur in seinen Taten, sondern auch in seinen geistigen Anschauungen äußert. Abschnitt 4.1 Grundlegende Definitionen Anhand von Albert Schweizer kamen wir auf Begriffe, die Sie zwar bestimmt kennen, deren genaue Definition Ihnen aber möglicherweise Schwierigkeiten bereiten könnte. Prosoziales Verhalten, Hilfeverhalten und Zivilcourage. Diese Begriffe werden häufig in einen Topf geworfen und zu wenig voneinander differenziert. Aus einer wissenschaftlichen Betrachtung heraus ergeben sich zwischen diesen Verhaltenskonstrukten allerdings gravierende Unterschiede, die sowohl theoretischer als auch empirischer Natur sind. Definition Prosoziales Verhalten steht als Sammelbegriff für alle Formen zwischenmenschlicher Unterstützung, die gewinnbringend bzw. vorteilhaft für andere sind. Damit umfasst es diverse Verhaltensweisen wie Kooperation, Hilfeverhalten, Dienstleistungen, Teilen etc. Definition Ende Darunter fällt z.B. Geld für hungernde Menschen zu spenden, der Kommilitonin einen Kaffee zur Vorlesung mitzubringen oder als Verkäufer einen Kunden zu beraten. Hilfeverhalten ist dagegen etwas spezifischer und wird meist als Unterkategorie von prosozialem Verhalten betrachtet. Hier wird gefordert, dass Menschen aktiv hilfreiches Verhalten gegenüber einer hilfsbedürftigen Person zeigen, und zwar nicht im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit. Im Vordergrund steht hierbei die Absicht, das Wohlergehen einer anderen Person zu verbessern. Entscheidend ist dabei jedoch nicht, welche Motive dem Hilfeverhalten zugrunde liegen. Das Verhalten kann z.B. egoistisch motiviert sein, in Klammern, etwa wenn man das schlechte Gewissen des Nicht-Helfens umgehen möchte, oder auch altruistisch, wenn also ausschließlich der Nutzen des Hilfeempfängers nicht aber der eigene im Vordergrund steht. Genauso können beide Motive dem Hilfeverhalten zugrunde liegen. Definition Hilfeverhalten bezieht sich auf alle Verhaltensweisen, die eine Person mit der Absicht ausübt, das Wohlergehen einer anderen, in Klammern hilfsbedürftigen, Person zu verbessern. Das Verhalten kann dabei auf unterschiedlichen Motiven basieren, es ist jedoch nicht beruflich motiviert. Definition Ende Beispiel hierfür wären, ein Kind aus einem reißenden Fluss zu retten oder eine andere Person zu verteidigen, die von anderen massiv beleidigt wird. Geld für den Bau einer Orgel zu spenden oder Kaffee zu holen, würden hier also nicht mehr darunter fallen, da ersteres keine Handlung gegenüber einer konkreten, in der aktuellen Situation hilfsbedürftigen Person bzw. Personengruppe darstellt bzw. die Kommilitonen in letzterem Beispiel keine wirkliche Hilfe benötigt. Die Kundenberatung ist hierunter natürlich auch nicht aufzulisten, da sie von Berufswegen vorgegeben ist. An dieser Stelle sei angemerkt, dass unsere Definitionen von prosozialem Verhalten bzw. Hilfeverhalten lediglich einen Vorschlag darstellen. Eine andere Auffassung findet sich beispielsweise bei Bierhoff aus dem Jahre 2010. Schließlich ist zivilcouragiertes Verhalten eine Form prosozialen Verhaltens, die vor allem kollektiv ausgerichtet sein kann. Das heißt, hinter dem Hilfeverhalten gegenüber einer Person kann der Gedanke stehen, damit gleichzeitig etwas für die gesamte Gesellschaft zu tun. In Klammern, zum Beispiel kann das Einschreiten bei Naziparolen damit verbunden sein, dass man nicht in einer Gesellschaft leben möchte, in der derartige Parolen geduldet werden oder gar normal sind. Hier geht die sich zivilcouragiert verhaltene Person hohe physische und soziale Risiken ein, um ihr Ziel in einer bestimmten Situation zu erreichen. Definition Zivilcourage bedeutet, Hilfeverhalten auch dann zu zeigen, wenn das Einschreiten mit erheblichen physischen, psychischen und sozialen Folgen verbunden sein kann. Definition Ende Dominik Brunner stellt ein gutes Beispiel für zivilcouragiertes Verhalten dar. Er schritt ein mit dem Ziel, Kinder vor Erpressern zu schützen, worauf er 2009 in München auf brutale Weise attackiert wurde und schließlich an den Folgen seiner Verletzung starb. Oder denken Sie an die Feuerwehrmänner von Fukushima, in Klammern The Fukushima 50. Nachdem das Kernkraftwerk Fukushima als Folge eines Jahrtausenderdbebens und anschließenden Tsunamis überspült wurde, drohte die totale atomare Katastrophe. Obwohl extrem hohe Strahlung herrschte, blieben diese Männer im Kernkraftwerk und versuchten, diesen atomaren Gau für Japan zu verhindern. Diese Männer haben sich für ihre Gesellschaft geopfert, sind mit ihrem Verhalten enorme Risiken eingegangen und somit ein gutes Beispiel für zivilcouragiertes Verhalten und klammern Sie hierzu Abbildung 4.1 im gedruckten Buch. Abschnitt 4.2 Situative Faktoren prosozialen Verhaltens Diese unterschiedlichen Beispiele werfen die Frage auf, warum sich Menschen überhaupt prosozial oder gar zivilcouragiert verhalten. Warum haben Sie Ihrer Kommilitonin einen Kaffee mitgebracht? Weil Sie ihr einfach eine Freude bereiten wollten? Oder sahen Sie sich in Ihrer Schuld, dass sonst immer Sie beschenkt werden? Tat sie Ihnen leid? Oder sind Sie einfach nur nett? Wie Sie sehen, gibt es die verschiedensten Gründe für prosoziales Verhalten bzw. diverse Faktoren, die hierbei eine Rolle spielen. Im Wesentlichen lassen sich diese in Merkmale der Situation und Merkmale der Person einteilen. Darüber hinaus gibt es weitere Erklärungsansätze, auf die wir nacheinander eingehen werden. Abschnitt 4.2.1 Bystander-Effekt Um die Faktoren prosozialen Verhaltens ausmachen zu können, setzt die Forschung häufig auch an der Kehrseite an und betrachtet diejenigen Fälle, in denen trotz offensichtlichen Notfalls nicht geholfen wurde. Wann und warum helfen Menschen also nicht? Ausgangspunkt für diesen Ansatz zu prosozialem Verhalten, der prägend von Dali und Latane verfolgt wurde, war eine erschreckende Begebenheit aus dem Jahre 1964. In der Stadt New York wurde eine junge Frau namens Kitty Genovese von einem Täter mehr als eine halbe Stunde lang vergewaltigt und am Ende ermordet. Von den 38 Personen, die dieses Verbrechen als Zeugen miterlebt hatten, griff niemand ein. Die Polizei wurde erst nach mehr als 30 Minuten gerufen, nachdem die Frau bereits tot war. In Klammern war eine kritische Bewertung dieses Ereignisses, siehe auch Manning, Levine und Collins aus dem Jahre 2008. Intuitiv fragt man sich hier, warum keine Hilfe geleistet wurde, obwohl doch so viele Personen von der Tat mitbekommen hatten. Dali und Latane verfolgten jedoch einen anderen Ansatz, in dem sie die These aufstellten, dass Hilfeleistung nicht stattfand, gerade weil so viele Personen anwesend waren. In ihrem umfangreichen Forschungsprogramm identifizierten sie also einen zentralen situativen Faktor, der prosoziales Verhalten erheblich beeinflusst, die Anzahl anwesender Personen. Dabei konnten sie zeigen, dass individuelles Hilfeverhalten abnimmt, je mehr Menschen der jeweiligen Situation beiwohnen. Dieses Phänomen bezeichneten sie als Bystander-Effekt. Dann klammern sie hierzu Abbildung 4.2 im gedruckten Buch. Definition Unter dem Bystander-Effekt versteht man die Tatsache, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass eine Person in einer Notsituation eingreift und einem potenziellen Opfer hilft, mit zunehmender Anzahl von anderen Personen, die in dieser Situation ebenfalls anwesend sind, sinkt. Definition Ende Das Fünfstufenmodell von Latane und Dali Um den Bystander-Effekt zu erklären, haben Latane und Dali im Jahr 1970 ein fünfstufiges psychologisches Prozessmodell aufgestellt. Dieses Modell beschreibt die einzelnen psychologischen Schritte, die alle notwendig dafür sind, dass ein Zeuge in einer Notfallsituation aktiv eingreift. Umgekehrt können auf jeder dieser fünf Stufen unterschiedliche Faktoren verhindern, dass eine Hilfeleistung erfolgt. Dann klammern sie hierzu Abbildung 4.3 im gedruckten Buch. Notwendige Schritte der Hilfeleistung Im Hinblick auf späteres Einschreiten muss 1. eine Person die kritische Situation zunächst einmal wahrnehmen und 2. richtig einschätzen bzw. erkennen, dass es sich um einen Notfall handelt. Gelingt ihr das, so ist es dann notwendig, dass sich 3. die Person dafür verantwortlich fühlt, aktiv zu werden und einzugreifen. 4. weiß die Person, wie sie helfen könnte und verfügt auch über die entsprechenden Fähigkeiten. 5. so entscheidet sie sich schließlich bewusst, ob sie helfen wird oder nicht. Sie wird dann einschreiten, wenn ihr der Nutzen ihrer Hilfeleistung in Klammern z.B. Rettung des Opfers, soziale Anerkennung, größer erscheint als die damit verbundenen Kosten, in Klammern z.B. Zeitaufwand. Prozesse, die Hilfeleistung verhindern. Auf jeder der Stufen können unterschiedliche Faktoren ein späteres Eingreifen der Person verhindern. So kann bereits die Wahrnehmung des Ereignisses, in Klammern Stufe 1, fehlschlagen, wenn z.B. durch den Großstadtlärm der Schrei eines Opfers nicht gehört wird oder man in Eile nicht bemerkt, dass eine Person Hilfe benötigt. Oder aber der enorme Zeitdruck, unter dem eine Person steht, bewirkt auf Stufe 5 des Modells, dass sie sich gegen ein Einschreiten entscheidet. Diese Faktoren sind unabhängig von der Anzahl anwesender Personen. Latane und Dali identifizierten jedoch drei psychologische Prozesse, die speziell bei einer hohen Zuschaueranzahl auftreten und verhindern können, dass alle Stufen durchlaufen werden. Pluralistische Ignoranz, Verantwortungsdiffusion und Bewertungsangst. Pluralistische Ignoranz. Sie beschreibt das Phänomen, dass Menschen seltener eingreifen, wenn sie sehen, dass andere einen Notfall zwar bemerken, jedoch nichts dagegen unternehmen. Dies kommt besonders dann zum Tragen, wenn man sich selbst unsicher ist, wie die Situation einzuschätzen ist bzw. ob es sich tatsächlich um einen Notfall handelt. In Klammern Stufe 2. Etwa wenn eine Person am Boden liegt. Sie selbst aber nicht unterscheiden können, ob diese bewusstlos ist oder nur schläft. Wenn Sie nun viele Menschen sehen, die an der Person einfach vorübergehen, werden Sie vermutlich daraus schließen, dass die Situation harmlos sein muss. Andernfalls, so denken Sie, hätten die anderen ja geholfen. Studie. Pluralistische Ignoranz. In dem Experiment von Latane und Dali in Klammernvergleiche 1968 ließ die Versuchsleitung Rauch in einen Raum einströmen, in dem die Versuchsperson einen Fragebogen ausfüllte. Es sollte das Verhalten der Versuchsperson beobachtet werden. Dabei wurde variiert, ob die Person alleine, mit fremden Personen oder mit Konföderierten der Versuchsleitung im Raum war, die die Anweisung hatten, den Rauch zu ignorieren. Waren die Versuchspersonen alleine im Raum, so meldeten 75% von ihnen die Rauchentwicklung an den Versuchsleiter. Wenn weitere fremde Personen anwesend waren, so reduzierte sich dieser Anteil auf 38%. Im Falle der absolut passiven Konföderierten meldeten schließlich nur noch 10% der Versuchspersonen die Rauchentwicklung an die Versuchsleitung. Studie Ende. Verantwortungsdiffusion Der zweite, sicherlich wichtigste Prozess wird als Verteilung in Klammern Diffusion von Verantwortung bezeichnet. Diese betrifft die Neigung von Menschen, die allgemeine Verantwortung zu helfen, auf alle anwesenden Personen zu verteilen. Je mehr Menschen also anwesend sind, desto kleiner ist die jeweilige Verantwortung einer einzelnen Person, da die Gesamtverantwortung auf alle aufgeteilt wird. In der Studie zur Rauchentwicklung wäre die Versuchsperson, sofern sie alleine im Raum war, ganz alleine dafür verantwortlich, wenn durch ihr Nichtmelden ein größerer Schaden entstanden wäre. Bei neun weiteren anwesenden Personen wäre sie dagegen nur zu 10% an einem potenziellen Schaden schuld. Bewertungsangst Die Angst, von anderen Personen negativ beurteilt zu werden oder sich in einer exponierten Situation zu blamieren, wird als Bewertungsangst bezeichnet. Diese könnte zum Beispiel in einer Notsituation entstehen, in der man vor mehreren Personen, in Klammern also in aller Öffentlichkeit, eine Herzmassage oder gar eine Mund-zu-Mund-Beatmung vornehmen muss, um effektive Hilfe zu leisten. Bewertungsangst ist besonders dann ausgeprägt, wenn man über wenig Wissen und Können verfügt, sich in der jeweiligen Situation adäquat zu verhalten. In Klammern zum Beispiel, wenn der letzte erste Hilfe-Kurs schon lange zurückliegt. Forschung zum Bystander-Effekt Studien zum Bystander-Effekt sind meist so aufgebaut, dass Versuchspersonen entweder allein oder zusammen mit anderen eine irrelevante Aufgabe bearbeiten. Plötzlich ereignet sich ein unvorhergesehener Notfall, in Klammern ein potenzielles Opfer wird angegriffen, etc. Die Versuchsleitung beobachtet dabei, ob, wie und wann die wirkliche Versuchsperson eingreift. Typischerweise findet man, dass Personen seltener und langsamer eingreifen, wenn Bystander anwesend sind. Der Bystander-Effekt tritt jedoch nicht nur in Notfallsituationen auf, in denen das Opfer oder auch die Bystander selbst in Gefahr sind, er zeigt sich auch in einfachen Hilfesituationen, etwa wenn es darum geht, einer anderen Person die Tür aufzumachen. Ebenso konnte er in Situationen mit juristischem Inhalt beobachtet werden, in denen ein Täter eine Straftat begeht, in Klammern zum Beispiel Diebstahl von Geld. Die Forschung zum Bystander-Effekt betrachtet jedoch nicht nur die unterschiedlichen Situationen, in denen der Effekt auftritt, sondern versucht auch, die jeweiligen Moderatoren auszumachen, also die Faktoren zu bestimmen, die die Stärke des Effektes beeinflussen. Dabei konnte gezeigt werden, dass der Effekt in städtischen Gebieten stärker ist als in ländlichen Gegenden. Dies wird durch die Informationsüberlastung, in Klammern Urban Overload-Hypothese von Milgram aus dem Jahre 1970 erklärt. In der Stadt sind Menschen stärker durch Umgebungsreize abgelenkt bzw. überlastet, in Klammern zum Beispiel hupende Autos, Lärm der Straßenbahn etc. Dies führt dazu, dass sie Notfälle entweder gar nicht oder aber nur langsamer wahrnehmen als in ländlichen Gegenden mit weniger ablenkenden Umgebungsreizen. Des Weiteren ist der Effekt besonders stark, wenn die Situation uneindeutig ist und wenn die Beiständeranzahl hoch ist, in Klammern zum Beispiel fünf statt zwei Beiständer. Im Gegensatz dazu tritt der Beiständereffekt in abgeschwächter Form auf, wenn die anwesenden Beiständer befreundet und einander nicht fremd sind, wenn sie über entsprechendes Wissen zu adäquatem Einschreiten verfügen oder wenn es sich um eine Notfallsituation handelt. Abschnitt 4.3 Persönlichkeit und prosoziales Verhalten Altruismus und Empathie Bei der Betrachtung des Bystander-Effekts und dessen Moderatoren haben wir uns vorwiegend mit situativen Merkmalen befasst, die prosoziales Verhalten beeinflussen können. Doch neben der Situation stellt stets auch die Person eine entscheidende Einflussgröße dar beziehungsweise ist die Interaktion aus Situation und Person bedeutsam für das gezeigte Verhalten. Somit ergibt sich die Frage, wie es um ausgewählte Persönlichkeitsfaktoren steht. Unterscheiden sich Menschen aufgrund bestimmter charakteristischer Merkmale in ihrem prosozialen Handeln? In diesem Zusammenhang konzentriert sich die sozialpsychologische Forschung auf die Frage danach, ob es wirklich Altruismus gibt. Sprich, gibt es Menschen, die einfach nur hilfsbereit sind, die anderen helfen oder sich auf sonstige Weise prosozial verhalten, ohne dafür eine Gegenleistung zu erwarten. Derartiges Verhalten widerspricht stark dem Prinzip des Homoökonomikus, das annimmt, dass Menschen nur dann prosoziales Verhalten zeigen, wenn sie dafür in irgendeiner Art und Weise eine Gegenleistung erhalten. Diese Gegenleistung muss nicht unbedingt materieller Art sein, sie kann sich auch auf affektive, in Klammern angenehme Emotionen nach einer Hilfeleistung erleben oder soziale, in Klammern Dank oder Ansehen von anderen Personen erfahren, Gegenleistungen beziehen. Bei religiösen Menschen wäre auch eine Gratifikation im Jenseits, in Klammern in den Himmel kommen, denkbar. Definition Altruismus bedeutet selbstloses und uneigennütziges Handeln, das mit mehr eigenen Nachteilen als Vorteilen verbunden sein kann. Insofern kann Altruismus auch als Gegenteil zu egoistischem Verhalten angesehen werden. Definition Ende Abschnitt 4.3.1 Empathie-Altruismus-Hypothese Die wohl bekanntesten Forschungen im Bereich des Altruismus wurden von Betzen und Kollegen vorgelegt, in Klammern für einen Überblick sie Betzen aus dem Jahre 1998. Um also den möglichen Zusammenhang zwischen Altruismus und prosozialem Verhalten zu klären, setzt Betzen an dem Konstrukt der Empathie an. Damit ist vereinfacht die Fähigkeit gemeint, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Gedanken und Emotionen in bestimmten Situationen nachvollziehen bzw. nachempfinden zu können. In einer klassischen Studie haben Betzen, Duncan, Ackermann, Buckley und Birch den Einfluss von Altruismus in Klammern und Empathie untersucht. Studie Empathie-Altruismus-Hypothese In der Studie von Betzen et Ali in Klammern 1981 wurde den Versuchsteilnehmerinnen glaubhaft gemacht, das Ziel der Studie bestünde in der Analyse von Arbeitsleistungen unter stressreichen und aversiven Bedingungen. Hierzu sollte eine weitere Versuchsperson in Klammern Elaine, die in Wirklichkeit eine Konföderierte des Versuchsleiters war, eine Aufgabe bearbeiten, die aus mehreren Durchgängen bestand. Um eine aversive Bedingung zu schaffen, wurden Elaine in zufälligen Abständen Elektroschocks verabreicht. Die Aufgabe der wirklichen Versuchspersonen bestand darin, Elaine bei der Aufgabenbearbeitung zu beobachten, um später mitzuteilen, wie sie Elaine unter aversiven Bedingungen wahrgenommen hatte. Dabei wurden zwei zentrale Faktoren manipuliert. Erstens Ähnlichkeit, in Klammern Empathie und zweitens soziale Kosten, in Klammern Fluchtmöglichkeit. In Hinblick auf den ersten Faktor wurde Elaine entweder als der Versuchsperson sehr ähnlich oder aber sehr unähnlich beschrieben. Da man annimmt, dass wir ähnliche Personen grundsätzlich sympathischer finden als Personen, die sich stark von uns unterscheiden, sollten wir auch gegenüber uns ähnlichen Personen mehr Empathie empfinden als gegenüber uns unähnlichen Personen. Der zweite Faktor betrifft die sozialen Kosten, die mit einer Nichthilfeleistung verbunden waren. Den Versuchsteilnehmerinnen wurde gesagt, dass Elaine zehn Durchgänge absolvieren würde. Dabei bestünde jedoch die Möglichkeit, nach dem zweiten Durchgang die Rollen zu tauschen, sodass die Versuchsperson anstelle Elaine's die Elektroschocks erhielt. In der Bedingung niedrige Kosten wurde den Versuchsteilnehmerinnen gesagt, dass sie von diesen zehn Durchgängen lediglich zwei zu beobachten hatten. Folglich mussten sie weder mit ansehen, wie Elaine weitere Elektroschocks bekam, noch sich dazu verpflichtet fühlen, einen Rollentausch zuzustimmen. Sie konnten sich sozusagen unbemerkt aus der Affäre stehlen, in Klammern Fluchtmöglichkeit. In der Bedingung hohe Kosten gingen die Teilnehmerinnen jedoch davon aus, alle zehn Durchgänge beobachten zu müssen. Sie waren daher länger der Situation ausgesetzt, mit ansehen zu müssen, wie Elaine weitere Schocks verabreicht wurden, in Klammern geringe Fluchtmöglichkeit. Die Ergebnisse bestätigten die Erwartungen der Forscher. Zunächst zeigte sich, dass Versuchspersonen in der Bedingung hoher Empathie, in Klammern hoher Ähnlichkeit zu Elaine, signifikant häufiger halfen, als in der Bedingung mit niedriger Empathie. Innerhalb der Bedingung niedriger Empathie gab es aber einen Unterschied dahingehend, dass Personen signifikant häufiger halfen, wenn es für sie schwer war, Elaine im weiteren Verlauf der Testung aus dem Weg zu gehen, in Klammern, wenn sie zehn Durchgänge beobachten sollten, verglichen dazu, wenn sie nach zwei Durchgängen unbemerkt verschwinden konnten, in Klammern, und sich somit auch nicht vor Elaine für die in Anführungszeichen unterlassene Hilfeleistung rechtfertigen mussten. In der Bedingung mit hoher Empathie halfen die Leute annähernd gleich häufig, unabhängig davon, ob die Kosten hoch oder niedrig waren. Die Manipulation der Kosten hatte im Fall hoher Empathie also keinen Einfluss auf das Hilfeverhalten. Studie Ende Im Fall hoher Empathie halfen die Menschen also selbst dann, wenn sie nicht mit negativen Folgen zu rechnen hatten. Situative Merkmale, in Klammern Manipulation der Kosten, hatten also nur im Fall geringer Empathie einen Einfluss. Ausgehend davon formulierte Betzen die sogenannte Empathie-Altruismus-Hypothese. Definition Die Empathie-Altruismus-Hypothese von Betzen et Ali aus dem Jahre 1991 besagt, dass Menschen nur dann uneigennützig beziehungsweise altruistisch handeln, wenn sie in einer bestimmten Situation Empathie empfinden. Helfen Menschen ohne Empathie zu empfinden, so sind andere Faktoren entscheidend, etwa die Erwartung negativer Konsequenzen. Hier handelt es sich jedoch nicht um Altruismus. Definition Ende Die Studien von Betzen et Ali verdeutlichen damit, dass Empathie eine wichtige Grundlage für prosoziales Verhalten und möglicherweise sogar für echten Altruismus darstellt. Abschnitt 4.3.2 Kritische Anmerkungen zur Empathie-Altruismus-Hypothese Mit der Empathie-Altruismus-Hypothese sehen Betzen et Ali Empathie also als wichtige Grundlage für prosoziales Verhalten und Altruismus an. Hier sei aber auf zwei Kritikpunkte verwiesen. Möglicherweise wurde mit der verwendeten Ähnlichkeitsmanipulation gar keine Empathie erzeugt. Die Versuchsleiter überprüften zwar die wahrgenommene Ähnlichkeit in Klammern diese unterschied sich zwischen den einzelnen Bedingungen, nicht aber das Ausmaß an empfundener Empathie gegenüber Elaine. Zudem ist fraglich, ob die Untersuchungen von Betzen und Kollegen tatsächlich einen Hinweis darauf geben, dass es echten Altruismus gibt, das heißt, dass Menschen prosoziales Verhalten zeigen, ohne dabei einen eigenen Nutzen zu haben. Die Versuchspersonen mit hoher Empathie könnten ja, trotz niedriger sozialer Kosten einer Hilfeverweigerung, beispielsweise auch geholfen haben, weil sie einfach das Gefühl genießen, das sie beim empathischen Handeln empfinden. Oder aber, sie haben deshalb geholfen, weil sie es nicht ertragen bzw. sehen können, dass es anderen Menschen nicht gut geht oder diese gar leiden. Sie leisten also Hilfe, um ihr eigenes unangenehmes Gefühl, in Klammern ihren Personal Distress zu reduzieren und nicht primär um den Stress einer hilfebedürftigen Person zu reduzieren. Aufbauend auf den Untersuchungen von Betzen konnten Cialdini et al. beispielsweise zeigen, dass empfundene Empathie gegenüber einem Opfer das Ausmaß des eigenen Unwohlseins, in Klammern Mitleid gegenüber dem Opfer, Personal Distress, erhöht. Dies scheint nicht verwunderlich zu sein. Interessant ist vielmehr, dass bei einer experimentellen Trennung der beiden Faktoren Empathie und Personal Distress, in Klammern Traurigkeit, Anspannung, anschließendes Hilfeverhalten durch das Ausmaß der Traurigkeit vorhergesagt werden konnte und nicht durch den Empathiewert. Insofern scheint nicht Empathie, sondern der persönliche Distress für anschließendes Hilfeverhalten ursächlich zu sein. Dies bedeutet, dass diese Art von Hilfeverhalten eher egoistische Motive zugrunde liegen, in Klammern, man möchte ja seinen eigenen unangenehmen Gefühlszustand verbessern und es lässt sich hierbei nicht von reinem altruistischen Verhalten sprechen. Als Fazit bleibt also, dass echter Altruismus nicht zwingend nachweisbar ist. Selbst bei Mutter Teresa, die viele Leser als den Idealtyp eines altruistischen Menschen im Kopf haben dürften, könnten die wirklichen Motive ihres Handelns unklar sein. Zeigte sie manchmal vielleicht auch deshalb so starke prosoziale Aufopferung, um dadurch von Gott eine Belohnung im Himmelreich zu erhalten? Abschnitt 4.4 Weitere psychologische Erklärungsansätze für prosoziales Verhalten Neben situativen Faktoren und Persönlichkeitsmerkmalen werden in der Literatur weitere Aspekte diskutiert, die mit prosozialem Verhalten in Zusammenhang stehen. Hier sind sowohl biologische Faktoren, Kosten-Nutzen-Überlegungen, Ursachen-Zuschreibungen als auch bestimmte Moralvorstellungen zu nennen. Abschnitt 4.4.1 Evolutionspsychologische bzw. biologische Perspektive Die Evolutionspsychologie geht davon aus, dass die meisten Verhaltensweisen und ihre zugrunde liegenden psychischen Prozesse eine Funktion in der erfolgreichen Weitergabe von Genen haben. Aus evolutionspsychologischer Sicht ist es daher keine Überraschung, dass Personen ihren Verwandten eher helfen als nichtverwandten Personen, unabhängig davon, ob die verwandte Person selbst an der Notlage schuld ist oder nicht. Studie Hilfeverhalten bei Verwandten In einer klassischen Studie manipulierten Bernstein, Crandall und Kitayama in Klammernvergleichen 1994 folgendes Als abhängige Variable wurde erfasst, wie sehr die Versuchspersonen gewillt sind zu helfen. Es fand sich, dass die Versuchspersonen stärker bereit dazu sind, engen Verwandten zu helfen als weiter entfernt verwandten Personen. Darüber hinaus zeigte sich, dass Personen kranken Verwandten eher helfen als gesunden Verwandten, wenn es sich um eine alltägliche Hilfesituation handelt. Geht es allerdings um Leben und Tod, so helfen Personen den gesunden Verwandten eher als den kranken Verwandten. Studie Ende Dieser Befund wurde evolutionär erklärt. Generell wird engen Verwandten eher geholfen als entfernt verwandten Personen, da mit ersteren höhere genetische Gemeinsamkeit besteht und so die Weiterverbreitung der eigenen Gene wahrscheinlicher ist als bei entfernt verwandten Personen. Derselbe Grund erklärt auch, warum in lebensbedrohlichen Situationen gesunden Verwandten eher geholfen wird als kranken Verwandten. Gelingt es Personen, nämlich gesunde Verwandte, vor dem Tod zu bewahren, so erhöht sich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das eigene Genom erfolgreich weitergegeben wird. Diese erfolgreiche Weitergabe von eigenen Genen ist bei kranken Verwandten weniger zu erwarten, weshalb diesen in lebensbedrohlichen Situationen auch seltener geholfen wird im Vergleich zu gesunden Verwandten. Entklammern sie Bernstein et Ali aus dem Jahre 1994. Kochmarus und Kenny wiederholten die Studie von Bernstein et Ali mit ähnlichen Ergebnissen. Darüber hinaus konnten die Autoren aber auch zeigen, dass der Effekt, engeren Verwandten mehr zu helfen als weiter entfernten Verwandten durch emotionale Nähe vermittelt wird. Man verspürt gegenüber engen Verwandten mehr emotionale Nähe und hilft diesen deshalb auch mehr. Dieser Befund zeigt, dass es bei der Erklärung dieses Effekts also nicht nur um genetische Überlegungen, sondern auch um emotionale Prozesse geht. Nicht zuletzt, aufgrund solcher Befunde, wird am evolutionären Erklärungsansatz für prosoziales Verhalten auch Kritik geübt. So können beispielsweise Befunde nur im Nachhinein und ohne Kausalität evolutionär erklärt werden, da evolutionäre Prozesse aufgrund ihrer extrem langen Dauer im Labor nicht nachgestellt werden können. Darüber hinaus ist es auch so, dass Hilfeverhalten ja nicht nur gegenüber Verwandten auftritt. Menschen helfen täglich verschiedensten fremden Personen. Dies beginnt bereits damit, einer Mutter dabei zu helfen, ihren Kinderwagen die Treppen hinunter zu tragen oder aber für Opfer für Naturkatastrophen zu spenden, was Menschen glücklicherweise sehr häufig tun. Abschnitt 4.4.2 Theorie des sozialen Austauschs Kosten-Nutzen-Analyse Eine weitere prominente Theorie pro sozialen Verhaltens ist die Theorie des sozialen Austauschs. Dieser theoretische Ansatz geht davon aus, dass Personen nur dann helfen, wenn die Kosten-Nutzen-Bilanz positiv für sie ausfällt, das heißt, wenn Hilfeverhalten unter dem Strich mehr Nutzen als Kosten für sie erbringt. Belohnungen können dabei Geld, soziale Anerkennung oder aber auch nur erlebte positive Emotionen im Falle einer Hilfeleistung sein. Relevant in diesem Kontext ist auch die sogenannte Negative-State-Relief-Hypothese, die besagt, dass Menschen in negativer Stimmung häufiger helfen als in positiver oder neutraler Stimmung. Grund hierfür ist, dass Personen in negativer Stimmung durch Hilfeverhalten eine Stimmungsaufhellung antizipieren. In Klammern Dank und Anerkennung für die Hilfeleistung durch die hilfsbedürftige Person. Auch diese Befunde können durch die Theorie des sozialen Austausches erklärt werden. Personen in negativer Stimmung ist der Nutzen der Stimmungsaufhellung wichtiger als die Kosten der Hilfeleistung, was wiederum zu einer positiven Kosten-Nutzen-Bilanz und folglich zu erhöhter Hilfeleistung führt. In Klammern sehe hierzu Abbildung 4.4 im gedruckten Buch. Abschnitt 4.4.3 Verantwortungsattribution Weiner's Theorie der Verantwortlichkeit aus dem Jahr 1995 besagt, dass Hilfe vor allem dann geleistet wird, wenn das Opfer nicht für seine Notlage verantwortlich ist. Wenn wir um Hilfe gebeten werden, fragen wir oft zuerst, warum die entsprechende Person unsere Hilfe benötigt. Dies führt unweigerlich zu weiteren Fragen, nämlich erstens ist die Person selbst verantwortlich für ihre Notlage und zweitens ist die Notsituation für die betreffende Person kontrollierbar oder nicht. Die subjektive Beantwortung dieser Fragen wiederum wirkt sich auf Emotionen, Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber der Hilfe suchenden Person aus. Ein typisches Experiment für diese theoretische Perspektive führten Schmidt und Weiner durch. Studie Zuschreibung von Verantwortung In der Studie von Schmidt und Weiner in Klammervergleiche 1988 sollten sich die Versuchspersonen mit der hypothetischen Situation auseinandersetzen, dass sie von einem Kommilitonen um die Mitschriften aus der letzten Vorlesung gebeten werden. Dieser verfügt über keine eigenen Mitschriften, weil er a. Probleme mit den Augen hatte und deshalb nicht so gut sehen konnte in Klammern unkontrollierbare Situation oder weil er in Klammern b. während der Vorlesung lieber zum Strand gegangen ist in Klammern kontrollierbare Situation. Im Anschluss daran sollten die Versuchspersonen anhand verschiedener Items angeben, wie hoch sie die Kontrollierbarkeit der Situation beurteilten, wie viel Ärger bzw. Sympathie sie gegenüber dem Hilfesuchenden empfanden und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie helfen würden. Schmidt und Weiner stellten die Zusammenhänge zwischen gedanklicher Situationseinschätzung in Klammern wahrgenommene Kontrollierbarkeit, empfundenen Emotionen in Klammern Ärger, Sympathie und aktivem Handeln in Klammern Wahrscheinlichkeit für Hilfeleistung dar. Zum einen zeigte sich eine positive Korrelation zwischen wahrgenommener Kontrollierbarkeit und Ärger. Ärger wiederum stand in negativen Zusammenhang zu Hilfeleistung. Zusätzlich bestand eine negative Korrelation zwischen Kontrollierbarkeit und Sympathie bzw. eine positive Verbindung zwischen Sympathie und der Wahrscheinlichkeit zur Hilfeleistung. Studie Ende Schmidt und Weiner fassten die Studienergebnisse folgendermaßen zusammen. Wenn uns klar wird, dass sich eine Person in einer Notsituation befindet, an der sie selbst nicht schuld ist, in Klammern keine Kontrollierbarkeit und die sie auch nicht alleine lösen kann, dann erleben wir prosoziale Emotionen, in Klammern Empathie, Sympathie gegenüber dieser Person, was letztendlich zu verstärkter Hilfeleistung führt. Gewinnen wir allerdings den Eindruck, dass eine hilfesuchende Person für ihre Notlage, die zudem kontrollierbar gewesen wäre, selbstverantwortlich ist, so erleben wir die Emotionen Ärger und zögern deshalb, der betreffenden Person zu helfen. Abschnitt 4.4.4 Zivilcourage, Heldentum und gesellschaftliche Verantwortung Interessant ist, dass sich das Ausmaß an Hilfeleistung selbst in Situationen unterscheidet, in denen das persönliche Opfer des Helfers nicht besonders groß ist. Man könnte meinen, dass einem das Verleihen seiner Vorlesungsunterlagen nicht viel ausmachen dürfte. Wenn allerdings die Hilfeleistung bereits in solch einfachen Situationen reduziert ist, wie kann es dann sein, dass Personen manchmal auch dann helfen, wenn sie sich durch ihr heldenhaftes Verhalten selbst in Gefahr bringen? Weshalb sind die Feuerwehrleute nach den Anschlägen vom 11. September in New York todesmutig in die brennenden Trümmer des World Trade Centers gestiegen, um dort nach Überlebenden zu suchen? Warum opferten sich hunderte von TEPCO-Mitarbeitern und Tokioter Feuerwehrmännern in Fukushima, um einen atomaren Super-GAU zu verhindern? Diese extremen Verhaltensweisen sind in der Forschung zu Heldentum und Zivilcourage untersucht worden. Ihr eingangs erwähnt, bedeutet Zivilcourage, Hilfeverhalten zu zeigen, obwohl in der unmittelbaren Situation mit massiven, negativen, physischen, psychischen und sozialen Konsequenzen gerechnet werden muss. Zivilcouragiertes Verhalten ist stark gesteuert durch prosoziale Werte und tritt vor allem dann auf, wenn Personen eine ernste Notlage für ein potenzielles Opfer wahrnehmen. Fischer, Greitemeier, Pozzolek und Frey konnten beispielsweise zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit der Hilfeleistung größer war, wenn ein weibliches Opfer von einem muskulösen Täter in Klammern Bodybuilder attackiert wurde, als wenn dieser nur geringe physische Stärke in Klammern schmächtigere Statur aufwies. Diesen Befund konnten Fischer et alii im Jahr 2011 in ihrer Meta-Analyse bestätigen. Sie fanden einen abgeschwächten Bystander-Effekt in Klammern in Richtung höhere Hilfeleistung, wenn die Situation als gefährlich in Klammern Notfall eingestetzt wurde, wenn ein Täter anwesend war und wenn das Einschreiten mit hohen physischen Kosten verbunden war. Dies sind Merkmale typischer Zivilcourage-Situationen. Die Tatsache, dass helfen des Einschreiten hier zunimmt, ist beruhigend, zeigt es doch, dass es um die Werte der Menschheit nicht so schlecht bestellt sein kann. Sowohl Persönlichkeitsunterschiede als auch die Gefährlichkeit der Situationen stellen also Faktoren dar, die in Zusammenhang mit zivilcouragiertem Verhalten relevant sind. Eine Zunahme an Hilfeleistung ist vor allem auch deshalb zu beobachten, weil diese Situationen eindeutiger als Notfälle wahrgenommen werden. Abschnitt 4.5 Zu viel des Guten? Pathologischer Altruismus Die Diskussionen über prosoziales Verhalten, Hilfeleistung und Altruismus beruhen stets auf der Annahme, dass diese Komponenten moralisch gut sind. Sowohl die Wissenschaft als auch die Öffentlichkeit kreiden an, dass derzeit nur wenig von diesen prosozialen Faktoren spürbar ist, mehr Altruismus somit nur positiv sein kann. In Bezug auf diese Annahmen hat allerdings eine kritische Diskussion begonnen. Der zentrale Punkt dabei ist, dass nicht einfach von einem linearen Zusammenhang zwischen altruistischem Verhalten und sozialem beziehungsweise persönlichen Nutzen schrägstrich wohl ausgegangen werden kann. Die Regel, Je mehr, desto besser, gilt hier nur eingeschränkt. Und in der Tat findet man auch Beispiele von fehlgeleitetem Altruismus. So etwa in der amerikanischen Fernsehserie House. Hier behandelt der gleichnamige Arzt einen wohlhabenden Patienten, der neben physischen Symptomen auch dadurch auffällt, dass er sofort bereit ist, große Geldsummen zu stiften, sobald ihn nur jemand darum bittet, egal für welchen Verwendungszweck. Die Ärzte im Team von Dr. House sind geteilter Meinung, ob dieses Verhalten pathologisch in Klammern krankhaft ist. Die Lage spitzt sich zu, als der Patient einem ihm unbekannten Mitpatienten eine seiner Nieren anbietet. Von Dr. House geködert, stellt er schließlich beide Nieren zur Verfügung. Dabei berücksichtigt er nicht, welche Folgen dies für seine Familie haben könnte. Intuitiv denkt man, dass dieses Verhalten nicht normal sein kann und es sich folglich um pathologischen Altruismus handelt. Warum? Ist es nicht denkbar, dass, wie der Patient sagt, andere objektiv mehr vom Leben haben könnten als er selbst? Doch selbst wenn dies zuträfe, so widerstrebt derartige Selbstaufopferung dem eigenen subjektiven Empfinden. Wie könnte man dem Argument des Patienten im obigen Beispiel begegnen? Zunächst ist zu sagen, dass es sinnlos ist, mit Menschen über deren persönliche Prioritäten zu streiten. In Klammern, hier unterscheiden sich die Geschmäcker beziehungsweise trifft die lateinische Maxime degustibus non est disputandum über Geschmack lässt sich nicht streiten zu. Vielleicht folgt der Patient dem Beispiel Jesu der Gebot, man solle seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Er verbot dabei nicht, ihn mehr zu lieben. Doch worin hier der entscheidende Punkt liegt, der Patient denkt nicht daran, dass er mit seinem scheinbar selbstaufopfernden Verhalten andere schädigen könnte. Was ist also mit seinen Kindern beziehungsweise den eigenen Verwandten? Wie die Natur, so sorgt auch die Zivilisation dafür, dass eine erwachsene Person die Kinder hat, für diese verantwortlich ist. Daher kommt die Selbstaufopferung für Nichtverwandte einem Verrat an den Verwandten gleich. Insbesondere die eigenen Kinder haben einen Anspruch, der die Wahlfreiheit der Eltern radikal einschränkt. Allerdings werden sowohl in ökonomischen Modellen als auch in psychologischen Studien die Interessen von dritten Parteien meist ausgeblendet. Finden sie Berücksichtigung, so wird die Unterscheidung zwischen einfachem und pathologischem Altruismus klarer. In Anführungszeichen einfaches, altruistisches Verhalten in Klammern nicht pathologisch beinhaltet nämlich, dass diejenige Person stets eine weitere Perspektive einnimmt und auch die Interessen von Dritten berücksichtigt. Dies ist bei pathologischem Altruismus nicht der Fall, da das Verhalten in einer bestimmten Situation stark emotional motiviert ist und weiterführende kognitive Überlegungen ausschließt. Was geschah schließlich mit Dr. House Patient? Der gute Arzt fand heraus, dass eine Fehlfunktion der Schilddrüse die Ursache des Schein in Klammern bar heiligen Verhaltens war. Sobald diese korrigiert war, erkannte der vormalige Patient den Vorrang seiner Familie gegenüber fremden Personen, in Klammern siehe auch Hamilton aus dem Jahre 1964, zur darwinistischen Theorie der Inclusive Fitness. Der krankhafte Altruismus war geheilt. An dieser Stelle sei gesagt, dass es sich beim in Anführungszeichen pathologischen Altruismus nicht um eine neue klinisch klassifizierte Krankheit handelt, die einfach behandelt werden kann. Vielmehr soll mit diesem Beispiel verdeutlicht werden, dass ein in Anführungszeichen mehr an Altruismus nicht ausschließlich mit positiven Aspekten verbunden ist. Kapitel 5 Aggression Abschnitt 5.1 Grundlagen von Aggression Mord und Totschlag gibt es nicht erst in der heutigen Zeit. Bereits in der Bibel und somit schon zu Beginn der menschlichen Geschichtsschreibung wird von Gewalttaten berichtet. So erschlug beispielsweise Kain, der Sohn Adams und Evas, seinen Bruder Abel. Seither haben Personen über 14.000 Kriege geführt, täglich werden weltweit ca. 1300 Morde begangen, was einer jährlichen Mordrate von 468.000 entspricht. Speziell für Deutschland ergaben sich für das Jahr 2011 insgesamt 723 erfasste Mordfälle. Diese Statistiken zeigen, dass aggressives Verhalten bis hin zu schwerster Aggression wie Mord und Totschlag offensichtlich eng mit der menschlichen Existenz verhaftet ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ob wir mit aggressivem Verhalten von Menschen einfach leben müssen, weil es zum Menschen gehört, oder ob es sich hier um ein Verhalten handelt, das von verschiedenen Faktoren, in Klammern Situation, Persönlichkeit, sozialer Einfluss etc. abhängt und somit auch durch gesellschaftliche und personenspezifische Interventionen reduziert werden kann. Das folgende Kapitel soll diese Frage beantworten, indem anhand von verschiedenen Erklärungsansätzen auf die unterschiedlichen Faktoren bzw. Determinanten von Aggression eingegangen wird. Doch zunächst ist natürlich zu klären, wodurch aggressives Verhalten überhaupt gekennzeichnet ist. Abschnitt 5.1.1 Definition Die wissenschaftliche Definition von Aggression hat sich über die Jahre verändert. Bandura definiert Aggression als Verhalten, das in persönlichen Verletzungen oder der Zerstörung von Eigentum resultiert, während Scherer, Abeles und Fischer Aggression als Verhalten bezeichnen, dessen Ziel es ist, Mitgliedern der eigenen Spezies Schaden zuzufügen. Barron bietet eine Definition an, die ebenfalls die Absicht des Schadenzufügens enthält. Er betrachtet Aggression als ein, Zitat, Verhalten, das dem Ziel dient, ein anderes Lebewesen zu schädigen, welches zugleich motiviert ist, dieses Ziel zu vermeiden. Entscheidend an dieser dritten Definition ist die Rolle des Opfers, denn man spricht nur dann von Aggression, wenn das potenzielle Opfer bestrebt ist, dem drohenden Schaden zu entkommen, etwa wenn ein Kind versucht, vor seinen Mitschülern zu fliehen, von denen es körperlich angegriffen wird. Dagegen handelt es sich nicht um aggressives Verhalten, denn ein Kampfsportler im Training seinen Partner darum bittet, auf ihn einzuschlagen, um so bestimmte Verteidigungsstrategien üben zu können. Die neueste und allgemeinste Definition stammt von Barron und Byrne aus dem Jahr 2002 und betrachtet Aggression als das absichtliche Zufügen von Schaden gegenüber anderen. Wichtig ist hierbei das willentliche Handeln des Täters. Zur Abgrenzung sei folgendes gesagt. Wird man am Bahnhof von einem Passanten angerempelt, der rennen versucht, seinen Zug zu erreichen, so fällt dies nicht unter dem Begriff Aggression. Zwar kann man selbst dadurch zu Schaden kommen, in Klammern beispielsweise, wenn das eigene Gepäck dabei zu Bruch geht oder man stürzt, doch dies wäre nicht das eigentliche Ziel des Täters gewesen. Abschnitt 5.1.2 Arten von Aggression Im Rahmen der grundlegenden Definition von Aggression unterscheidet man zwischen instrumenteller und feindseliger Aggression. Von instrumenteller Aggression ist die Rede, wenn durch die aggressive Tat ein bestimmtes Ziel erreicht werden soll. Beispielsweise fallen Kriege unter instrumentelle Aggression, da sie meist auf den Gewinn von Land oder andere Ressourcen abzielen. Ebenso würde man es als instrumentelle Aggression bezeichnen, wenn beim Fußball ein Verteidiger, ein Stürmer fault, um dadurch ein Tor zu verhindern. Im Gegensatz dazu dient die feindselige Aggression nicht der Erreichung eines bestimmten Ziels, sondern der Zufügung von Schaden und Schmerz. Feindselige Aggression ist getrieben von Emotionen wie Wut und Ärger und tritt oft auch als Folge einer wahrgenommenen Provokation auf. Aus diesem Grund wird hier auch von reaktiver Aggression oder affektiver Aggression gesprochen. Eine Kosten-Nutzen-Bilanz wird bei dieser Verhaltensform meist nicht aufgestellt. Das heißt, einer anderen Person wird selbst dann Schaden zugefügt, wenn dies mit negativen Konsequenzen für den Täter verbunden ist. Neben der Unterteilung in instrumentelle beziehungsweise feindselige wird auch zwischen physischer und verbaler Aggression sowie zwischen direkter und indirekter Aggression unterschieden. Erstere Einteilung ist eindeutig. Sie bezieht sich darauf, dass mit aggressivem Verhalten entweder körperlicher Schaden zugefügt werden kann, in Klammern jemanden schlagen, stoßen, etc. oder aber die Schädigung verbal erfolgt, in Klammern jemanden beschimpfen, über jemanden reden, etc. Mit direkter Aggression ist gemeint, dass sich das Verhalten des Täters offensichtlich beziehungsweise direkt an die Zielperson richtet, in Klammern physisch oder verbal. Bei der indirekten Aggression versucht der Täter dagegen, seine eigentliche Intention, jemandem zu schaden, zu verbergen. Dadurch kann er unter Umständen erreichen, nicht als Täter identifiziert zu werden. Häufig werden bei dieser Form der Aggression auch andere Personen beziehungsweise das soziale Netzwerk mit einbezogen. Zum Beispiel, wenn jemand andere Personen manipuliert, in Klammern über das Opfer reden, Sachverhalte verschweigen, etc., sodass diese wiederum dem jeweiligen Opfer Schaden zufügen. Gerade in Zusammenhang mit verbaler beziehungsweise indirekter Aggression sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, dass aggressives Verhalten nicht automatisch mit gewalttätigem Verhalten gleichzusetzen ist. Vielmehr geht die Definition von Aggression über physische Verletzung hinaus. Umgekehrt ist aber jede gewalttätige Handlung zugleich auch eine aggressive Verhaltensweise. Definition Allgemein bezeichnet Aggression das absichtliche Zufügen von Schaden oder Schmerz bei anderen Personen. Dabei beschreibt instrumentelle Aggression den Gebrauch von aggressivem Verhalten als ein Mittel, um ein anderes Ziel zu erreichen. Im Gegensatz dazu dient feindseliger Aggression ausschließlich dazu, einer anderen Person zu schaden. Beide Formen von Aggressionen können sich verbal bzw. physisch oder direkt bzw. indirekt äußern. Definition Ende Abschnitt 5.2 Verschiedene psychologische Erklärungsansätze für Aggression Warum tritt Aggression auf? Ist aggressives Verhalten genetisch bedingt? Liegt es an der konkreten Person oder spielt der soziale Kontext eine Rolle? Zur Erklärung von Aggression gibt es verschiedene, sowohl konkurrierende als auch einander ergänzende Ansätze. Abschnitt 5.2.1 Triebtheoretischer Ansatz Der triebtheoretische Ansatz nimmt an, dass Aggression angeboren ist und dem Menschen im Zuge der Evolution Vorteile bei der Weitergabe seines Genoms erbracht hat. Aus dieser Sichtweise gehören Gewalt und Aggression zur menschlichen Natur und beruhen also auf angeborenen Instinkten. In seiner mittleren Werkphase zu den triebtheoretischen Überlegungen ging Freud davon aus, dass es nur einen grundlegenden Trieb gäbe, allerdings mit zwei Ausprägungen, einer sexuellen und einer aggressiven Komponente. Insofern sah Freud Aggression nicht als einen eigenständigen Trieb an, sondern vielmehr als eng verknüpft mit der sexuellen Komponente beziehungsweise der Libido. Dabei betrachtete er die aggressive Form als wichtigen Baustein bei der Lustgewinnung, indem sie quasi bei der Regulation der Libido helfe. Diese Auffassung deckt sich gut mit Freuds Erklärungen zum Wirkungsmechanismus von Aggressionen. Er bezieht sich dabei auf das Prinzip eines Dampfkessels. Die vielen kleinen Frustrationen, die Menschen täglich erleben, in Klammern zum Beispiel Niemand hält uns die Tür auf, wir schreiben eine schlechte Note in eine Prüfung, streiten mit dem Partner etc., staunen sich in einem psychischen Gefäß auf, das mit einem Dampfkessel zu vergleichen ist. Sobald dieses Gefäß voll ist, muss die aufgestaute Aggression entladen werden, was in tatsächlichem aggressiven Verhalten resultiert. Dieses kann direkt gegenüber der Quelle ausgedrückt oder aber über andere Wege kanalisiert werden, in Klammern Abwehrmechanismen, zum Beispiel Übertragung auf andere Objekte, wie etwa das Treten von Gegenständen, statt die direkte Konfrontation mit einer Person zu suchen. Dieses Hydraulikprinzip wird auch als die freudsche Katharsis-Hypothese bezeichnet, in Klammern siehe hierzu Abbildung 5.1 im gedruckten Buch. Abgesehen davon, dass psychoanalytische Ansätze innerhalb der wissenschaftlichen Psychologie nur wenig Zulauf haben, hat sich speziell für die Katharsis-Hypothese wenig empirische Unterstützung gefunden. In der empirischen Literatur findet man kaum Studien, die von einem verminderten Aggressionsniveau als Folge aggressiven Verhaltens berichten. Allenfalls deuten die Ergebnisse auf eine Reduktion anderer negativer Gefühle oder einem Erleben anderer positiver Gefühle in Zusammenhang mit aggressiven Verhaltensweisen hin. Stattdessen zeigt die große Mehrheit der Aggressionsstudien, dass Aggression nach dem Ausüben von aggressivem Verhalten oder dem Darüber-Nachdenken sogar ansteigt. Dies widerlegt sowohl Freuds Überlegungen als auch populäre Vorstellungen, die in den Medien und der Selbsthilfebranche gepflegt werden. Definition Gemäß der Katharsis-Hypothese, von griechisch Katharsis gleich Reinigung, führt das Ausleben beziehungsweise die Entladung bestimmter Gefühlszustände, in Klammern zum Beispiel Aggression, zu einer Reduktion derselben. Definition Ende Abschnitt 5.2.2 Biologischer Ansatz Ein anderer Ansatz zur Erklärung von Aggression stammt aus der Beobachtung von aggressiven Verhalten von Tieren und deren Übertragung auf die menschliche Existenz. So nimmt Konrad Lorenz an, dass Menschen, genauso wie andere Tiere auch, einen sogenannten Kampfinstinkt besitzen, der ihnen im evolutionären Kampf ums Überleben die erfolgreiche Weitergabe ihrer Gene sichert, in Klammern Survival of the Fittest. Gemäß diesem Ansatz dient Aggression dem Verjagen von Feinden, der Erbeutung von Nahrung, der Gewinnung von Sexualpartnern und dem Schutz der eigenen Familie und der Nachkommen. Individuen, die zur Aggression fähig sind, haben somit bessere Chancen im biologischen Wettstreit. Biologische Erklärungsansätze betrachten auch neurochemische und hirnphysiologische Korrelate von aggressiven Verhalten. So konnte beispielsweise gezeigt werden, dass die Amygdala bei der Kontrolle von Aggressionen beteiligt ist. Die Amygdala besteht aus kleinen, mandelförmigen Strukturen, die dem älteren, subkortikalen Teil des Gehirns angehören. Die Amygdala wird vor allem in Gefahrensituationen aktiviert, etwa wenn wir schnell entscheiden müssen, ob eine bestimmte Person oder Situation für uns gefährlich ist oder nicht. Hirnläsionsstudien zeigen, dass die Aktivierung der Amygdala zu verstärktem Auftreten von Aggressionen führt. Andere Studien zeigen, dass auch der Neurotransmitter Serotonin eine wichtige Rolle bei der Entstehung von Aggressionen spielt. Ist beispielsweise die natürliche Produktion von Serotonin gestört, so kann es zu vermehrter Aggressionen kommen. Entgegen früherer Befunde scheint Serotonin also der Hemmung aggressiver Impulse zu dienen. Das heißt, je geringer der Serotonin-Spiegel, desto wahrscheinlicher ist aggressives Verhalten. Schließlich zeigte sich auch, dass das Auftreten von aggressivem Verhalten in Zusammenhang mit dem menschlichen Testosteron-Spiegel steht. Allerdings sind hier die Befunde uneinheitlich. Mal ist von einem negativen Zusammenhang zwischen Testosteron-Spiegel und aggressiven Verhalten die Rede, mal wird dieser Zusammenhang als positiv beschrieben. Einer neueren Meta-Analyse zufolge scheint es sich jedoch um einen schwach positiven Zusammenhang zu handeln. Das bedeutet, dass das Vorhandensein des Sexualhormons Testosteron im menschlichen Körper mit aggressivem Verhalten einhergeht. Die Wirkungsrichtung bleibt dabei allerdings fraglich. In einigen Studien ist beschrieben, dass der Testosteron-Spiegel nach der Ausübung aggressiven Verhaltens erhöht ist, wohingegen andere Studien einen hohen Testosteron-Spiegel als ursächlich für Aggression betrachten. Ein Klammern-Überblick bei Archer aus dem Jahre 2006 Abschnitt 5.2.3 Frustrations-Aggressions-Hypothese Neben den triebtheoretischen und biologischen Überlegungen wird auch die sogenannte Frustrations-Aggressions-Hypothese zur Erklärung von Aggressionen herangezogen. In der klassischen Formulierung dieser Hypothese nahm Dollard et Ali i an, dass Frustration immer zu Aggressionen führt und dass umgekehrt Aggression immer Frustrationserleben voraussetzt. In einer späteren Fassung formulierten sie den ersten Teil jedoch nochmals um und präzisierten, dass Frustration nicht immer aggressives Verhalten zur Folge hat. Stattdessen kann Frustration auch zu anderen Reaktionen führen oder lediglich eine aggressive Tendenz auslösen, die sich aber nicht in aggressivem Verhalten zeigt. Entscheidend dafür, ob es tatsächlich zu aggressivem Verhalten kommt, ist daher, welche der potenziellen Antworten bzw. Reaktionen auf Frustration die Dominante ist. Sie formulierten dies wie folgt um Es ist nicht notwendig, dass die Frustration in objektiv-physischer Form auftritt, in Klammern zum Beispiel es wird einem die Vorfahrt genommen. Entscheidend ist vielmehr die subjektive Wahrnehmung eines Ereignisses oder die Interpretation einer Begebenheit als frustrierend. Gibt beispielsweise ein Vater seinem Sohn mehr Taschengeld als seiner Tochter, so ist es wahrscheinlich, dass sich diese gegenüber ihrem Bruder benachteiligt fühlen und möglicherweise an der Zuneigung ihres Vaters zweifeln wird. Zwar markiere objektiv kein Grund zur Frustration vorliegen, da es grundsätzlich ja positives Geld zu bekommen, oder die Tochter aus anderen Situationen weiß, dass ihr Vater sie schätzt. Dennoch ist es möglich, dass das Mädchen die Aufteilung subjektiv als ungerecht erlebt. Forschungen haben gezeigt, dass diese subjektive Wahrnehmung relativer Benachteiligung bereits ausreicht, um Frustration und als Folge auch Aggression auszulösen. Beispiel Das Ultimatum-Spiel Dass die subjektive Wahrnehmung von Benachteiligung bedeutsam ist, zeigt sich auch in der Forschung zum sogenannten Ultimatum-Spiel. In dieser Situation steht einer Person, in Klammern Spieler A, ein Geldbetrag, in Klammern zum Beispiel 70 Euro, zur Verfügung, der mit einer zweiten Person, in Klammern Spieler B, geteilt werden kann. Spieler A entscheidet nun, welche Aufteilung er Spieler B anbietet. Zum Beispiel mag A vorschlagen, 30 Euro an B zu geben und 40 Euro zu behalten. Derartige Angebote, die einer Gleichaufteilung nahe kommen, werden oft beobachtet. Denn A weiß, dass B auf ein niedrigeres Angebot, in Klammern etwa 20% des Gesamtbetrages oder weniger, aggressiv reagieren wird. Das heißt, B würde dann vielleicht seine Möglichkeit nutzen, das Angebot, in Klammern oder Ultimatum, abzuschlagen, was zur Folge hätte, dass beide Spieler leer ausgehen. Das Ultimatum-Spiel zeigt somit auch, dass Personen den Zusammenhang von Frustration und Aggression auch bei anderen sozialen Interaktionspartnern vorhersehen und entsprechend ihr eigenes Verhalten dieser menschlichen Tendenz anpassen. Beispiel Ende Wiederum wird deutlich, dass es nicht auf das objektive Verhalten ankommt, sondern vielmehr auf das subjektive Erleben von Frustration, in diesem Fall bedingt durch Ungerechtigkeit. Eng verwandt damit ist auch das Erleben von Ablehnung oder Zurückweisung, das oft auf fehlender Wertschätzung durch eine andere Person beruht. Die Autoren konnten experimentell zeigen, dass abwertendes negatives Feedback durch eine andere Person zu verstärktem Ärger gegenüber dieser Person führt. Bedenkt man, dass Aggression teilweise reaktiv ist und damit als Folge negativer Emotionen auftreten kann, ist das entstandene Gefühl von Ärger durch soziale Zurückweisung natürlich als Auslöser für Aggression denkbar. Dass negatives Feedback, in Klammern Abwertung tatsächlich zu aggressivem Verhalten führt, konnten Twenge, Baumeister, Theis und Stucke zeigen. In ihrer Studie sollten die Versuchspersonen einen Aufsatz zum Thema Abtreibung verfassen und darin ihre Meinung darlegen. Eine weitere Versuchsperson, in Klammern in Wirklichkeit eine Konföderierte des Versuchsleiters, bewertete diesen Aufsatz mit schriftlichen Anmerkungen. Diese waren entweder positiv oder negativ, zum Beispiel One of the worst essays I've read. Der Versuchsperson wurde glaubhaft gemacht, dass sich die Person, die das Feedback erteilte, für eine Stelle als Forschungsassistent an diesem Lehrstuhl beworben hatte. Da jedoch weitere Kandidaten zur Auswahl stünden und daher umfassende Einschätzungen notwendig seien, wurde die Versuchsperson gebeten, den vermeintlichen Bewerber anhand verschiedener Kriterien, in Klammern Freundlichkeit, Offenheit etc. einzuschätzen. Dies galt als abhängiges Maß für aggressives Verhalten. Es zeigte sich, dass diejenigen Versuchspersonen, die zuvor negatives Feedback erhalten hatten, auch selbst eine negative Einschätzung gegenüber ihrem in Anführungszeichen Täter abgaben. Sie verhielten sich also aggressiv, indem sie dazu beitragen wollten, dass die andere Person keine Anstellung bekam. Das aggressive Verhalten war noch stärker, wenn die Versuchsperson zuvor sozial ausgegrenzt wurde. In Klammern dies war Teil weiterer Versuchsbedingungen. Im Gegensatz dazu fiel bei positiver Bewertung des Aufsatzes auch die Rückmeldung des vermeintlichen Bewerbers extrem positiv und wohlwollend aus. Auch die Analyse von Straftaten lässt erkennen, dass soziale Isolation bzw. sozialer Austausch einen hohen Risikofaktor für aggressives und gewalttätiges Handeln bei Jugendlichen darstellt. Insofern können neben dem Erleben von Ungerechtigkeit oder Benachteiligung auch andere Faktoren wie Zurückweisung, Ablehnung oder eine Bedrohung des Selbstwerts, Frustration und folglich auch aggressives Verhalten auslösen. Interessanterweise haben hauptsächlich Personen mit einem übersteigerten Selbstwertgefühl, in Klammern Narzissmus, die Tendenz, auf Beleidigungen mit aggressivem Verhalten zu reagieren. Dies ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass sich Narzissen vor allem gegenüber denjenigen Menschen beweisen möchten, die ihre positive Selbstsicht nicht teilen. Erstmals aufmerksam wurde man auf den Frustrations-Aggressionseffekt, als man statistisch feststellte, dass im frühen Amerika die Baumwollpreise negativ mit den Lünchmorden an dunkelhäutigen Dorfbewohnern korreliert waren. Gemäß der Frustrations-Aggressionshypothese führten sinkende Baumwollpreise bei den Farmbesitzern zu erhöhter Frustration, was wiederum in erhöhte Aggression gegenüber ihren Mitarbeitern mündete. Ähnliche Effekte wurden auch in anderen Zusammenhängen festgestellt. So treten bei hohen Temperaturen, in Klammern Hitze als erlebte Frustration, signifikant mehr Ausschreitungen und Gewalttaten auf als in den Wintermonaten, in Klammern Long-Hot-Summer-Effekt. Neuere experimentelle Studien legen den Schluss nahe, dass der Einfluss der Temperatur auf Aggressivität an der unangenehmen Wahrnehmung als solcher liegt. Sowohl extreme Hitze als auch extreme Kälte erhöhen das Auftreten aggressiver Gefühle. Die Wirkung von Temperatur auf aggressives Verhalten scheint somit über den affektiven, in Klammern wird der Frustrations-Aggressionseffekt auch durch andere situationsbedingte Reize verstärkt, die speziell mit Gewalt und Aggression verbunden sind. Studie Der Waffeneffekt Wie die Waffe zur aggressiven Tat führt Berkowitz und Lepage zeigten im Jahr 1967 in einer Reihe berühmter Studien, dass Frustrationen in noch stärkerem Maße zu Aggressionen führen, wenn zusätzlich Waffen zu sehen sind. Die Versuchspersonen wurden zunächst durch die negative Rückmeldung eines Konföderierten, in Klammern gleich Eingeweihter des Versuchsleiters, frustriert. Im Anschluss daran hatten die Probanden die Möglichkeit, dem Konföderierten, in Klammern also dem Täter, Elektroschocks zu verabreichen. Während dies geschah, lag auf einem Nebentisch im Versuchsraum entweder ein Gewehr oder ein Federballschläger. Wenn eine Waffe im Blickfeld lag, gaben die Versuchspersonen vergleichsweise stärkere Elektroschocks. Die Erklärung dieses Effekts ist folgendermaßen. Die Anwesenheit einer Waffe erhöht automatisch die kognitive Zugänglichkeit aggressiver Konstrukte, die im kognitiven System als neuronale Netzwerke abgespeichert sind. Im Gegensatz zu der Beeinflussung durch Temperatur handelt es sich hier also hauptsächlich um einen Wirkungspfad, der kognitiv vermittelt ist. Im Zustand erhöhter Frustration sinkt also durch die erleichterte Zugänglichkeit aggressiver Gedanken die Schwelle, auch aggressives Verhalten zu zeigen. In Klammern siehe hierzu Abbildung 5.2 im gedruckten Buch. Studie Ende. Beim Waffeneffekt handelt es sich also um einen robusten und generalisierbaren Befund, der nicht an ein bestimmtes experimentelles Vorgehen gebunden ist. Stattdessen tritt der Waffeneffekt bei unterschiedlichen Gegenständen, in Klammern Pistole, Messer, etc., bei echten oder grafisch dargestellten Gegenständen, in Klammern echte Waffe versus Bild, in Experimental- oder Feldstudien auf. Definition Die ursprüngliche Auffassung der Frustrations-Aggressionshypothese besagt, dass das Erleben von Frustration zu aggressivem Verhalten führt. Das heißt, Aggression ist stets ein Ergebnis von Frustration. In einer späteren Formulierung von Berkowitz wird Frustration im Zusammenhang mit negativen Gefühlen, in Klammern Ärger, Angst, Wut, etc. gesehen, die wiederum Aggression, in Klammern hier reaktive Aggression, auslösen können. Nach diesem kognitiv-neo-assoziationistischen Modell führt Frustration zu aggressiven Verhalten, wenn damit negative Gefühle verbunden sind. Definition Ende Abschnitt 5.2.4 Soziokognitiver Ansatz Ähnlich wie auch bei der Frustrations-Aggressionshypothese bezieht der soziokognitive Ansatz die jeweilige soziale Situation bei der Entstehung von Aggression mit ein. Allerdings wird bei dieser Sichtweise nicht nur reaktives aggressives Verhalten als Folge negativer Emotionen erklärt, sondern es wird vielmehr davon ausgegangen, dass Aggression erlernt werden kann. Insofern beinhaltet dieser Ansatz auch das Auftreten von zukünftigem aggressiven Verhalten, das dann keinen bestimmten Auslöser, in Klammern Frustration, mehr benötigt. Klassische Studien Im Gegensatz zu biologischen Erklärungsansätzen aggressiven Verhaltens nimmt der soziokognitive Ansatz grundlegend an, dass Aggression erlernt ist. Diese Annahme basiert auf den lerntheoretischen Arbeiten von Skinner, der zeigen konnte, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit bestimmter Verhaltensweisen durch Belohnung erhöht und durch Bestrafung gesenkt werden kann. Bandura griff diesen Ansatz auf und erweiterte ihn um den Aspekt der stellvertretenden Erfahrung. Banduras Theorie besagt, dass Soziales, in Klammern wie auch anderes, Verhalten nicht nur durch direkte Erfahrung gelernt wird, in Klammern das heißt, das Individuum wird für aggressives Verhalten belohnt oder zumindest nicht bestraft, zum Beispiel wenn ein Kind durch aggressives Verhalten gegenüber einem Mitschüler Akzeptanz von seiner Clique erfährt. Auch indirekte und stellvertretende Erfahrung begünstigt das Lernen von bestimmten Verhaltensweisen. In Klammern das heißt, aggressive Verhaltensmodelle werden beobachtet, was wiederum die Auftretenswahrscheinlichkeit eigenen aggressiven Verhaltens erhöht. Zum Beispiel sieht ein Kind, dass ein Mitschüler durch aggressives Verhalten besonders viel Anerkennung erfährt und beschließt, dessen Verhalten nachzuahmen. Für den soziokognitiven Ansatz ist vor allem letzterer Punkt wichtig, also das Beobachten und das Nachahmen aggressiver Modelle in ähnlichen oder auch anderen Situationen. Bandura, Ross & Ross überprüften im Jahre 1963 diesen soziokognitiven Ansatz der Aggression in einer mittlerweile klassischen Studie, die sozusagen das erste Experiment zur Media Violence darstellt. Studie Beobachtungslernen mit der Bobodoll Bandura et alii ließen Kinder eine von vier verschiedenen Szenen beobachten. In Szene 1 sahen die Kinder eine Frau, die aggressiv mit einer großen Plastikpuppe, in Klammern einer sogenannten Bobodoll, in einem Spielzimmer spielte. Beispielsweise schlug die Frau mit einem Hammer auf die Puppe ein, trat sie oder schleuderte sie durch das Zimmer. Für die zweite Szene wurde dieses aggressive Spielverhalten der Frau auf Video aufgezeichnet und den Kindern über einen Bildschirm vorgespielt. In einer dritten Szene wurde von der Frau ein Comic gezeichnet, in dem sie aggressiv mit der Puppe spielte. In der vierten Bedingung, der Kontrollgruppe, spielte die Frau nicht aggressiv mit der Puppe. Im Anschluss an eine dieser experimentellen Manipulationen hatten die Kinder die Möglichkeit, in demselben Zimmer für 20 Minuten mit der Puppe zu spielen. Dies wurde auf Video aufgezeichnet und im Anschluss ausgewertet. In Klammern siehe hierzu Abbildung 5.3 im gedruckten Buch. Die zentrale Messvariable, in Klammern abhängige Variable war, die häufig die Kinder selbst aggressives Verhalten gegenüber der Puppe zeigten. Bandura erhielt für die damalige Zeit ganz erstaunliche Befunde. In Klammern siehe hierzu Tabelle 5.1 im gedruckten Buch. Kinder, die den aggressiven Umgang der Frau mit der Puppe live beobachteten, zeigten insgesamt 21 Mal ebenfalls aggressives Verhalten gegenüber der Puppe. Bei Kindern, die das aggressive Verhalten der Frau per Video sahen, wurden im Schnitt 16 aggressive Verhaltensweisen gegenüber der Puppe beobachtet. Kinder, die den aggressiven Cartoon der Frau sahen, zeigten noch mehr als 10 Mal aggressives Verhalten gegenüber der Puppe, während sich die Kinder der nicht aggressiven Kontrollbedingung im Durchschnitt lediglich dreimal aggressiv gegenüber der Puppe verhielten. Studie Ende. Darüber hinaus ergaben sich erhebliche Geschlechtsunterschiede. Der Gesamtwert aggressiven Verhaltens ist bei Jungen deutlich höher als bei Mädchen. Genauso imitierten Jungen häufiger das aggressive Verhalten gegenüber der Plastikpuppe, spielten häufiger aggressiv mit Waffen und zeigten häufiger Aggressionen, die nicht auf Imitation beruhte. Diese Ergebnisse entsprechen auch neueren Forschungen in diesem Zusammenhang, die ergaben, dass sich Jungen und Mädchen in der Art der ausgeübten Aggression unterscheiden. Während bei Jungen die Form der direkten Aggression häufiger auftritt, verhalten sich Mädchen eher auf indirekte Art aggressiv. Da diese Form von Aggression in der Studie von Bandura et alii jedoch nicht erfasst wurde, sondern es hier um direktes aggressives Verhalten ging, ist dieser Geschlechtsunterschied auch sehr gut zu beobachten. Björgqvist hält es daher für falsch, zu sagen, dass Jungen grundsätzlich aggressiver seien als Mädchen. Weiterführende Überlegungen. Dieses Ergebnis ist heute noch genauso schockierend wie damals. Besonders bedenklich ist in diesem Zusammenhang allerdings die technische Entwicklung. Durch den steigenden Fernseh- und Internetkonsum sowie den Konsum aggressiver Videospiele bestehen heutzutage viel mehr Möglichkeiten, aggressives Verhalten zu beobachten oder gar selbst auszuüben. Mit den verbesserten technischen Möglichkeiten und der leichteren Zugänglichkeit elektronischer Medien nimmt natürlich auch der Konsum selbst zu. Kinder und Jugendliche sind im Schnitt mehr als fünf Stunden täglich visuellen Medien ausgesetzt und klammern zum Beispiel Fernsehen, PC. Besonders bevorzugt werden dabei ausgerechnet die stark kritisierten sogenannten Killerspiele, in Klammern Ego-Shooter, bei denen die Spieler in virtuellen Welten bestialisch morden und ermordet werden. Mittlerweile übersteigt der tägliche Konsum von Videospielen sogar den täglichen Fernsehkonsum von Kindern und Jugendlichen. Dies ist besonders kritisch zu sehen, da gerade Videospiele mit ihrem aktiven und stark involvierenden Charakter, in Klammern Spieler können mittlerweile ihre eigenen Spielcharaktere entwerfen und auch die virtuellen Welten sind aufgrund der rasant zunehmenden Rechenleistung von Videospielkonsolen und Computern mittlerweile sehr realistisch ausgestaltet, stärkere Effekte auf das Verhalten von Konsumenten haben als passive Medien wie beispielsweise Filme, Fotos oder Musiktexte. Neuere Forschungen zu Effekten von Mediengewalt Nach den verheerenden Amokläufen an der Columbine High School in Klammern 1999 sowie in Erfurt 2002, um nur einige traurige Höhepunkte jugendlicher Gewaltexzesse zu nennen, wurde in der Gesellschaft die Frage diskutiert, ob aggressive Medien, insbesondere sogenannte Killerspiele in Klammern Ego-Shooter, ihre Konsumenten verstärkt aggressiv machen. Mittlerweile liegt eine Vielzahl empirischer Studien vor, die befürchten lassen, dass es diesen Zusammenhang tatsächlich gibt. Anderson et al.i. analysierten in ihrer Meta-Analyse eine Vielzahl von Studien zu diesem Thema und konnten zeigen, dass aggressive Videospiele tatsächlich zu einem verstärkten Auftreten von aggressiven Kognitionen, Emotionen und Verhaltensweisen führen. Exkurs Experimentelles Vorgehen in einer typischen Media-Violence-Studie Versuchsteilnehmende spielen für ca. 30 Minuten entweder ein gewaltverherrlichendes Spiel in Klammern Experimentalgruppe oder ein nicht gewaltverherrlichendes Spiel in Klammern Kontrollgruppe. Im Anschluss daran erfolgt die Messung der abhängigen Variable auf unterschiedlichen Ebenen. Es wird gemessen, wie sehr Versuchspersonen bereit sind, einer anderen Person in aggressiver Weise Schaden zuzufügen bzw. dies auch tatsächlich tun, in Klammern aggressive Verhaltensabsicht bzw. aggressives Verhalten, inwiefern sie aktuell aggressive Emotionen erleben, in Klammern aggressiver Effekt oder aber auch, wie zugänglich aggressive Gedanken sind, in Klammern aggressive Kognitionen. Verhaltensmaße für aggressives Verhalten sind beispielsweise, wie lange Versuchspersonen die Hand einer anderen Person in eiskaltes Wasser halten, die Menge an extrem scharfer Chili-Soße die Probanden auf das Butterbrot einer anderen Person geben oder die Höhe der Lautstärke, mit der Probanden einer anderen Person einen Ton über Kopfhörer einspielen lassen. Aggressiver Effekt wird meist über Fragebögen im Selbstbericht erfasst. Neben der Skala zur Erfassung von positiven und negativen Effekt, in Klammern PANAS Positive and Negative Effect Scale, wird hierbei auch die zehnstufige Skala nach Fischer, Kubicki, Guter und Frei verwendet, bei der die Probanden ihren Erregungszustand im Hinblick auf vier verschiedene Adjektive beschreiben. Aggressive Kognitionen werden dagegen meist implizit, in Klammern unbewusst, über Wortvervollständigungsaufgaben oder mittels Reaktionszeiten gemessen. Bei Wortvervollständigungsaufgaben werden den Personen Lückenwörter vorgegeben, mit der Instruktion, diese zu vervollständigen. Die Wörter können dabei entweder mit aggressiven, in Klammern Waffen oder neutralem Inhalt, in Klammern Waffell, vervollständigt werden. Man geht davon aus, dass der vorherige Konsum des aggressiven Spiels die Zugänglichkeit aggressiver Gedanken erhöht, was zu einer höheren Anzahl an aggressionsbezogenen Wortvervollständigungen führt. Diese erhöhte kognitive Zugänglichkeit aggressionsbezogener Begriffe macht wiederum tatsächliches, aggressives Verhalten wahrscheinlicher. Exkurs Ende Die Effekte aggressiver Medien auf aggressives Verhalten, Kognitionen und Emotionen konnten neben aggressiven Videospielen auch für viele andere aggressive Medieninhalte gezeigt werden. So fanden beispielsweise Anderson, Carnegie und Eubanks heraus, dass aggressive Musiktext, in Klammern Lyrics, ebenfalls die Aggressionsbereitschaft des Hörers anhebt. Fischer und Greitemeier zeigten, dass speziell sexuell aggressive und frauenfeindliche Musiktexte aggressives Verhalten von Männern gegenüber Frauen verstärken. In Klammern dieser Effekt wurde dagegen nicht für Frauen gefunden, die frauenfeindliche Musik gehört hatten. Es mag überraschend sein, aber selbst das Lesen aggressiver Textstellen des Alten Testaments senkt die Schwelle für aggressive Reaktionen. In den visuellen Medien steht allein die Menge des gezeigten Blutes in einem positiven Zusammenhang mit dem Ausmaß aggressiver Reaktionen. Schließlich zeigten Fischer, Kastenmüller und Greitemeier, dass Konsumenten von aggressiven Videospielen besonders dann aggressiv auf den Spielinhalt reagieren, wenn sie zuvor ihre eigene Spielfigur entwerfen konnten und ihnen diese physisch ähnlich sah. Studie Identifikation mit dem Spielcharakter fördert aggressives Verhalten In der Studie von Fischer et Ali in Klammern 2010 sollten Versuchspersonen einen virtuellen Boxkampf ausführen. In der Experimentalgruppe 1 wurden die Versuchsteilnehmer angewiesen, ihre Spielfiguren nach ihrem eigenen physischen Aussehen zu modellieren, in Klammern gleiche Frisur und Haarfarbe, ähnliche Nase etc. In der Experimentalgruppe 2 sollten die Versuchspersonen den Boxkampf mit einer standardisierten, in Klammern immer gleich aussehenden Spielfigur bestreiten. Schließlich spielten die Versuchspersonen in der Kontrollgruppe ein nicht-aggressives Spiel mit einer Standardspielfigur. Im Anschluss daran wurden die Versuchspersonen jeweils gebeten, scharfe Chili-Soße abzufüllen, die jeweilige Menge sollte später eine andere Person auf ihr Sandwich bekommen. Es zeigte sich, dass diejenigen Personen, die den Boxkampf mit ihrer eigenen modellierten Spielfigur bestritten, deutlich mehr Chili-Soße abfüllten als solche, die mit einer Standardfigur geboxt hatten. In Klammern sie hierzu Abbildung 5.4 im gedruckten Buch. Es scheint also nicht nur die Liebe, sondern auch der Hass durch den Magen zu gehen. Studie Ende Diese Befunde sind besorgniserregend, da gewaltverherrlichende Medien, besonders von Kindern und Jugendlichen in hohem Maße genutzt werden. Gärtner Gross, Signorelli, Morgan und Jackson Beeck von der University of Pennsylvania untersuchten die Häufigkeit und die Art von Gewalt, die in Sendungen für Kinder und Jugendliche bzw. für Erwachsene vorkommt. Es ist schockierend, dass in Programmen für Kinder und Jugendliche wesentlich häufiger gewalttätige Charaktere, Opfer von Gewalt und Gewalttäter dargestellt werden als in Sendungen für Erwachsene in Klammern nach 20 Uhr. Hier wurden lediglich Mordopfer etwas häufiger gezeigt als in Kinder- und Jugendprogrammen. Ähnlich schockierend sind neuere Ergebnisse der TV-Analysen von Herr, die ergaben, dass Kinder am Ende der Grundschule im Schnitt mehr als 8.000 Morde im Fernsehen gesehen haben. Im Alter von 18 Jahren liegt die Anzahl der Gewalttaten, die im Fernsehen gesehen wurden, bei über 200.000. Doch auch Erwachsene werden durch aggressive Medien beeinflusst. So konnten zum Beispiel Pike und Comstock einen signifikanten Zusammenhang zwischen im Fernsehen übertragenen Boxkämpfen und den Mordraten in der darauffolgenden Woche aufzeigen. In der Woche nach einem großen Boxkampf stieg die Mordrate signifikant an. Dabei sagte die Hautfarbe des Verlierers die Hautfarbe der meisten darauffolgenden Mordopfer vorher. Verloren nämlich eine Person mit dunkler Hautfarbe, so wurden in der darauffolgenden Woche mehr Personen mit dunkler als mit weißer Hautfarbe ermordet. Der umgekehrte Effekt war zu beobachten, wenn eine Person mit weißer Hautfarbe den Kampf verlor. Es ist kaum zu leugnen, dass Banduras frühe Laborbefunde dramatische Gegenstücke in der alltäglichen Realität haben. Zugrunde liegende psychologische Prozesse im soziokognitiven Ansatz. Auch wenn landläufig oft die Meinung besteht, dass gezeigte Gewalt im Fernsehen zukünftige Gewalt sogar verhindern kann, in Klammern dies glauben 79% der Amerikaner, sprechen die oben dargestellten Befunde klar für einen Einfluss von gewaltverherrlichendem Medienkonsum auf aggressionsförderndes Verhalten mit entsprechenden Gedanken und Gefühlen. Spätestens hier stellt sich die Frage, wie dies zu begründen ist. Wie wird dieser Effekt vermittelt? Eine Erklärung hierfür kann anhand des allgemeinen Aggressionsmodells, in Klammern General Aggression Model, GRM, gefunden werden, in Klammern sie hierzu Abbildung 5.5 im gedruckten Buch. Dieses nimmt an, dass es zwei Arten von Einflussvariablen, in Klammern Inputvariablen gibt, nämlich dispositionale, in Klammern feste Persönlichkeitseigenschaften wie zum Beispiel Narzissmus oder antisoziale Persönlichkeit und situative Faktoren, in Klammern zum Beispiel aggressive Medien, Frustrationen. Speziell im medialen Kontext führt das Zusammenspiel dieser beiden Inputvariablen nach dem Konsum gewalthaltiger Medien zu einem internen psychologischen Zustand, der gekennzeichnet ist durch ein verstärktes Erleben aggressiver Emotionen sowie eine erhöhte Zugänglichkeit aggressionsbezogener Gedanken, in Klammern Priming, beziehungsweise Verhaltensskripts. Zusätzlich erleben Personen, zum Beispiel nach dem Konsum aggressiver Medien, ein erhöhtes Maß an physiologischer Erregung, in Klammern erhöhtes Arousal. Dieser interne psychologische Zustand wiederum lenkt die jeweiligen Bewertungsprozesse und Erwartungshypothesen in der konkreten Situation. So kann ein einfacher Rempler in der Fußgängerzone bereits als beabsichtigter aggressiver Akt bewertet werden, wenn Personen zuvor aggressive Medien konsumiert haben. Dagegen würde die Situation im Zustand verringerten Aggressionserlebens vermutlich lediglich als unabsichtlich eingestuft werden. Dieser Bewertungsprozess beeinflusst wiederum die Art der Reaktion, die eine Person in der jeweiligen Situation zeigt. Das GRM gründet auf den theoretischen Annahmen verschiedener anderer Modelle. So ist die Annahme, dass situative Faktoren, in Klammern zum Beispiel der Waffeneffekt, die Zugänglichkeit aggressiver Kognitionen erhöhen, bereits in dem kognitiv-neo-assoziationistischen Modell von Berkowitz enthalten. Die Mitteinbeziehung des physiologischen Erregungszustandes findet man auch bei Zillmann, in Klammern Erregungstransfermodell und gerade langfristige Effekte von Aggressionen, die das GRM ebenfalls erklärt, stehen im Mittelpunkt von Baduras sozialer Lerntheorie. Grundsätzlich wird im Rahmen des GRM angenommen, dass soziokognitive Prozesse in Zusammenhang mit Mediengewalt sowohl kurzfristig als auch langfristig zu gesteigerte Aggressionen führen können. Kurzfristige Prozesse werden vorwiegend durch Priming-Prozesse erklärt, d.h. der einmalige Konsum gewalthaltiger Medienformate erhöht die kognitive Zugänglichkeit aggressiver Gedanken, Emotionen und Verhaltensscripts, was wiederum zu einer erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit tatsächlichen aggressiven Verhaltens führt. Bei langfristiger und kontinuierlicher Exposition kann aggressives Verhalten aber auch zu einer chronischen Zugänglichkeit aggressiver Gedanken, Emotionen und Verhaltensweisen führen. In diesem Fall würde der Rezipient langfristig aggressives Verhalten lernen und somit auch immer wieder mit erhöhter Wahrscheinlichkeit in entsprechenden frustrierenden Situationen zeigen. Über die Annahmen des GRM hinaus wurden auch weitere psychologische Prozesse identifiziert, die die Entstehung von aggressiven Verhalten als Folge von Medienkonsum teilweise erklären können. So besteht z.B. die Ansicht, dass der Konsum gewalthaltiger Medien die Rezipienten gegenüber Aggression und Gewalt desensibilisiert, dass der chronische Konsum gewalthaltiger Medien aggressionsbezogene Normen und Werte der Rezipienten verändert und erschließt sich auch Veränderungen des Selbstkonzeptes auftreten. In Klammern, das heißt der Rezipient denkt über sich selbst in verstärktem Maße, dass er eine aggressive Person ist. Abschnitt 5.3 Fazit Wie kann Aggression in der Gesellschaft reduziert werden? Wir haben uns mit den Grundlagen von Aggressionen beschäftigt. Wir haben zunächst eine Begriffsbestimmung vorgenommen, verschiedene Erklärungsmodelle diskutiert und sind in diesem Zusammenhang genauer auf die Rolle der gewaltverherrlichenden Medien eingegangen. Abschließend möchten wir uns noch der Frage widmen, wie man Aggressionen wirksam begegnen könnte. Zuerst sollte hierbei mit dem Irrglauben bestimmter Laientheorien aufgeräumt werden, dass die Ausübung, Simulation oder Beobachtung aggressiven Verhaltens zu Aggressionsabbau und so zu reduzierter Aggression führt. Freud lag hier mit seiner hydraulischen Dampfkesseltheorie falsch. Die empirische Befundlage zeigt eindeutig, dass auf dem Gebiet der Aggression Katharsis eine Illusion ist. Im Gegenteil. Aggressives Verhalten kann durch die Ausübung oder Nachahmung verstärkt werden. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Bestrafung von aggressivem Verhalten zukünftige Aggression vermeiden kann. Wenn die Bestrafung selbst als Frustration erlebt wird, was ja einleuchtend ist, dann legt die Frustrations-Aggressionshypothese den Schluss nahe, dass die Aggressionsbereitschaft weiter erhöht wird. Dies bedeutet natürlich nicht, dass Gewaltverbrechen von der Justiz nicht bestraft werden sollen. Dennoch dürfte das Prinzip Auge um Auge, Zahn um Zahn die Gesellschaft nicht unbedingt zu einem friedlicheren Ort machen. Aus sozialpsychologischer Sicht sind daher vor allem zwei Interventionen entscheidend. Zum einen sollte besser darauf geachtet werden, dass Kinder und Jugendliche keinen Zugang zu gewaltverherrlichenden Medien haben. So können aggressive Verhaltensweisen als Folge von Priming-Prozessen, Modelllernen, Desensibilisierung oder einem veränderten Selbstkonzept vermieden werden. Zum anderen ist es auch wichtig, gesellschaftliche Ungerechtigkeiten zu reduzieren. Soziale Ungerechtigkeit erzeugt das Gefühl relativer Benachteiligung, was wiederum zu verstärkte Aggressionen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene führt. Dies ist in verschiedenen Kontexten zu beobachten. So konnte beispielsweise im Bereich der Politik gezeigt werden, dass Steuerhinterziehung, in Klammern hier im Sinne aggressiven Verhaltens gegenüber der Institution Staat zu sehen, selten auftritt bzw. umgekehrt die Steuermoral höher ausgeprägt ist, wenn die Bürger Vertrauen in die Regierung haben. Dieses ist in einem demokratisch geführten und transparenten Staat höher als in einer Diktatur. Beispiel Aggressionsreduktion am Arbeitsplatz Im Arbeitssektor kann aggressives Verhalten verringert werden, wenn distributive Ungerechtigkeit vermieden wird. Damit ist gemeint, dass das Verhältnis zwischen der Anstrengung einer Person und dem Ergebnis nicht gleich ausfällt und zudem das Ergebnis der Person besser als das eigene ist, obwohl man die gleiche Anstrengung aufgebracht hat. Veranschaulicht heißt das zum Beispiel, dass man das Gefühl hat, der eigene Kollege wird für die gleiche Arbeit stärker gelobt als man selbst und erhält darüber hinaus auch mehr Lob, als ihm aufgrund seiner Anstrengung eigentlich zustehen würde. Solche Missverhältnisse können als unfair empfunden werden und dadurch zu Aggressionen führen. Gerechtigkeit am Arbeitsplatz ist somit ein wichtiger Faktor, der aggressives Verhalten hemmen kann. Beispiel Ende In ihrer Meta-Analyse konnten Hersh-Kuvis et al.i. als weitere wichtige Größen die allgemeine Arbeitszufriedenheit, die Abwesenheit von Konflikten unter Mitarbeitern sowie ein optimales Level zwischen eigenen Ressourcen und Anforderungen an die eigene Person ausmachen. Sind die Anforderungen größer als das eigene Kompetenz erleben, so wird dies als frustrierend erlebt, was wiederum zu Aggressionen führen kann. Neben diesen eher indirekten Eingriffsmöglichkeiten gibt es natürlich auch gezielte Prävention in Form spezieller Programme. Diese werden häufig im schulischen Bereich, d.h. für Kinder und Jugendliche, eingesetzt. Aggressionsreduzierende Programme haben allgemein eine positive Wirkung, wobei eine Analyse von knapp 250 Studien zeigte, dass vor allem diejenigen Programme wirksam sind, die sich an eine ganz bestimmte Zielgruppe richten. Aggressives Verhalten kann also am besten dann reduziert werden, wenn gezielt mit Einzelpersonen gearbeitet wird, anstatt im gesamten Klassenverband. Für die Praxis Elemente der Aggressionsprävention In ihrer Überblicksarbeit fassen Boxer, Goldstein, Mascher Eisenmann, Dubow und Heretik verschiedene Bestandteile von Aggressionspräventionsprogrammen zusammen. Sie stellen dabei die Wichtigkeit sozialkognitiver Faktoren in den Vordergrund und betonen, dass die Wirksamkeit dieser Entscheiden vom Alter der Rezipienten abhängt. Folglich gibt es keine universellen Programme, die für alle Personen und Altersgruppen passend sind. Speziell für den schulischen Kontext fassen sie vier Kernbereiche zusammen. Für jeden dieser Bereiche gibt es wiederum verschiedene Übungen, mit denen die übergreifende Fähigkeit geschult werden kann. Die Kernbereiche sind 1. Das Verhalten anderer korrekt interpretieren. Hierzu haben sich beispielsweise Übungen zur Perspektivenübernahme und Emotionserkennung bei anderen als hilfreich erwiesen. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die korrekte Attribution von Ereignissen bzw. Verhaltensweisen von anderen Personen, um dadurch eigene aggressive Tendenzen zu mildern. 2. Alternativen zu aggressiven Problemlösestrategien finden. Hier geht es darum zu lernen, andere nicht-aggressive Reaktionen anzuwenden. Es werden alternative Reaktionsmöglichkeiten aufgezeigt, ebenso wie Strategien, mit denen automatisch auftretende aggressive Verhaltenstendenzen gehemmt werden können. 3. Psychoedukative Elemente. Die entsprechenden Übungen zielen darauf ab, zu vermitteln, dass aggressives Verhalten unangemessen und uneffektiv ist. Hierzu wird mit dem Konzept von Moral gearbeitet, in Klammern moralisches Schlussfolgern, Überprüfen von Moralvorstellungen und es wird versucht, soziale Ziele zu verändern. 4. Metakognition. Entscheidend für die Anwendung der genannten Punkte ist, die übergreifende Fähigkeit zur Metakognition, in Klammern Denken über das Denken. Kinder bzw. Jugendliche werden daher geschult, Probleme zu erkennen, zu benennen und eine Lösung zu finden. Wichtig ist hierbei auch die Selbstreflexion. Für die Praxis Ende. Abschließend sei nochmals betont, dass aggressives Verhalten verschiedene Entstehungsquellen hat und sowohl auf biologischen, situativen und Persönlichkeitsfaktoren beruht, die sich gegenseitig beeinflussen. Die vielfältigen Ursachen bieten zugleich aber auch verschiedenste Möglichkeiten, um aggressives Verhalten einzudämmen. Besonders wichtig ist hierbei aber...